Heute hören Sie den Roman Inside the Curtain von Ganga Prasad-Bitwal. Heute war Basante sehr beschäftigt. Alle jungen Leute, die er kannte, haben das Dorf verlassen. Die Jugendlichen aus dem ganzen Dorf sind in die Stadt und ins Ausland gegangen. Um ihre Zukunft zu gestalten. Manchmal kommt Basante auch der Gedanke ins Ausland, ins Ausland zu gehen. Basante beobachtet die Umgebung um ihn herum, die Hügel scheinen ihn zu lieben. Es scheint, als ob das Wasser, das unten im Fluss fließt, das Lied seines Herzens singt. Die Blätter der Bäume zittern. Es scheint, als würde Basante nirgendwo hingehen und in unserer Nähe bleiben. Die Natur hätte nicht sagen können, was sie dachte, aber diese Dinge geschahen nur in Basantes Verständnis. Basante ist ein Junge aus einer armen Familie. Seine Mutter starb, als er jung war. Sein Vater brachte für seine beiden Söhne keine weitere Mutter mit. Auch Großvater, Großmutter, Onkel, Tante und Cousins waren einige Jahre in Basantes Haus anwesend. Doch nachdem sein Großvater, seine Großmutter und seine Mutter verstorben sind, leben Onkel und Tanten getrennt. Derzeit leben nur drei Personen in Basantes Haus, Basantes Vater, Basante selbst und ein Basantes Bruder. Basante versteht die Trauer des Hauses sehr gut. Da er den Zustand seines Vaters spürt, unterstützt er die Arbeit seines Vaters so gut es geht. Er wird seinen Bruder gleichermaßen lieben. Der kleinen Familie geht es in gewisser Weise gut, doch auch im dörflichen Umfeld drückt sie die finanzielle Knappheit. Basante hat begonnen zu verstehen, dass die Verantwortung der Familie nun auf meinen Schultern liegt. Er möchte etwas Verantwortung übernehmen. Eines Abends geht Basantes Familie nach dem Abendessen schlafen. Fast jeden Abend hatte Basantes Vater die Angewohnheit, seinen Söhnen neues Wissen zu erzählen. An diesem Abend beginnt Basante, seinem Vater und seinem Bruder zu erzählen, wie wir von Anfang an vorankommen können. Auch sein Vater ist glücklich, als er Basantes Worte und Konzepte hört. Jetzt ist Basantes Vater sehr froh, dass sein Sohn nicht nur groß, sondern auch weise und reif ist. Ja, Basante hat die zwölfte Klasse der Dorfoberschule bestanden. Viele seiner Freunde haben Pässe gemacht und sind im Ausland zur Arbeit gegangen, um Geld zu verdienen. Aber Basantes innerster Wunsch ist es, eine höhere Ausbildung zu erwerben. Da es im Dorf keine Bildungseinrichtung gibt, an der man über dem zwölften Niveau studieren kann, beginnt Basantes Herz traurig zu werden. Die Dinge beginnen in seinem Kopf zu spielen und viele Möglichkeiten ergeben sich. Solche verlässlichen Möglichkeiten gab es jedoch nicht. Basante kommt zu dem Schluss, dass er auf jeden Fall eine höhere Ausbildung erhalten kann, wenn er nach Kathmandu gehen und dort arbeiten kann. Wie soll ich nun nach Kathmandu gelangen? Wer hilft mir am Anfang? Und so weiter, und so weiter. Fragen beginnen in Basantes Kopf zu spielen. Fragen kamen Basante in den Sinn und verschwanden wieder. Es gelingt ihm nicht. Eine verlässliche Deckung für Kathmandu zu finden. Sein Vater ahnt, dass der innigste Wunsch, Wunsch und feste Plan seines Sohnes, nach Kathmandu zu gehen, da ist und eines Tages sagt er zu Basante. Sohn, als ich noch sehr jung war, hatte ich eine Freundschaft mit dem Sohn von Pandit Baye aus Gairigaon unten. Auch unser Alter war gleich. Wir haben uns immer sehr gut verstanden. Wenn wir uns trafen, Pandit Baye hat mich auch sehr geliebt. Manchmal wurden auch Kleider gekauft. Pandit Baye hat damals meinen Freund, mit Yeo, zum Studium nach Veneras geschickt. Wenig später wanderte auch Pandit Baye mit seiner ganzen Familie nach Therai aus. Einige Jahre nach der Migration verstarb der Vater meines Freundes, Pandit Baye. Der Name meines Freundes ist Harinarayan. Heute ist er ein großer Astrologe in Kathmandu. Bei Gaurich hat in Kathmandu kennt ihn jeder nach dem Astrologen Harinarayan. Sohn, du solltest dich in deinem Herzen an seinen Namen erinnern. Wenn sie irgendwo in Kathmandu ein Problem haben, erinnern sie ihn an die alten Dinge. Es ist mehr als drei Jahrzehnte her. Woran wird er sich erinnern? Nachdem er sich die Geschichte seines Vaters angehört hatte, war Basante überzeugt. Denn vorher wusste er nicht einmal, dass Mitba existierte und er hatte noch nie zuvor von seinem Vater von ihm gehört. Für Basante wuchs eine dicke Mauer in seinem Herzen. Er hatte das Gefühl, dass sein Traum, nach Kathmandu zu gehen, wahr werden würde. Wie das Sprichwort sagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Die Frage, was man in Kathmandu tun und wo man übernachten soll, beschäftigt den Geist nicht mehr. Er ist im Begriff. Von Panjta nach Kathmandu zu reisen. Es scheint, dass der Vater einige Ausgaben spart, indem er die Ziegen verkauft. Und sagt, Sohn, um von hier aus nach Kathmandu zu gelangen. Er fährt ein Fahrzeug, das von Keketwita nach Dharan fährt. Wenn sie sich treffen, können sie möglicherweise Hilfe bekommen. Den Segen seines Vaters im Hinterkopf behaltend, machte sich Basante nun auf die Reise über Japa nach Kathmandu. Basante, der vom Dorf im Distrikt Panjta nach Kathmandu ging, kam nach Birtamoth und machte sich auf die Suche nach dem Sundar Lavati, wobei er sich an den Ausspruch seines Vaters erinnerte. Er konnte in einem so weiten Umfeld keinen Menschen namens Sundar Lavati treffen. Er erfuhr, dass es vier oder fünf Personen namens Sundar Lavati gab, konnte aber keinen Sundar Lavati treffen. Da er dachte, dass das Treffen mit Sundar Lavati nicht wichtig sei, buchte er ein Nachtbus-Ticket von Wörte mit und fuhr nach Kathmandu. Auf geht's! Kathmandu-Bus fährt gleich. Nachdem der Beifahrer von der Tür aus geschrien hatte, stieg Basante in den Bus und setzte sich auf seinen B6-Sitz, der Sitz neben ihm war leer. Der Bus ist sehr voll, es scheint, als würden alle Leute das Dorf verlassen und in die Stadt hineinfahren. Nachdem sich der Bus in Bewegung gesetzt hat, sagt Basante zum Schaffner, Hey, Bruder, hast du die Person hier verloren? Er sagt, dieser Sitzplatz ist reserviert. Er soll von Damak aus aufsteigen. Basante fragt noch einmal, wo ist Damaks Bruder? Dirigent, lacht leicht. Auch die Passagiere lachen. Irgendwann ist Basante schockiert und verschließt sich. Der Bus fährt vorwärts. Nachts fährt der Bus mit hoher Geschwindigkeit und erreicht unterwegs Damak. Einige Passagiere steigen von Damak aus ein. Auch ein Mann mittleren Alters kommt und setzt sich neben Basantes Sitz. Wenn er seinen Kopf zuhebt, reicht es ihm, auf diese Person zu schauen. Manchmal errät er das Alter dieser Person wie seines Vaters und denkt in seinem Herzen, was für ein Mann diese Person besser wäre, wenn sie zu Panjta gehören würde. Der Bus fährt weiter vorwärts. Nach einem Moment der Stille fragt Basante den Mann, Lebst du in Kathmandu? Und wie heißt du? Sogar dieser Mann mittleren Alters sprach langsam. Selbst wenn es auf dem gleichen Platz sitzt und es viel Lärm gibt, fängt er an, darüber als Onkel zu reden. Er stellt Basante vor und sagt, Mein Name ist Sundar Lavati. Mein Haus in Damak liegt in Dukurpani. Dukurpani liegt etwas oberhalb des Hauptplatzes von Damak. Ich bin nach Kathmandu gezogen. Ein einwöchiger Aufenthalt in Kathmandu ist möglicherweise möglich. Plötzlich herrscht im Basante wieder Stille. Sein Geist ist gestört. Auf der Suche nach einem Stein fand ich einen Gott. Basante denkt über viele Dinge nach. Ging auf der Suche nach Sundar Lavati in Birthamut. Am Ende kam er dorthin, wo ich war. Basante unterbricht für einen Moment das Schweigen und sagt, Onkel, wann bist du aus Panjta gekommen? Sundar sagt, warum Bruder? Ich war nicht in Panjta. Basante fragt noch einmal, ist Panjta nicht ihr altes Haus? Sundar sagt, nein, Bruder, mein Haus gehört Damak Dukurpani. Und ich sagte vorher, und? Basante fragt noch einmal, meinst du das alte Berghaus, Onkel? Sundar erzählt, oh, sie haben nach dem Berghaus unseres Vaters gefragt. Das ist der Bezirk Teratum. Basante sagt, in Panjta ist doch dein Bruder, nicht wahr? Sundar sagt, keiner unserer Brüder und Schwestern ist hier in Panjta. Nach einem kurzen Gespräch mit Sundar Lavati ist Basante etwas enttäuscht. Als Sundar Lavati sieht, dass sich der Sprechstil des neugierigen Basante vor einiger Zeit entspannt hat, beginnt er von selbst zu klappern. Die Nachtbusfahrt nach Jhapa Kathmandu ist eine Nachtfahrt. Da sind viele Dinge. Während der Reise werden beide über ihre Gewohnheiten, ihre Ältesten und alles andere befragt. Der Bus hält zum Abendessen auf einem Markt namens Lalga. Sundar Lavati geht zum Abendessen ins Hotel. Aber Basante sitzt im Bus und isst Dalmotten, Reis und Wasser. Nach dem Essen geht das Gespräch zwischen Sundar und Basante noch eine Weile weiter. Zu diesem Zeitpunkt schlafen bereits alle Passagiere des Busses. Als sie die anderen Passagiere schlafen sehen, werden sie ebenfalls schläfrig und schlafen im Geräusch des Rüttelns des Busses ein. Unterwegs kommen und gehen kleine und große Stationen. Normalerweise hält der Bus irgendwo. Passagiere sitzen ebenfalls auf der gesperrten Spur. Am Morgen wird im Bus der Befehl erteilt, in Mugelin ein Teefrühstück einzunehmen. Dort hält auch der Bus eine Zeit lang. Alle Passagiere werden auf die eine oder andere Weise frisch. Während er von Mugelin nach Kathmandu reist, hat Basante auch das Gefühl, bald Kathmandu zu erreichen. Jetzt ist Basante bestrebt, Sundar viele Fragen zu stellen. Und wie oft ist Onkel nach Kathmandu gefahren? Sundar sagt, Bruder, normalerweise, aber jetzt werde ich für ein paar Tage an einem Ort namens Nakipod in Lalitpo-Stadt in Kathmandu leben. Dort steht das Haus meines Verwandten. Und wo wirst du übernachten? Basante sagt, Onkel, ich fahre zum ersten Mal nach Kathmandu. Allerdings waren Wörte mit und Damak auch das Erste und Neue für mich. Ich bin eine Weile durch Wörte mitgelaufen, unter dem Vorwand, nachts ein Busticket zu kaufen, aber ich habe von Damak nur so viel gesehen, wie man in einem Bus sehen kann. Wie ist es in Kathmandu? Sundar denkt im Kopf. Irgendwie ist dieser Kerl nicht hinter mir her. Trifft Vorsichtsmaßnahmen. Er fragt Basante noch einmal, wo wohnst du in Kathmandu? Wohin gehst du? In wem lebst du? Und wie wirst du in Zukunft studieren? Basante sagt, Onkel, es ist definitiv nicht einfach für mich. Ich kenne niemanden von hier, aber Kathmandu ist eine große Stadt. Alle sagen, dass es sich allmählich anpassen wird. Am Anfang kann es schwierig sein. Nun wollen wir sehen, was passiert. Allerdings ist auch der Freund meines Vaters hier. Wissen sie es stattdessen? Sein Name ist Astrologe Harinarayan. Er lebt in Gaurichhat. Sundar sagt, Bruder, ich kenne den Astrologen Harinarayan nicht. Der Ort namens Gaurichhat liegt in der Nähe des Kuhstalls. Ich kann Ihnen ein wenig helfen. Den Rest musst du erledigen. Schauen Sie, Kathmandu ist ein großer Ort. Ich werde in Kalanki aus diesem Fahrzeug aussteigen und in Richtung Naki-Port Lalitpur fahren. Sie steigen in diesen Bus, steigen am Busparkplatz aus. Steigen in den Bus nach Peshapati Gaushala und steigen am Gaushala aus. Dann besuchen sie Peshapetinev. Und Gaurichhat treffen sie dort den Freund des Vaters. Und ein neues Leben beginnen. Aber schauen Sie, er kann ein Freund sein, wie Sie denken, er kann aber auch anders sein, als Sie denken. Möglicherweise bemerken Sie es nicht einmal. Wenn Sie den Freund Ihres Vaters, mit Buba, nicht treffen können, gibt es auch ein Dharamschala in Gaushala. Man kann mit sehr wenig Geld ein paar Tage bleiben. Auch wenn ich nicht der Freund deines Vaters bin, sagt Sundar Lavati. Erinnerst du dich vielleicht an mich als den Freund deines Vaters? Ich gebe dir erst 500 helfen und spenden auch Geld. Basante fällt es schwer, es zu ertragen. Er gibt es dir und sagt, dass du das Geld behalten sollst. Während wir so redeten, erreichte der Bus fast Kalanki. Am Ende sagt Sundar, schau, Bruder, wenn du keinen Freund deines Vaters findest. Dann ist mein bester Freund Kanal. Ich gebe dir seine Telefonnummer. Rufen Sie ihn an, er kennt viele Leute. Auch wenn er keine Leute kennt, hat er die Fähigkeit, Leute zu finden. Er gibt Basante Kanals Telefonnummer, damit sie sicher sein können. Und sagt schließlich, auch wenn Kanalis Telefon ausgeschaltet ist, denken Sie über den Anruf nach. Diese Person ist hilfreich, aber kümmern Sie sich nicht um viele Dinge. Und sage ihm von meiner Seite aus eine süße Erinnerung. Ich bin für einen anderen Job gekommen. Basante lacht und schüttelt den Kopf. Der Bus hält in Kalankitschuk. Sundar Lavati nimmt einen anderen Bus und fährt in Richtung Nackiport. Basante erreicht den Busparkplatz mit demselben Bus und steigt aus. Mit einem anderen lokalen Bus fährt Basante vom Busparkplatz zur Haltestelle Gaushala. Er besucht Peshapati verwirrt. Er fragt viele Leute nach Mitbuba, dem Freund seines Vaters. Manche Leute hören nicht auf ihn. Sogar diejenigen, die es hören, sagen, sie wüssten es nicht. Er versucht vieles, nichts funktioniert. Wie Sundar ihm sagte, erreicht er Gaushala und bleibt in Dharamschala. Situation des nächsten frühen Morgens, Begrüßung in Basante. Obwohl er nicht wie letzte Nacht im Zimmer schlafen konnte, wachte er früh auf. Auch wenn Anans Bett nachts in Dharamschala besser ist als der Bus, kann man davon ausgehen, dass der Grund für seine Schlaflosigkeit in der aktuellen Situation und der Ungewissheit der Zukunft liegt. Trotzdem verliert Basante nicht den Mut. Es ist definitiv nicht einfach für ihn, die Tage in Kathmandu zu bewältigen, da er nicht einmal ein Telefon, Handy, besitzt. Sobald sich das Tor von Dharamschala öffnet, besucht er den Peshapatineth-Tempel. Die Darschen-Erfahrung von Peshapatineth, die er heute machte, scheint anders und größer zu sein als die Darschen von Peshapatineth von gestern. Er sieht Lord Shankar nicht nur mit Freude im Gebiet von Peshapatineth, sondern er erkennt auch eine größere Erfahrung. Ein Besuch in der Region Peshapatineth gibt ihm ein Gefühl der Glückseligkeit, die Art von Freude, die er noch nie zuvor erlebt hatte. Während er in der Region Peshapatineth umherstreift, kann er an den Orten herumwandern. Dann knurrt der Magen, Magenknurren zeigt an, wann es Zeit zum Frühstücken ist. Er hatte nicht einmal eine Uhr dabei. Er fragt den Herrn, den er dort getroffen hat, wie spät es ist. Der Herr sieht Basante einen Moment lang an und sagt, es ist fast zwölf Uhr, Bruder. Basante sagt, Bruder, wo kann man hier ein Hotel finden, das zumindest für das Geld sauberes, reines und einfaches Essen bietet? Der Herr sagt, noch einmal hinsehen sagt, Bruder, warum brauchen Sie ein Hotel? Er serviert dort Essen. Gehen Sie dorthin und essen Sie Milch, Reis und Gemüse umsonst. Der Herr zeigt mit dem Finger auf diese Stelle und geht vorwärts. Basante ist wieder einmal verwirrt. Anderen zufolge war Kathmandu für ihn nicht so einfach. Peschapathes Reise ist Sidras Sache. Er hatte dieses Sprichwort schon oft im Dorf gehört. Heute war dieses Sprichwort plötzlich frisch in seiner Erinnerung. Bewegt sich jedenfalls leise in Richtung Essbereich. Manche Leute stehen Schlange, um Pudding und Gemüse zu essen. Er sitzt auch problemlos in der Schlange und isst immer mehr heißen Pudding und Gemüse. Während er Milchreis hinzufügte, dachte er nicht, dass er später um Geld bitten würde. Aber er vertraut auf die Worte des Herrn, den er zuvor getroffen hatte. Er ist also nachlässig. Nach dem Verzehr von Milchreis bewegen sich alle Milchreisesser. Niemand kümmert sich um sie. Dann ist er sicher, das Essen ist kostenlos. Hat er hier immer kostenlose Mahlzeiten im Kopf? Es stellt sich die Frage. Die Antwort lässt sich in seinem Kopf nicht finden und er fragt einen anderen Herrn, den er dort trifft. Bruder, das Essen ist hier immer umsonst, nicht wahr? Er stellt dem Herrn eine Frage nach dem Ort, an dem er zuvor gegessen hat. Der Herr sagt, Bruder, nicht nur hier, hier und da gibt es mittags immer Mittagessen. Deshalb geht der Herr an sein Ziel. Jetzt hat Basante die Gewissheit, dass er in Kathmandu nicht verhungern wird. Er möchte jedoch fragen, ob er für immer in Dharamschala bleiben kann oder nicht, er möchte sicher sein. Worüber man sich Sorgen machen muss, wenn der Magen voll ist. Basante beobachtet die Situation von hier und da. Dort sieht er das Kiri-Japutri-Gebäude, irgendwo einen badenden Bach, irgendwo das Summen eines Pandit, irgendwo den dichten Menschenverkehr und sogar etwas Rauch, der hinter dem Gebäude aufsteigt. Für heute war sein ursprüngliches Problem gelöst. Doch er fängt an, an die kommenden Tage zu denken. Er möchte jemanden treffen, der Vaters Freund Harinarayan kennt, und fragen, ob dort jemand gefunden wurde. Von den Menschen, die dorthin kommen, lässt sich jedoch nicht feststellen, dass irgendjemand den Astrologen Harinarayan kennt. Damals erinnert er sich, was Sundar Lavati gesagt hat, er kennt Damaks Kanal in Kathmandu. Selbst wenn sie es nicht wissen, kann er es irgendwie herausfinden. Er schaut auf die Handynummer, die Sundar Lavati notiert hat, aber es gibt kein Handy, das er anrufen kann. Er findet eine Lösung und wählt mit jemandem eine Handynummer. Von dort ertönt eine Stimme, in dieser Zeit ist das von ihnen angerufene Mobiltelefon ausgeschaltet. Ebenso beginnt am nächsten Tag auch Basante mit dem Darschen von Pesha Petinev. Er wird einigermaßen erfahren, er hat einen Zustand erreicht, als ob er mit manchen Menschen vertraut wäre. Es war etwa 12 Uhr nachmittags. Die Person, die am Vortag dort das Essen serviert hat, ruft ihn an und fragt, wird der Bruder das Essen bekommen? Ja, Basante stimmt der Antwort kurzzeitig zu. Der Mann fragt noch einmal, wie viele Leute sind da? Basante antwortet sofort, ich bin allein. Der Mann sagt, das Essen wird fertig, wenn sie Freizeit haben, kommen sie mit mir. Der Mann geht vorwärts. Wenn der Geber, der das Essen verwaltet, sagt, dass etwas angenommen werden muss, folgt ihm Basante. Sie gingen zum Flussufer. Dort wird eine Person gefunden, die wie ein Mönch aussieht. Basantes Essenslieferant teilt dieser Person mit, dass Babaji das Essen annehmen soll. Babaji sagt, er könne es nicht essen, dann geht er zu jemand anderem und bittet um heilige Speise. Er sagt, er kann nicht essen. Dann wird eine andere Person, die wie Baba aussieht, gebeten. Etwas zu essen zu gehen. Er sagt auch, dass auch er nicht essen kann. Nicht nur Basante, sondern auch der Essensanbieter von Basante ist überrascht. Der Essenslieferant fragt Babaji, was der Grund für die Essensverweigerung sei. Ein kluger Kleiner weist Baba darauf hin, dass er etwas zu essen bekommen kann, dafür aber die Erlaubnis des Chefs braucht. Der Essenslieferant von Basante geht zu Bosa Baba, der von Baba angegeben wurde, und fleht. Bitte, musst du Baba essen? Bosa Baba sagt, wie viele Menschen sollten essen? Nachdem er Bosa Babas Frage gehört hatte, sagte der Lebensmittellieferant, Essen für 20 Personen ist fertig. Du solltest essen müssen. Bosa Baba sagt, die Jungen dürfen das Essen essen. Aber die Jungen verlangen 100 Rupien pro Person, die es bereitstellt. Wenn sie einverstanden sind, werden sie es essen. Ansonsten versuchen sie es für andere. Basante ist überrascht, Bosa Babas Antwort zu hören, aber selbst der Essenslieferant findet sie ebenfalls überraschend und sagt, Babaji schlägt noch einmal vor, sich nicht die Mühe zu machen. Aber in diesem Kreis gibt es keine Tradition, zu essen, ohne Geld zu nehmen. Schließlich fleht der Kälterer Bosa Baba an. Babaji im Verhältnis 50, 20 Menschen mussten essen. Danach stellt Bosa Baba eine Bedingung. Wenn sie für 50 Rupien essen müssen, werden sie nicht gezwungen, mehr zu essen. Es wird eine Vereinbarung getroffen, Essen bis zu 50 Rupien zu haben. Basante und der Essensgeber kehren in Begleitung von 20 Baba-ähnlichen Personen zum Ort zurück, an dem das Essen serviert wird. Das Essen ist fertig, alle essen hastig, nehmen Geld und machen sich auf den Weg zu ihrem Ziel, doch Basante findet dieses seltsame Ereignis, das er weiter beobachtet. Basante beobachtet dort. Heute ist der letzte Tag von Kiria, dem Verwandten des Nahrungsmittelproduzenten. Die Schlange der Menschen, die sich treffen und treffen, wird immer länger. Selbst wenn Verwandte zum Essen aufgefordert werden, essen sie unter Ausreden nur eine Frucht. Peschapatis Bettler stirbt nicht vor Hunger, dieses Sprichwort hörte Basante im Dorf. Dieses Sprichwort ging ihm heute durch den Kopf. Basante verbringt diesen Tag auf die gleiche Weise. Abends geht er nach Dharamschala und schläft. Aufgrund des Schlafes vom Vortag schläft er gut. Er träumt, wenn er schläft. Kanal kommt in seinem Traum. Auch Kanals Bekanntschaft mit seinem Freund, dem Astrologen Harinarayan, ist alt. Weil Kanal ihn dazu brachte, Mithyububa kennenzulernen, machte ihn der Traum dieser Nacht glücklich und sicher. Basante steht morgens früh auf. Basante nahm ein Bad in Dharamschala, besuchte Peschapatinef und kehrte bald zurück. Die meisten Menschen bleiben nicht lange in Dharamschala. Sie kommen, bleiben ein paar Tage und gehen dann wieder. Basante befürchtet, dass ihr Aufenthalt in Dharamschala lange dauern wird. Er denkt daran, Kanal anzurufen und ihn zu treffen. Er greift auf das System der kostenlosen Nahrungsaufnahme zurück, anstatt bezahlte Nahrung zu sich zu nehmen. Milch, Reis und Gemüse essen viel. Und er ruft Kanal vom Mobiltelefon eines Mannes aus an. Als Kanals Telefon klingelt, freut sich Basante ums Herz. Basante sagt, Hallo. Kanal Onkel Namaste Kanal fragt, Hallo, mit wem möchtest du sprechen? Basante sagt, Ich bin Basante aus Panjta. Ich sollte dich sowieso treffen. Ich wohne in Dharamschala in Gaushala. Kanal fragt, Warum in Dharamschala? Antwort von Basante, Onkel. Ich bin zum ersten Mal nach Kathmandu gekommen. Ich habe ihre Telefonnummer von Sundar Lavati aus Dhammak erhalten. Kanal fragt, Und dass Sundar weg ist? Basante antwortet, Er war von Kalanki weg und machte sich auf den Weg nach Lalitpur. Was ist die Arbeit? Kanal, Und warum hat er meine Nummer gegeben? Basante, Deshalb kennen Sie den Freund meines Vaters. Kanal, Wie heißt der Freund deines Vaters? Was machen Sie? Basante, Der Astrologe ist Harina Rayan. Ist Harina Rayan Dai nicht ein Astrologe, der in Gaurichat lebt? Basante sagt, Ja, Ja. Er lebt in Gaurichat. Kanal, Ah, Junge, tu das und jetzt solltest du Dharamschala verlassen. Kommen Sie mit dem Bus hierher. Baba Mahal kommt zuerst mit Gepäck. Kommen Sie mit dem Bus. Nachdem Sie Baba Mahalchuk erreicht haben, steigen Sie aus und gehen Sie hinter das Handelsministerium. Kanal ist allen Ladenbesitzern bekannt. Komm bald. Sorgen wir für das Geld. Ich war besorgt. Basante sagt, Okay, Onkel. Nach dem Gespräch mit Kanal endet die gesamte Verwirrung von Basante. Warum eine solche Welle auf ihn kam, weiß er selbst nicht. Zum Abschluss des fünftägigen Aufenthalts in Dharamschala nahm Basante einen Bus nach Baba Mahal. Da dachte, Wie geht es Onkel Kanal, als er im Bus saß? Der Bus hält an jeder Station und erreicht Baba Mahal in einer Stunde. Steigen Sie zusammen mit Ihrem Gepäck in Basante aus dem Bus. Nachdem wir Baba Mahal auf der linken Seite betreten haben, sitzen einige Leute auf einer langen Bank vor einem Hotel und unterhalten sich. Basante geht zur Seite und fragt, Wo wohnt hier der Onkel von Kanal? Einer der Leute, die in diesem langen Mann sitzen, stellt die gegenteilige Frage, Ist es Kanal, von Damak? Basante schüttelt den Kopf und sagt, Ja. Dann stand einer der Leute, die dort saßen, auf. Kam ein Stück in Richtung Straße und zeigte Basante den Weg. Von hier aus fahren sie geradeaus und biegen leicht nach links ab. Nehmen sie dann die Straße auf der rechten Seite und fragen sie, wo sie abbiegen. Dann ist Kanal jedem Ladenbesitzer bekannt. Sie werden genau ankommen. Geh fragen. Wenn sie fragen müssen, fragen sie nicht die Spaziergänger, sondern den Ladenbesitzer. Der es vielleicht nicht weiß. Basante wurde glücklich. Die Popularität von Kanal Ankel ist gut. Nachdem er einige Zeit gelaufen ist, fragt er in einem Geschäft nach. Er sagt noch ein bisschen weiter und fragt dann noch ein bisschen weiter und von da an sagt er noch ein bisschen weiter. Er fragt weiter. Onkel, Kanal sitzt auf der anderen Seite. Die Beliebtheit von Kanal Onkel bei den Ladenbesitzern kann auch ein besonderer Grund sein. Egal was passiert, er geht zu Kanal Onkel. Kanal Onkel sitzt im Zimmer. Eine Küche und ein weiteres Schlafzimmer. Es gibt zwei Betten im Schlafzimmer und ein Bett in der Küche. Kanal Onkels vierköpfige Familie, darunter zwei Söhne. Kanal, der ein charmantes Wesen hat, war klug, aber hilfsbereit. Basante wurde gut aufgenommen. Onkel Kanal sagte seinem Sohn, er solle Tee mit Milch und Zucker kochen. Der jüngere Sohn ist ein Zwölftklässler, aber er hat Angst, Dinge zu holen. Vater sagt, dass es überall nur zu bezahlen gibt. Ich schäme mich zu gehen, sagt der Sohn. Kanal sagt, gehen Sie etwas weiter zum Laden und sagen Sie, dass Baba es Ihnen geben wird. Der Sohn kommt schon lange und kommt mit Milch und Zucker. Basante ist sehr glücklich in der Wohnung in Kanal. Tatsächlich ist der Ursprung von Kanals Familie auch Panjta. Deshalb stehen sie sich emotional nahe. Kanal hat eine gute Bekanntschaft mit Harinarayan, dem Freund von Basantes Vater. Und trifft sie von Zeit zu Zeit. Kanal kennt das Horoskop des Astrologen Harinarayan gut, der viele Geburtshoroskope sieht. Das Geschwätz zwischen Kanal und Basante läuft gut. Kanal sagt, Bo, bleib ein paar Tage bei mir. Danach bringe ich dich zum Haus des Freundes deines Vaters. Basante, okay, Onkel. Kanal, ich werde dir morgen alles durch Kathmandu zeigen. Sie sollten auch Kathmandu besuchen. Basante, kannst du eine so große Stadt an einem Tag besuchen, Onkel? Kanal sagt, man muss wissen, wie man reist. Es macht Spaß. Mach dir keine Sorgen, Junge. Basante sagt, okay, Basante lernt alle Mitglieder der Familie Kanal kennen. Er findet alle lustig. Es fühlt sich an wie eine Familie nahe Verwandter. Der nächste Tag ist hell. Am Morgen werfen Journalisten in der Wohnung von Kanal die Zeitungen weg. Kanal kann all diese Zeitungen morgens beim Tee und Frühstück lesen. Gut ist auch die Menschenmenge, die morgens kommt. Um Kanal zu treffen, laut Basante reicht Kanals Bekanntschaft vom König bis zum Volk, von Nepal bis Amerika. Nach Tee und Frühstück macht Kanal Basante fertig, indem er sagt, dass er Kathmandu besuchen muss. Nach zweimaligem Treten des Fahrrads startet das Fahrrad. Nach dem Frühstück nahmen sie das Fahrrad und fuhren nach Kanal und sagten, dass sie nach ihrem Besuch in Kathmandu wiederkommen sollten. Sie erreichen den Kanal Ratner Park direkt mit dem Fahrrad. In zwei Minuten beschreibt er Ratner Park und bewegt das Fahrrad vorwärts. Dann das Polizeibüro Hanuman Doka. Und dann zeigen sie das Sundhara-Gefängnis. Dann umrunden sie Singadaba und schließlich nehmen sie Peshapati und umrunden Brahmanal. Das unterhalb von Garte-Vaitia liegt und kehren mit dem Fahrrad nach Babamahal zurück. Das Essen wird im Zimmer zubereitet. Sie essen Essen. Nach dem Essen fragt Basante Onkel, Onkel. Kathmandu ist alles herumlaufen Kanal. Das ist es, junge Kathmandu. Leicht für diejenigen, die es verstehen. Unruhig für diejenigen, die es nicht verstehen. Basante, ist das leicht zu verstehen. Onkel, Kanal sagt. Junge, du wirst es langsam verstehen. Wen interessiert das? Basante, ja, Kanal. Ich habe morgen eine dringende Besprechung. Übermorgen früh werde ich dich zum Haus des Freundes deines Vaters bringen. Um bereit zu sein, machen sie heute einen Spaziergang darum herum. Ein großgezogener Hund tötet keine Antilope. Nachdenken über es fällt Basante auch schwer, die Dinge von Kanal Onkel zu verstehen. Ob sie es verstehen oder nicht, sie haben das Gefühl, dass die Menschen gut sind. An diesem Abend und am nächsten Tag wandert er allein durch Bavaramahal. Basante stellt sich vor, dass er bald die Freundin seines Vaters treffen wird und dass ihre Zukunft schön sein wird. Er schreibt heute in seiner Freizeit einen Brief und schickt ihn an seinen Vater. Die Filiale der Post befindet sich in Bavaramahal. Es ist auch einfach, einen Brief an ihn zu schicken. Am nächsten Morgen bringt Kanal Basante zum Astrologen Harinarayan und setzt sie auf sein Fahrrad. Als Kanal Harinarayans Haus bewacht, erreichen sie ihn sofort. Viele Dinge spielen in Basantes Kopf, wenn er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist. Unterdessen erreichen sie das Haus des Astrologen Harinarayan. Das Haus des Astrologen Harinarayan verfügt über ein größeres Gelände als Basante erwartet hatte und bietet Platz für acht oder zehn Autos. Auch das Auto des Astrologen Harinarayan ist teuer. Im Erdgeschoss befindet sich das Fahrradzimmer des Astrologen Harinarayan. Im Großen und Ganzen suchen Menschen mit hohem sozialen, wirtschaftlichen und politischen Zugang in Nepal sowie Familienangehörige und Geschäftsleute indischer Herkunft die Dienste des Astrologen Harinarayan auf. Der Lebensstil des Astrologen Harinarayan ist aristokratisch. Sobald er Kanal sieht, umarmt ihn der Astrologe Harinarayan. Ihre Affinität scheint sehr intensiv zu sein. Kanal und Basante werden im Besprechungsraum im dritten Stock herzlich willkommen geheißen. Der Tee kommt direkt ins Wohnzimmer. Jeder kennt jeden offen. Auch Harinarayans Frau kommt ins Wohnzimmer. Kanals Bekanntschaft mit der Familie der Astrologen reicht weit zurück. Während Astrologen sich mit rituellen Angelegenheiten auskennen, sind Kanale in praktischen Angelegenheiten sehr geschickt. Kanal enthüllt neue Fakten über die Beziehung zwischen dem Astrologen Harinarayan und Basante. Kanal sagt, Hör zu, Bruder, ich stimme zu, dass du ein Gelehrter bist. Aber es gibt ein Geheimnis des Lebens, das du vielleicht bis heute nicht gekannt hast. Astrologe, was ist los? Kanal, Bruder? Kanal, heute erzähle ich das wichtige Ereignis des Lebens hier. Auch der heutige Zufall ist so groß, dass er offengelegt werden muss. Denn hier sind heute Schwägerinnen, du und ich. Ich möchte es dir nur sagen, wenn du es hören willst. Sonst sag es nicht. Harry Bruder, Astrologe, es muss heute erzählt werden. Kanal Bruder. Kanal, die Geschichte ist interessant, wichtig und angemessen, sie heute zu erzählen. Astrologe, hören Sie jetzt ohne Verzögerung zu. Kanal, dann hör zu. Harry Narejens Bruder und Vasan Fesvater schlossen sich der Freundschaft nicht an, als sie jung waren. Ich hielt den Vater von Harris Bruder für einen großartigen Vater. Vater liebte seinen Bruder Harry sehr. Harris Bruder war von Geburt an sehr krank. Egal wie viele Medikamente er auf dem Berg ausprobierte, es half nichts, woraufhin der Vater zu einem Astrologen, Dan Kuta, ging, um die Identität seines Harry Bruders zu zeigen. Es ist unwahrscheinlich, dass dieser Junge überleben wird, nachdem der Astrologe das Ritualsystem gesehen hat. Sie sagen, dass die Planetenbedingungen sehr streng sind. Der Vater von Harris Bruder ist sehr besorgt darüber, was passieren wird, und bittet um eine Lösung. Der Astrologe empfiehlt, ihn mit einem gleichheitrigen Jungen anzufreunden. Die Planetenposition des Sohnes ist umgekehrt. Wenn etwas passiert, wird es dem Jungen passieren. Sie sagten, selbst wenn ich sterbe, würde derselbe Junge sterben. Harry Bruder war damals drei Jahre alt. Auf der Suche nach einer Freundschaft mit einem gleichheitrigen Jungen wurde Basantes Vater gefunden und Freundschaft geschlossen. Harris Bruder ist seit seinem Todestag nicht mehr krank geworden. Vater war besorgt. Mit Tulabuba ist der Vater von Harris Bruder gemeint. Wenn er herausfinden will, wie es seinem Sohn geht, sollte er auch ein paar Klamotten mitbringen. Basantes Vater ist von Zeit zu Zeit krank. Und nachdem Harris Bruder fünf Jahre alt war, ging der Vater von Harris Bruder erneut nach Dankuta, um denselben Astrologen zu treffen. Es ist Zeit für meinen Sohn zu lernen. Ich möchte meinem Sohn Astrologie beibringen. Es wurde gefragt, ob oder nicht. Mit der Aussage, dass die Dinge sehr gut seien, hat der Astrologe dem Vater des Bruders Harry den richtigen Rat gegeben. Derselbe Astrologe gab die Adresse eines Guru Ashrams in Veneras an und bat ihn, ihn zur Lektüre zu schicken. Im selben Ashram nahm Vater Harry Bruder zum Lernen mit. Und sie sind Astrologe und Gelehrter geworden. Harry Bruder, das kleine Geheimnis. Wie man Astrologe oder Experte wird, wurde mir vor langer Zeit von deinem Vater verraten. Er sagte, ich solle es niemandem erzählen. Aber heute ist Basante mutig von Panjta nach Kathmandu gekommen, weil er eine höhere Ausbildung machen möchte. Der Harry Narayan Astrologe, ein Freund meines Vaters, weiß es auf der Straße und fragte, der Tag ist stark, wo bin ich hergekommen? Ich habe ihn hierher gebracht. Jetzt Harry Narayan Bruder. Basante kümmert sich um sie. Es wird ihnen auf jeden Fall von Nutzen sein, wenn sie ihm so viel beibringen, wie er lesen möchte. Kanal beendet diese Angelegenheit hier. Die Ohren aller Anwesenden waren richtig aufgerichtet. Alle hörten dieser Geschichte mit Interesse zu. Die Frau des Astrologen Harry Narayan hält Basante an der Hand und sagt, lass uns gehen, Junge, er sollte gebadet werden. Dann musst du essen. Ich zeige ihnen den Ort unten. Basante folgt ihr. Auch Kanal reist von dort ab und bittet um Erlaubnis. Auch der Astrologe Harry Narayan beginnt mit seiner Arbeit. Jetzt ist Basante so etwas wie ein Mitglied des Hauses des Astrologen Harry Narayan geworden. Erstaunlich ist auch das Schreiben des Schicksals. Ein Mensch, den man bis gestern noch nicht kannte, ist heute ein realer Mensch, so wie er selbst. Basante hat nach seinen Vorstellungen das Haus des Freundes seines Vaters auf einfache Weise gefunden. Er ist sich sicher, er hat keinerlei Stress, er denkt in seinem Herzen, dass ich meinem Vater und meiner Mutter ehrlich dienen und die Arbeit erledigen werde, die mir aufgetragen wurde. Als er sein sicheres Ziel erreicht, erinnert er sich noch einmal an seinen Vater und seinen Bruder. Er erinnert sich an das Geld, das sein Vater durch den Ziegenverkauf einsammelte. Er erinnert sich an das, was beim Gehen gesagt wurde. Er erinnert sich an den Vorschlag von Sundar Lavati und er erinnert sich an den Aufenthalt von Dharamschala in Peshapati Gaushala. Vielen Dank an alle. Und er erinnert sich, dass Gott ihn beim Finger nahm und ihn bei seinen Freunden zurückließ. Er fühlt sich gesegnet, dass er Kanal Onkel dabei geholfen hat, ihn hierher zu bringen. Er hält sich für einen großartigen Menschen und dankt ihm aus tiefstem Herzen. Jetzt nennt Basante den Freund seines Vaters nur noch Vater und fängt an, seine Mutter wegen seiner Frau zu nennen. Der wichtigste Rat und die wichtigste Rolle der Frau des Astrologen Harinarayan besteht darin, dass Basante sie auf diese Weise anspricht. Da der Astrologe Harinarayan in Veneras studierte, übt er auch Einfluss auf die Inder aus. Ebenso sind Menschen mit wirtschaftlichem, sozialem und politischem Einfluss in Nepal zu seinen Kunden geworden. Harinarayan hat viel Geld verdient. Seine beiden Söhne studieren in Australien. Sie wollen nicht wirklich nach Nepal kommen. Es gibt eine Frau in den 50ern, die in der Küche arbeitet und das Haus putzt. Es gibt einen Privatfahrer, der mit seiner Familie in einem Zimmer im Erdgeschoss wohnt. Am Tor steht ein Wachmann, welches von Gruppe 4 angeheuert wird. Die Küche befindet sich im obersten Stockwerk des Hauses. Koch, Banks sagt, Tante, ihr Zimmer sei oben. Und im Raum neben der Küche befinden sich verschiedene Gottesdienstgegenstände. Wohnzimmer im dritten Stock des Hauses auf derselben Etage befinden sich weitere Zimmer. Im Raum im dritten Stock befindet sich das Schlafzimmer des Astrologen Harinarayan und seiner Frau. Es gibt ein großes Zimmer, in dem sie schlafen können, wann immer sie wollen. Im zweiten Stock des Hauses ist ein Raum für Basante vorgesehen. Außerdem gibt es einen großen Saal, der als Bibliothek genutzt wird. Zwei Zimmer dienen der Unterbringung von Gästen. Der Astrologe Harinarayan hat die Auszeichnungen und Zertifikate, die er erhalten hat. In allen Räumen im Erdgeschoss aufbewahrt. Basante nimmt alle Informationen über den Zustand des Hauses entgegen. Eines der Gästezimmer ist sehr lang und das andere etwas kleiner. Der Astrologe Harinarayan bediente seine Klienten, indem er in diesem langen Raum saß. Der Vorraum diente als Wartezimmer. Auch Basante hat einen geregelten Arbeitsplan. Sobald er dort eintrat, bekam er auch ein Mobiltelefon. Er geht morgens zum Lernen auf den Campus. Basantes Job ist jetzt ab 10 Uhr im Haus des Astrologen Harinarayan festgelegt. Basante begann als persönlicher Sekretär des Astrologen Harinarayan zu arbeiten. Er ist verantwortlich für die Organisation des Arbeitsplans des Astrologen Harinarayan. Für die Organisation der Termine der Klienten und für die Erledigung anderer Anfalländeraufgaben. Mit der Ankunft von Basante hat sich die Arbeitsbelastung der Frau des Astrologen erheblich verringert. Sie sieht entspannt und glücklich aus wie eine passionierte Mitarbeiterin. Der Astrologe Harinarayan wacht morgens auf, aktualisiert die Nachrichten nach seiner Routine und studiert selbst. Von 9 bis 10 Uhr wird gegessen und bedient. Wenn er in eine angenehme Situation gerät, wie sie denken, ich schaffe das, wird er sehr glücklich. Nun, da Basante diese Situation erreicht hat, glaubt er, dass er in der Lage ist, die Gesellschaft von Kathmandu realistisch zu verstehen und die soziale Situation zu definieren. Nachdem Basante seinen Job angetreten hatte, musste auch der Astrologe Harinarayan auf die Menschen hören, die kamen. Um Ideen zu sammeln, wird dafür gesorgt, dass Basante heimlich in einer kleinen Kabine neben dem darin sitzenden Kunden sitzt. Dies geschieht so, dass der Kunde es nicht erfährt. Daraus wird deutlich, dass Basante ein offenes Ohr für die Probleme und Anliegen jedes Kunden hat. Unter allen ist auch das Zentrum des Astrologen Hernern etabliert, weil es geheim und zuverlässig ist. Eines Tages kommt ein Kunde mit einem teuren Auto. Er ist sehr ängstlich und besorgt. Man sieht sie wie große blonde Gelehrte, die etwa 65 Jahre alt sind. Nachdem alle Verfahren abgeschlossen sind, setzt sich die neue Person auf den vereinbarten Platz vor Harinarayan, um seine Probleme zu schildern und eine Lösung zu finden. Diese Person ist von Beruf ein leitender Anwalt. Der Astrologe sagt, Hallo, setzen wir uns. Wenn man in dieses Zentrum kommt, werden alle Probleme des Lebens beseitigt und die Menschen finden Frieden. Danach können die Menschen für den Rest ihres Lebens glücklich leben. Es ist das Gleiche. Sagen Sie mir, wovon Sie reden. Der leitende Anwaltsguru kam, um dasselbe zu sagen. Mein Geist ist auch sehr gestört. Vielleicht ist es die Frucht der Taten des Lebens. Der Astrologe sagte, Richtig. Menschen können wissentlich oder unwissentlich falsche Handlungen begehen. Daraus werden die Samen der Unruhe gesät. Selbst wenn man gute Taten vollbringt, kommt es manchmal aufgrund der Umstände zu Störungen im Geist. Leitender Anwalt, ja, Guru. Astrologe, genauso wie wenn man zum Arzt geht, muss man von allen Krankheiten erzählen. Man muss sie zeigen. Wir sollten auch über die Erkrankungen schwieriger Organe, geheimer Organe, sprechen. Ebenso müssen sie mir von ihren Lebensproblemen erzählen. Sie müssen die Liste von Anfang an erzählen. Es sollte in gewisser Weise ihre Lebensgeschichte erzählen. Danach wird die Lösung leicht herauskommen. Der leitende Anwalt sagt, Aktion ist wie Frucht. Vielleicht habe ich viele Fehler gemacht. Deshalb bin ich heute unruhig. Astrologe, erzählen Sie die Geschichte des Lebens vor mir. Der leitende Anwalt beginnt die Lebensgeschichte mit den Worten, Guru, vergib mir. Guru, da ich ein Kind einer bürgerlichen Familie war, begann meine Ausbildung auf normale Weise. Nach dem Studium wurde ich Anwalt. Man ging davon aus, dass der juristische Wirtschaftssektor stark sein und viel Einkommen erzielen würde. Aber im juristischen Wirtschaftssektor hatten die Anwälte anfangs nicht einmal Geld für Tee. Mandanten vertrauen nicht, es mangelt an breitem Wissen zu allen möglichen Themen. Auch Anwaltskammern legen keinen großen Wert darauf. Selbst in den Stützpunkten ist es schwierig, sich nicht darum zu kümmern. Ich erreichte eine Situation wie arbeitslos. Danach schien es schwierig zu sein, zu leben. Was ich als nächstes tun sollte, begann in meinem Kopf zu spielen. Eines Tages kam eine Idee. Eröffnen Sie Ihre eigene Anwaltskanzlei. Bieten Sie kostenlose Dienstleistungen zu Frauenproblemen an und verbreiten Sie die Neuigkeiten. Danach begannen einige Frauen zu kommen, um ihre Probleme zu schildern. Petitionen zu schreiben und Beschwerden zu verfassen. Meine Anwaltskanzlei schien langsam zu laufen. Jetzt kamen langsam noch mehr Leute. Nach und nach begann auch die einkommensschaffende Arbeit. Von diesem Tag an wurde mir klar, dass ich Anwalt bin und nie auf Geld geachtet habe. Auf Kosten des Anwalts wuchs mein Ruhm. Ich fing an, Spaß am Necken zu haben, wenn nette Kundinnen kamen. Obwohl ich damals verheiratet war, fing ich an, die schönen Mädchen, die ins Büro kamen, zu necken und zu berühren. Allmählich wurde die Angewohnheit schlimmer. In den darauf folgenden Tagen begann ich, Dienstleistungen für Frauen anzubieten, die die Servicegebühr nicht durch körperliche Beziehungen bezahlen konnten. Während er in den Kreis der Anwälte ging, begannen sich auch Freunde zu outen, die ihn als verdienten Anwalt beneideten. Die Tage vergingen. Der Zeitpunkt schien für mich reif zu sein. Die wirtschaftliche Entwicklung vollzog sich Tag für Tag. Obwohl seine Frau von Zeit zu Zeit Zweifel hatte, war sie froh, dass er ein verdienender Ehemann war. Mutter, Vater, Schwiegermutter, Schwiegervater waren alle glücklich. Früher laufe ich mit dem Fahrrad. Jetzt laufe ich mit dem Auto. Als ich die Gesellschaft gründete, änderte sich auch ihre Sicht auf mich. Ich habe mich als prominente Person in der Gesellschaft etabliert. Es gab politische Parteien im Land. Verschiedene Parteien zogen mich immer wieder an. Ich habe früher auch die Partei gewechselt, um Kompatibilität zu finden. Auch beruflich war meine Kanzlei sehr etabliert. In den letzten Tagen habe ich mich auch von einem Generalanwalt zu einem leitenden Anwalt entwickelt. Ich habe auch erfahren, wie man ein leitender Anwalt wird. Neue Juristen wollten in meine Anwaltskanzlei kommen, um sich weiterzubilden. Früher habe ich weibliche Anwälte den jungen Anwälten vorgezogen. Sie haben auch mit mir rumgehangen. Nach und nach gerieten neu eingetretene Anwältinnen in meine Fänge. Nach und nach nahm ich sie mit zum Vorbezirksgericht und auch zu den Sitzungen. Viele Mädchen, die jünger als ich waren, wurden meine Freundinnen. Von Zeit zu Zeit habe ich Beziehungen zu ihnen aufgebaut. Ich schwelgte in dieser Kultur so sehr, dass Anwälte, die als Anwälte tätig waren, schwanger wurden. Ich konnte sie nicht davon abhalten, Mütter zu werden. Früher habe ich meinen sozialen Respekt ausgenutzt und sie geheiratet. Früher habe ich einige Ausgaben bezahlt. Vielen Mädchen geht es gut. Er hat seinen Haushalt und sein Geschäft mit Respekt geführt. Einige sind sogar beschädigt. Viele Leute haben Immobilien gekauft. In meiner 40-jährigen juristischen Laufbahn habe ich weit über 500 Frauen betreut. Es gibt jedoch keinen Frieden im Herzen. Jetzt, im Alter, muss ich mich den Drohungen vieler Frauen stellen. Ich musste auch der Erpressung verfallen. Ich bin sehr verstört. Durch meinen Verdienst kann ich viele Menschen finanziell unterstützen. Man muss Tricks bekommen, um zu verdienen. Auf meiner juristischen beruflichen Laufbahn gab es viele Tricks. Als mich der Industrieminister anrief, ging ich hin. Er sagte, sie wurden in vielen Branchen als Berater eingestellt. Du bekommst von überall 10 Millionen, aber nur 40% gehören dir. 60% gehören mir. Erstellen sie eine Datei und reichen sie diese ohne Unterschied zwischen der Einkommensteuer und der Behörde ein. Allerdings war ich es auch gewohnt, den ganzen Tag um die Führungskräfte herumzugehen und abends zum Klatschen zu den Industriellen zu gehen. Nachdem er sich als Marke einen Namen gemacht hatte, verlangte er für die Argumentation außerhalb des Gerichts hundertmal mehr Honorare als für die Argumentation vor Gericht. Es wurden auch verschiedene Arbeiten durchgeführt, die sich mit den Problemen befassten, die von der Regierung kamen. Heutzutage bin ich Opfer von Juristen geworden, die in meiner Anwaltskanzlei studiert haben. Ich leide unter Erpressung und Telefonfolter. Ich kann nicht einmal zur Polizei gehen. Was in der Gesellschaft respektiert wird, das möchte ich nicht verlieren. Mein Geist ist sehr gestresst. Der Guru musste mir den Weg zum Frieden zeigen. Astrologe, ich habe Ihnen die ganze Liste erzählt. Es ist in Ordnung, keine Panik. Sein Fehler wird beseitigt. Am kommenden Montag soll das Mantra des Planetenfriedens gesungen werden. 150.000 Gebühr davon soll ich das Anbetungsmaterial kaufen? Der leitende Anwalt sagt, akzeptiere den Zettel. Okay, Guru. Der Astrologe Hari Narayan geht ebenfalls hinaus, nachdem der leitende Anwalt gegangen ist. Basante kommt aus der dort hinten eingebauten Kabine. Der Hauptkunde dieses Tages ist der leitende Anwalt. Danach braucht Basante nicht mehr über den allgemeinen Kunden zu sprechen. Basante, geboren in einem hügeligen Dorf in Panjta und aufgewachsen im Klima dieses Ortes, bekommt ein Gefühl für die verschwörerische Gesellschaft von Kathmandu in diesen Tagen. Aus dieser Umgebung werden ihm verschiedene Dinge bewusst. Auch wenn der Astrologe Hari Narayan nicht da ist, arbeitet er treu. Sowohl Vater als auch Mutter sind mit seiner Ausdauer und harten Arbeit zufrieden. Seit Basante kommt, strahlt das Astrologiezentrum heller. Als er am Morgen zum Lernen auf den Campus ging, waren nicht nur seine Freunde, sondern auch seine Lehrer von den Erfahrungen Basantes beeindruckt. Er zeichnet sich durch hervorragende Studienleistungen aus. Der Respekt vor Baba-Astrologe Hari Narayan bleibt in meinem Herzen hoch. Den gleichen Respekt zeigt er seiner Mutter gegenüber. Und den gleichen Respekt zeigt er auch gegenüber dem Kunden. Als Basante gegen 9 Uhr vom Campus kommt, fragt der Astrologe Basante, warum du immer so früh vom Campus kommst. Basante, nein, Vater, ich werde mein Studium auf dem Campus finanzieren und mir meine Arbeit nicht verderben lassen. Astrologe, nachdem du gekommen warst, sagte mein Vater zu mir, was suchst du? Und hör zu, ein VIP hat sich morgen Zeit genommen. Hören sie dasselbe wie heute? Basante, ja, nach der Arbeit des Tages, wenn man abends zu Bett geht, stellt sich Basante vor. Wird ein Anwalt wie der Vorherige kommen oder wer wird kommen? Am Ende denkt er, ah, du wirst morgen wissen, warum du Kopfschmerzen hast. Basante kommt am nächsten Tag früh vom Campus und erinnert sich noch gut daran, woran der Astrologe Baba am Vortag erinnert hat. Gegen 10 Uhr morgens fährt ein teures Auto mit schwarzer Farbe auf das Gelände des Astrologenzentrums. Das Sicherheitspersonal unten hilft dabei, das Auto auf einer Seite zu halten. Der Fahrer dieses Autos sitzt im Raum darunter und schaut sich die Zeitschrift an, während die VIP-Kunden, die darin einsteigen, das Servicezentrum des Astrologen Harinarayan erreichen. Diese VIPs werden gemäß den Regeln zu ihren Plätzen gebracht. Auch die VIPs von heute sehen aus wie 64 und 65. Im ersten Gespräch mit dem Astrologen erfährt Basante, dass es sich bei der Person um einen kürzlich passionierten Richter handelt. Basante hatte noch nicht einmal einen guten Anwalt gesehen, bis er zum Astrologen kam, und was war mit dem Richter? Heute hatte er Gelegenheit, den Anwalt zu interviewen. Heute mit dem Richter. Bevor der Dialog zwischen dem Astrologen und dem Klienten in Gang kommt, entsteht für ihn ein ausgewogenes Bild des Richters. Bald beginnt der Dialog, ehemaliger Richter sagt Guru Darschen. Antwort des Astrologen Darschen. Der ehemalige Richter sagt, wo findet der Geist eines Menschen Frieden und Guru, wer keinen Job bekommt, wie bekommt man einen Job? Danach die Spannung des Aufstiegs. Und wieder die Spannung des Familienfortschritts. Viele berufliche Spannungen. Heutzutage gibt es auch nach der Pensionierung Spannungen. Guru mein Geist war sehr verwirrt. Der Geist soll zur Ruhe kommen. Der Astrologe sagt, jetzt wird alles gut. Nehmen Sie es nicht als selbstverständlich hin. Der ehemalige Richter sagt, das ist es, Guru. Astrologe sagt, um eine Lösung für ein Problem zu finden, sind Informationen aus der Vergangenheit erforderlich. Dieser spätere Lebensabschnitt ist nicht dazu gedacht, das Leben in Aufruhr zu halten. Wenn Sie offen darüber sprechen, wie Sie sich während der Dienstzeit in Ihrem Leben verhalten haben, wird dies dazu beitragen, inneren Frieden zu schaffen. Ehemaliger Richter fragt, nicht über die Vergangenheit und die Materie sprechen. Astrologe sagt, die gleiche Vergangenheit hat jetzt für Unruhe gesorgt. Dieses Alter ist das Produkt vergangener Handlungen. Ehemaliger Richter sagt, was auch immer jetzt passiert. Der Guru sollte dem Geist Frieden geben. Wie oft war ich beim Arzt? Der Arzt sagt, dass ich nicht kann. Viele meiner Freunde sagen, dass sie seit ihrer Ankunft hier Frieden in ihren Herzen gefunden haben. Der Astrologe sagt, natürlich wirst du auch Frieden finden. Führen Sie nun einen kurzen Überblick über ihre Geburt, Ausbildung, Beschäftigung und ihren Ruhestand. Der ehemalige Richter sagt, ich wurde in einer normalen Familie im Bezirk Kavre geboren. Unsere Familie war eine Bauernfamilie. Obwohl es sich bei dem Ackerland um Land handelte, gab es trotz harter Arbeit eine Situation, in der es nicht genug Nahrung gab. Ich schloss meine weiterführende Ausbildung im Dorf ab, kam dann nach Kathmandu und begann wie meine Brüder und Schwestern im Dorf zu lernen. Während unseres Studiums lebten wir zu viert oder zu fünft zusammen in einem Zimmer. Ich habe Jura studiert, habe auch eine Anwaltslizenz erhalten. Damals wurde eine Stelle im Justizbereich frei. Ich habe den Job eingegeben. Später wurde ich Bezirksrichter und trat in den letzten Phasen meiner Karriere als Richter am obersten Gerichtshof in den Ruhestand. Das ist mein kurzes Leben, Guru. Der Astrologe sagt, auf diese Weise wurde der Arbeitszyklus eines einfachen Bauernsohns im Dorf abgeschlossen. Aber wie wurde die Arbeit in Bezug auf die Gerechtigkeit durchgeführt? Das ist die Wurzel Ihrer heutigen Unruhe. Halten Sie auch die Verfahren und Störungen während der Rechtspflege offen. Mit anderen Worten, machen Sie deutlich, was Sie getan haben, um der Gerechtigkeit gerecht zu werden. Der ehemalige Richter sagt, Guru, ich werde dir alles erzählen. Allerdings ist dies nur auf den Guru und mich beschränkt, ja. Das sollte es sein, der Astrologe sagt. Darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es wird passieren. Der ehemalige Richter sagt, Guru, ich bin in einem Zustand, in dem ich vergesse, wie viele gute Dinge ich in meinem Leben getan habe. Wenn ich jedoch auf mein eigenes Leben schaue, verspüre ich auch Bedauern. Es gibt auch etwas Hass. Vieles scheint falsch gemacht worden zu sein. Ich fühle mich sehr beunruhigt über das, was ich heute getan habe. Der Astrologe sagt, Sagen Sie, ehemaliger Richter spricht, ich habe den Job als erster angenommen. Bevor ich den Job antrat, hatte ich einen großen Sinn für Patriotismus. Am Anfang muss man Geld nehmen. Während man Gerechtigkeitsarbeit leistet, man hatte nicht einmal gedacht, dass Geld kommen würde. Dies wird jedoch weiterhin in nepalesischen Berufen passieren. Irgendwie kommt das Geld. Manchmal liegt das Geld unter der Verwaltung des Pfandleiers, manchmal unter der Verwaltung des Anwalts und manchmal unter der Verwaltung des Mittelsmanns. Auf diese Weise floss bei fast jeder geleisteten Arbeit viel Geld ein. Astrologen wollen mehr wissen und sagen, und andere Ex-Richter sagt, das sage ich dir, Guru. Zuerst war es ihm egal. Doch später wurde er geldsüchtig. In einigen Strafsachen wurde auch das von der Staatsanwaltschaft vorbereitete Urteil vereinbart. Es gab Einstellungen von der Polizei über den Staatsanwalt bis zum Gericht. Im Falle der Tätigkeit als Richter im Bezirk wurde Eigentum hinzugefügt, das sieben Generationen überdauert. Im Namen der Ehegatten wurde ausreichend Land gekauft. Astrologe sagt, das Einkommen ist gut. Und dann sagen sie weiter. Ehemaliger Richter sagt, Bezirksgericht. Weil Geld durch Spaß verdient wurde, versuchte ich auch, mein Hobby auf eine andere Art und Weise darzustellen. Damals, als ein Fall entschieden werden sollte, schlug ein Mediator vor, dass sie das Geld nicht ausgeben, aber kommen und an dem von ihm gewünschten Ort übernachten könne. Der Fall wurde zugunsten der Frau entschieden. Danach fing ich an, in den Ferien mit dieser Frau abzuhängen. Aber wo ist es einfach, eine Person zu unterhalten, die in einer Position sitzt? Sie werden überall Menschen finden, die sie kennen. Auch hier wäre ich überrascht, Journalisten und Anwälte zu meiden. Um Spaß zu haben, musste ich von einem Bezirk zum anderen gehen. Wie einfach das Leben für uns und Guru wie für gewöhnliche Menschen ist. Astrologe sagt, sagen sie weiter. Ehemaliger Richter sagt, am Anfang galt mein Herz nicht den Frauen. Aber nach und nach wuchs dieser Wunsch und nach und nach wurde er zur Gewohnheit. Mit der ersten Frau hatte ich ein Jahr lang eine geheime Beziehung. Ich muss meinen Mitbewohnern auch Zeit geben. Die Ehefrauen der berufstätigen Person sind psychologisch davon überzeugt, dass ihre Ehemänner sie hier und da behalten sollten. Früher war es einfach, die Zeit rechtzeitig einzuplanen. Aber wenn die Zahl der Frauen draußen zunimmt, wird es schwierig, die Zeit einzuplanen. Zuerst hatte ich eine Beziehung mit einer Frau. Mit dem Bezirkswechsel änderte sich auch die Situation. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. In gewisser Weise war der Spaß am Arbeitsleben anders. Als mein Job im Berufungsgericht des Bezirks gefördert wurde. Aber die Gewohnheit war dieselbe, blieb. Die Verliererseite im Bezirk begann, sich immer mehr zu konzentrieren. Es bestand kein Mangel an Serviceeinrichtungen. Die Leute werden vor dem Richter Angst haben. Anwälte und Angestellte waren es gewohnt, die Dinge selbst zu verstehen, wenn der Richter kam. Wenn irgendein Vorfall bekannt wurde, wurden die Polizeichefs des Bezirks und des Bezirksamts zu helfern. Ich habe auch den Zugriff auf alle Sektoren erweitert. Ich hatte eine sehr enge Beziehung zu den Leuten, die die Regierung regierten, zu fast allen Führern verschiedener politischer Parteien und zu den diplomatischen Leuten der Nachbarländer. Früher dachte ich, ich sei eine sehr mächtige Person. Die Zeit und meine Qualifikationen machten mich zum Richter am obersten Gerichtshof. Ich bin sogar gekommen, um den Traum des obersten Richters zu sehen. Die Zeit hat mir dieses Geschenk nicht gemacht. Bis zu den Bezirks- und Berufungsgerichten wurde eine Art Welt gesehen. Doch nachdem er zum obersten Gerichtshof gelangt ist, sieht die Welt anders aus. Die Gaben, die ich bei der Rechtsprechung bekommen habe, sind großartig. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich mein familiäres Netzwerk auch in Europa und Amerika etabliert. Andererseits wurde in Nepal Gerechtigkeit verwaltet. Die Händler organisierten früher die Menge an fetten Geschenken für meine Familie in Europa und Amerika. Der Nutzen wäre gut. Die meisten meiner Familienmitglieder sind zu großen Geschäftsleuten in Europa und Amerika geworden. Einige mussten in die Namen von Menschen mit Scheinbeziehungen investieren. Darin liegt auch ein Risiko. Auch wir Mitarbeiter haben eine große Verpflichtung. Auch wenn die Managementarbeit schwierig ist, muss sie erledigt werden. Doch heute beginnen diese eigenen Taten mein Herz zu verletzen. Es scheint, dass viele Fehler gemacht wurden. Darüber hinaus fühlte sich mein Körper an, als wäre er gealtert. Nachdem ich zum obersten Gerichtshof kam, Fälle, die beim obersten Gerichtshof anhängig waren, hinterließen bei Anwälten und Richtern einen guten Eindruck. Ich hatte begonnen, der finanziellen Versuchung nachzugeben. Über einen Anwalt wurde damals vernommen, dass der Mandant in diesem Fall auch Möglichkeiten für den Genuss eines 24-jährigen jungfräulichen Mädchens bereitstellen würde. Er war weniger ein Anwalt als vielmehr ein Mittelsmann. Allerdings stand hinter ihm die Anwaltskammer. In den nachfolgenden Ausgaben, die ich herausgegeben habe, gab es zusätzlich zum Betrag auch eine Möglichkeit für jungfräuliche Mädchen. Das Gleiche gilt für Berufserfahrung und Gerechtigkeit. Meine Chance ist vorbei. Ich kam auch aus einer hohen Position. Es gibt auch viele Menschen, die mich im Zusammenhang mit meiner früheren Beziehung und Leistung erpressen und bedrohen. Ich freue mich zu sehen. Allerdings bin ich innerlich sehr beunruhigt wegen mir selbst und anderen. Ich möchte, dass ich den Rest meines Lebens in Frieden verbringe. Deshalb bin ich zu dir gekommen, Guru. Astrologe, lachend, all diese Umstände verursachten. Jetzt danach stehen beide von ihren Sitzen auf. Sein Fahrer wartet unten. Der Ex-Richter verlässt das Zentrum. Danach kümmert sich der Astrologe Harinarayan auch um andere Hilfsaufgaben des Tages. Auch Basante verlässt das Geheimzentrum. Wenn er den Ort verlässt, an dem er den Atem anhält, hat er das Gefühl, als würde er im Freien fliegen. In Basantes Kopf tauchen die Dorfbewohner. Die Dorfumgebung und die Stadtumgebung sowie die Bilder und die Natur der Stadtbewohner auf. Er spürt die Situation und geht voran. Dem Astrologen, den Basante Vater und Mutter für seine Mutter nennt. Mangelt es ihm nicht an Liebe. Von Zeit zu Zeit schickt Basante die Spesenabrechnung auch an seinen Vater und seinen Bruder, die sich dort in Panjta aufhalten. Basante ist gereift. Er versteht das Bild der Gesellschaft besser. Das Gefühl, dass er studieren und dem Land ehrlich dienen sollte, wird in ihm geweckt. Einige Gedanken sind in seinem Herzen entstanden. Ich werde ehrlich arbeiten, auch wenn ich Anwalt oder Richter bin. Das Tempo wird nicht lockerer. Macht eigene Gedanken. Wenn ein gewöhnlicher Kunde kommt, sagt ihm der Astrologe, dass es nicht nötig sei, ihm zuzuhören. Basante wird angewiesen, nur dann im Geheimraum zu sitzen und den Ereignissen zuzuhören. Wenn ein besonderer Kunde kommt, ein ehrlicher Basante tut nur Folgendes. Am nächsten Tag erzählt der Astrologe Baba erneut Basante. Morgen kommt ein weiterer VIP. Sie sollten Vorkehrungen treffen und zuhören. Am nächsten Tag kommt Basante bald vom Campus. Bereitet das Astrologiezentrum vor. Ebenso kommt gegen 10 Uhr morgens ein teures Auto auf das Gelände des Astrologiezentrums. Das Sicherheitspersonal unten hilft dabei, das Fahrzeug auf einer Seite zu halten. Der Fahrer sitzt im Zeitungslesesaal im Erdgeschoss und beginnt, die Zeitung zu lesen, während der VIP das darüber liegende Astrologiezentrum erreicht. Er sitzt gemäß den Regeln. Zu diesem Zeitpunkt hatte Basante den geheimen Raum erreicht. Eine Zeit lang gibt es ein Vorgespräch zwischen dem Astrologen und dem VIP. Basante, der dem ersten Gespräch aufmerksam zuhört, erkennt, dass VIP ein großer Geschäftsmann und Politiker war. Basante ging sehr vorsichtig mit möglichen Problemen wie Husten und Niesen um und saß dort in dem geheimen Raum. In gewisser Weise ist es schwieriger, so zu leben als im Gefängnis. Basante muss da sitzen und sich alles anhören. Bevor er ein VIP-Anführer wurde, war er Geschäftsmann und trat später in die Politik ein, um den Geschäftsmann zu vertuschen. Der Astrologe sagt zu ihm, Geschäftsmann. Basante im Geheimraum von nun an geht der Dialog zwischen dem Astrologen und dem Geschäftsmann weiter. Astrologe sagt, Geschäftsmann, was ist los? Ein Geschäftsmann sagt, selbst wenn wir sagen, dass es nicht richtig ist, gibt es eine Situation, in der es nicht funktioniert, und selbst wenn wir sagen, dass es in Ordnung ist, passiert es nicht. Deshalb kam er ins Zentrum, um frei von Sorgen um die Gegenwart und die Zukunft zu sein. Astrologe, ja, meine Herren, wo wären Sie, ohne hierher zu kommen? Es muss kommen, der Geschäftsmann sagt. Alle Freunde sind hierher gekommen, wenn sie seelisch beunruhigt und ihre Zukunft ungewiss sind. Deshalb bin ich hierher gekommen, Guru. Astrologe, äußere Kontexte auch zu anderen Zeiten. Komm schon, Geschäftsmann, du hättest die Tür der heutigen Not öffnen sollen. Geschäftsmann sagt, okay, Guru, wo fangen wir an? Der Astrologe sagt, wo immer es Knoten im Kopf gibt, sollte das Loch geöffnet werden. Geschäftsmann sagt, Guru, was ist das Beste für mich? Wirtschaft oder Politik? Astrologe, sieht ihm einmal ins Gesicht. Das Geschäft ist gut für Sie, aber Sie können die Politik nicht verlassen. Geschäftsmann sagt, ah, Astrologe sagt, wie sind Sie zum Geschäft gekommen? Sag es mir kurz. Der Geschäftsmann sagt, ich bin nicht aus geschäftlichen Gründen gekommen, Guru, ich wurde in einer Unternehmerfamilie geboren. Mein Vater ist Geschäftsmann. Mein Großvater ist Geschäftsmann und unsere Familie ist schon lange im Geschäft. Der Astrologe sagt, jetzt ist Ihre ganze Familie im Geschäft. Das Problem könnte geschäftlich aufgetreten sein. Sagen Sie mir, was Sie von mir erwarten. Der Geschäftsmann sagt, lass mich dir zuerst den Hintergrund erzählen. Guru, beginnt seine Kurzgeschichte zu erzählen. Das Hauptgeschäft unserer Familie ist das Geschäft. In der frühen Gesellschaft gab es nur wenige Bedürfnisse und auch wenige Güter. Selbst wenn es einen entsprechenden Handel gäbe, gäbe es einen Gewinn. Das zu Zeiten meines Großvaters übliche Geschäft wurde von meinem Vater etwas in die Länge gezogen. Zu Zeiten meines Vaters brachte ich Schmuck und andere Waren von Lhasa nach Kathmandu und verkaufte sie. Und sie brachten und verkauften Saris, Galens, Tikas, Kurtas, Salwors und andere Waren aus Banaras. Die Rana-Familie, die Shah-Familie, die Tapa-Familie, die Pandai-Familie und die Elite-Familien der Nevari-Gemeinde mussten diese Waren von Tür zu Tür verkaufen. Die Mitglieder der reichen Familie kamen nicht in den Laden, weil sie fortgeschritten und reich waren. Zu dieser Zeit hatte unsere Familie auch ein Geschäft namens Jewel-Riensari-Center in Indrachuk für das einfache Volk. Es gab gute Einnahmen aus dem Tür-zu-Tür-Geschäft und dem Laden in Indrachuk. Schon in jungen Jahren hatte ich die Möglichkeit, kaufmännisches Lernen zu erlernen. Auch mein Vater eröffnete gegen Ende seines Lebens verschiedene Branchen und begann, das Geschäft voranzutreiben. Das Unternehmen wurde im Namen aller Verwandten eröffnet. Die Regierung schlug außerdem die Strategie vor, den Industrien Zugeständnisse zu machen. Darüber hinaus wurden Kredite zu Vorzugskonditionen gewährt. Da das Unternehmen im Namen aller Angehörigen eingetragen und geführt wird, bedarf es einer Dachorganisation. Danach wurde die Sukhilal Group of Companies gegründet, um in die Unternehmen unserer Verwandten und Freunde zu investieren und diese zu regulieren. Auf Initiative meines Vaters wurde die Sukhilal Group of Companies registriert. Sukhilal ist der Name meines Großvaters. Ich bin Bansitha. Ich bin der derzeitige Chief Executive Officer der Sukhilal Group of Companies. Unter der Sukhilal Unternehmensgruppe gibt es Investitionen im verarbeitenden Gewerbe von Zinkblättern, Keksen, Reis, Hülsenfrüchten, Seife, Salai, Zucker, Nudeln, Gabeln, Zement bis hin zu Wasserkraft. Ebenso hat die Sukhilal Group of Companies auch in den Dienstleistungssektor investiert. Es gibt große Investitionen in Banken, Versicherungen, Krankenhäusern, Hotels, Bildungseinrichtungen und anderen Sektoren. Darüber hinaus gibt es erhebliche Investitionen im Mediensektor und im Informationstechnologie-Sektor. Im Allgemeinen dominiert die Sukhilal Group of Companies die nepalesische Wirtschaft. Die nepalesische Regierung und die Oppositionspartei sind alle über unsere Gruppe informiert. Auch alle politischen Parteien haben von uns Spendenunterstützung erhalten. Es gibt noch andere Unternehmen im nepalesischen Unternehmenssektor. Aber vor uns gelten alle diese Gruppen als normal. In den letzten Tagen gab es eine weitere Geschichte unserer Herrschaft in der Wirtschaftswelt Nepals. Diese Geschichte verfolgt uns. Hier ist eine Zusammenfassung dieser Geschichte. Als mein Vater die Sukhilal Group of Companies registrierte, um den Investmentsektor in Nepal zu leiten, hatte ich gerade mein Studium abgeschlossen und stieg in das Geschäft ein. Meine Familie und unser Unternehmen hatten volles Vertrauen in mich. Der Ruf unseres Unternehmens wuchs sofort. Diese Angelegenheit erreichte den König von Nepal. Damals herrschte die Einsicht, dass es für den König nicht gut wäre, in Nepal Geschäfte zu machen. Der innere Wunsch des Königs von Nepal ist jedoch der Handel. Eines Tages rief mich der König in den Palast. Ich ging zum Palast. Ich wurde gut aufgenommen. Davor hatte ich noch nie die Gelegenheit gehabt, vor den König zu treten. Ich wurde glücklich. Der König fragte nach Nachrichten, Wirtschaftsnachrichten. Ich habe so viel erzählt, wie ich konnte. Schließlich sagte der König zu mir, wenn ich dir 10 Milliarden gebe, wie wirst du investieren? Und in welchem Verhältnis gewähren sie mir Vorteile? Zuerst glaubte ich es nicht, aber der König sagte, er wolle eine Antwort. Danach wurde mir klar, dass der König wirklich gefragt hatte. Ich antwortete, viele Unternehmen in unserer Nähe. Wir haben auch eine Dachorganisation, die sie überwacht. Wir investieren diesen Betrag in Branchen im ganzen Land. Auch wenn die Investition auf unseren Namen erfolgt, bleibt das Kapital ihr Eigentum. Auf Anfrage erstatten wir den Betrag. Nach Abzug der Ausgaben behalten wir 25% der Einnahmen. 75% des Gewinns gehen an den eigentlichen Eigentümer. Wir investieren diesen Betrag nach ihren Wünschen. Danach, am nächsten Tag, rief der König mich und den Vertreter unserer Suk-Hilal-Unternehmensgruppe in den Palast. Wir gingen zur angegebenen Zeit. Der König hatte sich darauf vorbereitet, 10 Milliarden Rupien in das Geschäft zu investieren. Wir mussten eine Bedingung stellen. Wenn sie nicht tun, was ich hier sage, werde ich sie töten und alle Vermögenswerte des Unternehmens beschlagnahmen. Bis dahin lag die gesamte Führung des Heeres in den Händen des Königs. Niemand konnte die Anweisungen des Königs widerrufen. Damals gab uns der König ohne jeglichen Papierkram um 10 Milliarden Rupien. Mit diesem Betrag haben wir die Investitionen aller unserer Unternehmen verwaltet und alle unsere Unternehmen haben begonnen, Gewinne zu erzielen. Alle unsere Unternehmen machten Gewinne. Es wurde ein Rechnungsbuch erstellt. Wir bereiteten uns darauf vor, den Gewinn dem König vorzulegen. Plötzlich kam es zu einem schrecklichen Massaker wie dem Daba-Massaker. Alle Mitglieder der königlichen Familie wurden bei dem Palast-Massaker getötet. Wir waren sehr traurig. Allerdings währte unsere Trauer nicht lange. Denn wir haben keine Möglichkeit mehr, diesen 10 Milliarden Betrag zu bezahlen. Als das ganze Geld plötzlich uns gehörte, fiel es uns schwer, damit umzugehen. Die nach dem Massaker von Daba gebildete Regierung versuchte, uns dazu zu zwingen, einige Fakten zu verstehen. Indirekt kam auch von verschiedenen Stellen starker Druck. Aber es gab keinen Beweis dafür, dass wir das Geld genommen hatten. Und es gab keine relevante Person, die dies erklären konnte. In diesem Fall könnte uns kein Gesetz der Welt festhalten. Die Angst zwischen uns war jedoch immer noch da. Im Großen und Ganzen ging es uns rechtlich gesehen gut. Nach einiger Zeit begann das Finanzamt damit, alle unsere Unternehmen auf Steuern zu untersuchen. Wir haben begonnen, unsere Investitionen zu diversifizieren, weil es eine Politik ist, die sich überall ändern kann. Außer Nepal investierten wir in den folgenden Tagen in Indien, Singapur, Dubai, Afrika, Bhutan und so weiter. Allerdings erhalten wir weiterhin Drohungen von international organisierten Banden aus verschiedenen Orten. Oftmals wurden sogar Familienmitglieder entführt. Nachdem wir das Lösegeld bezahlt hatten, haben wir es losgeworden. Guru, wie werden die kommenden Tage für uns sicher sein? Der Astrologe sagt, er hat eine lange Geschichte erzählt. Der richtige Zeitpunkt wird jedoch jetzt kommen. Dafür ist planetarischer Frieden nötig. Geschäftsmann sagt, Guru, was tun? Der Astrologe sagt, tun sie dies, kommen sie am Montag an diesem und jenem Tag. Es sollte weltweiten Frieden geben. Etwas auf ein Blatt Papier schreiben. Diese Gegenstände sind im Lieferumfang enthalten. Und die Gebühr beträgt 150.000. Bring das auch mit. Geschäftsmann steht von seinem Platz auf. Sagt, okay, und geht, nachdem er um Erlaubnis gebeten hat. Danach wechselt der Astrologe auch zu einem anderen Job. Auch Basante kommt aus dem Geheimraum. Atmet tief durch. Er hat das Gefühl, einen neuen Teil des Lebens gehört zu haben. Basante ist seit Monaten in Kathmandu. In den Händen des Panjta-Dorfbewohners gab er seinem Vater ein Mobiltelefon. Danach hält er bei Bedarf Kontakt zu seinem Vater und seinem Bruder und versteht die Situation. Stellt nach Jahren den Kontakt zwischen seinem Vater und dem Astrologen-Vater her. Astrologen erinnern sich an Freunde und erinnern sie an ihre Kindheit. Für beide herrscht ein glückliches Umfeld. Mit der Ankunft von Basante hat der Druck auf die Arbeit der Astrologin abgenommen. Heutzutage nimmt sie seit langem an interessierten religiösen Programmen und so weiter teil. Basante findet heraus, dass die Menschen in Kathmandu verschiedenen Aktivitäten nachgehen. Er sieht mit eigenen Augen, dass einige gute Taten vollbringen und andere schlechte Taten vollbringen. Er überprüft die Aktivitäten der Menschen mit den Worten, was auch immer die Aktion ist. Das Ergebnis wird das gleiche sein. Das Astrologiezentrum ist sehr voll. Die Servicegebühren sind für normale Kunden normal. Für besondere VIP-Kunden wird eine Sondergebühr erhoben. In seiner Freizeit besucht Basante alle Klöster in Kathmandu. Wenn er ein Mobiltelefon hat, ruft er auch Sundar Lavati und Kanal Onkel an. Alle Anfragen zum Gesundheitszustand und zur Situation werden fortgesetzt. Sundar Lavati und Kanal Onkel freuen sich beide über die Fortschritte von Basante. Basante gab das Geld in Höhe von 500 Rupien an Sundar Lavati zurück. Man muss die Reise beginnen, das Ziel findet sich von selbst. Diesen Spruch hatte Basante von den Lehrern in der Schule gehört. Sich heute besser fühlen. Wenn er Freizeit hat, geht Basante auch nach Dharamschala in Gaushala. Er geht auch zu dem Ort, an dem er früher in Pesha-Party frei und ohne Geld gegessen hat, aber jetzt schämt er sich zu essen. Wieder deutet der Astrologe Baba an, dass morgen ein weiterer VIP kommt. Basante versteht. Es beginnt mit den Vorbereitungen für morgen. Es war Montag in Kathmandu. Auf der Straße befand sich eine Menschenmenge, die den Pesha-Party-Nath-Tempel besichtigen wollte. Der Himmel war sehr offen. Auch Basante kehrt bald vom College zurück. Die Entfernung von Gaurich hat zu seinem College ist gering. Vielleicht hat er die gute Voraussicht, auf einem nahegelegenen Campus studieren und arbeiten zu können. Er kommt pünktlich nach Hause, ist und ist bereit, besonderen Menschen zuzuhören. Gegen 10 Uhr kommt ein so gutes Auto im Astrologiezentrum an. Zuvor hatte er einen männlichen VIP-Kunden gesehen. Heute sieht man dort eine ähnliche 50-jährige Frau. Als der Astrologe Baba ihm sagt, er solle dem VIP zuhören, erreicht er den geheimen Raum. Auch diese Frau erreicht vorschriftsmäßig den Sitz des Astrologiezentrums. Es gibt ein erstes Gespräch zwischen dem Astrologen und der Frau. Aus dem ersten Gespräch weiß Basante, dass die Frau eine politische Führungspersönlichkeit ist. Der Dialog beginnt so. Astrologe fragt, was gibt es Neues, Schwester? Antwort der Frau, okay, Guru. Astrologe fragt, wie läuft die Politik des Landes? Frau, was soll ich sagen, Guru? Früher waren die Leute der Oppositionspartei unsere Gegner, aber heutzutage gibt es mehr Spannungen seitens unserer eigenen Leute. Spannung ist Spannung. Jeder eilt zum Guru, um Spannungen abzubauen. Guru, meine Anspannung sollte sofort gelöst werden. Astrologe sagt, Menschen werden oft durch ihre vergangenen Taten gestresst. Präsentieren Sie hier Ihre Lebensliste. Damit Ihre Taten gut sichtbar sind, danach verrate ich Ihnen den Lösungsweg. Frau sagt, ich leide schon lange unter Stress. Von welchem Punkt aus soll ich es sagen? Der Astrologe sagt, um in den kommenden Tagen Frieden und Stabilität zu bewahren, müssen Sie Ihre Taten aus der Kindheit erzählen. Die Frau antwortet, Okay, Guru. Die Frau brach in Tränen aus und begann ihr Problem zu erzählen. Ich bin eine Frau aus einer normalen Familie. Ich wurde im Bezirk Yayakot geboren. Der Ort, an dem ich geboren wurde, wurde von Menschen aus einigen politischen Familien bewohnt. Auch ihr Verhältnis zur Armee und den Polizeichefs war gut. Die Geschäftsleute des Bezirks waren auch ihre Freunde und auch ihr finanzielles Wohlergehen war gut. Das habe ich gesehen. Als ich in der Schule war, interessierte mich nichts anderes. Yayakot war ein sehr abgelegener Ort. Zum Lernen mussten wir stundenlang laufen. Trotz vieler Schwierigkeiten habe ich meine Schulausbildung abgeschlossen. Auch dann habe ich unbedingt Lust zu lesen. Zufälligerweise half mir ein Politiker aus dem Bezirk, in die Stadt Kailali zu gehen, wo es Hochschulen zum Studieren gab. Von den ersten Tagen in Kailali an hatte ich mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Ich befand mich in einer Situation, in der es schwierig war, zu lesen und zu leben. Eines Tages saß ich da. Ein bestimmter Politiker aus Yayakot traf ein. Er drückte mir seine Liebe aus, indem er tröstende Worte an mich richtete. Ich habe ihm auch mein Problem geschildert. Dann sagte er mir, dass ich einen Job in Nepalgun bekommen könnte, er würde mit jemandem reden, den er kennt. Ich konnte nicht. Die Person, die in der Situation geholfen hat, er brachte mich nach Nepalgun. Ich musste auch mit Leuten wie meinem Großvater in einem Hotel übernachten. Ich war damals 19 Jahre alt. Er hielt nachts Körperkontakt mit mir gesucht, habe ich protestiert, konnte es aber nicht. Ein Mann im Alter meines Großvaters störte mich. Ich war gerade in die Jugend aufgestiegen und er blühte. Nachdem ich viele schöne Träume des Lebens gesehen hatte, aber alles behandelte mich die ganze Nacht. Es schien, als würde ein Geist am nächsten Tag allen davon erzählen. Ich habe auf die ganze Welt geschaut. Ich sah keine Möglichkeit, dass jemand auf meiner Seite stehen könnte. Ich war wie ein Fisch, der aus einem Fluss genommen und im Sand zurückgelassen wurde. Menschen sind Sklaven der Umstände. Ich habe es an meiner Situation gespürt. Dieser Großvater konnte mir keinen Job in Nepalgun verschaffen. Aber er behielt mich für ein paar Tage in Nepalgun bei sich. Ich gehorchte, was er sagte, und zwang mich, ihm zu folgen. Am Ende schickte er mich mit etwas Geld nach Kailali und ging nach Kathmandu. Manchmal kam er nach Kailali und wohnte in meinem Haus. Er akzeptierte alles, was er sagte, und gab mir etwas Geld, um in Kailali zu studieren. Dort war ich auch als Nachhilfelehrer tätig. Damals gab es noch keine 11 zu 12 Schule wie heute. Ich habe IA von Kailali bekommen. Ich habe bestanden, da ich in der Abgeschiedenheit der Berge aufgewachsen bin. war ich auch nach meiner Ankunft im Terai bereits mit der Umgebung hier vertraut. Dieser Großvater hat mir gelitten. Ich habe auch unter den Polizisten von Kailali gelitten. Ich habe immer wieder meine Jungfräulichkeit und Privatsphäre verloren. Ich fühlte mich immer gelangweilt, als ich mein Leben sah. Der Gedanke, es ist besser zu leben als zu sterben, hilft beim Leben. Ich habe viele Male versucht, Selbstmord zu begehen, aber es gelang mir nicht und ich kam mir vor wie ein Wasserfall, der von einem Berg fällt. Egal wohin ich floss, egal wohin ich stieß, ich floss weiter. Ich stecke einfach im Fluss der Zeit fest, dachte ich. Es bestand die Möglichkeit, dass meine Reise in Richtung Kathmandu umgeleitet würde. Weil ich dachte, Kathmandu wäre für Frauen etwas sicherer als Kailali. Ich kam auf der Suche nach einem Job und dem Wunsch zu studieren nach Kathmandu. In Kathmandu gab es einen großen Kreis von Politikern aus Yajakot. Seitdem ich Kailali verlassen habe, folgen sie mir indirekt. Kailali war ein kleiner Ort. Manche Menschen empfanden Mitgefühl, aber Kathmandu war härter. Durch die Verbindung mit Yajakot wurde ich auch emotional von derselben Gruppe gefangen. Da ich mit der Situation zu kämpfen hatte, machte ich meinen Abschluss an einem Frauen-College in Kathmandu. Ich begann zu lesen. Ich glaubte, dass auch Frauen studieren und großartige Menschen werden sollten, und das ist möglich. Doch der Weg der vor mir lag, war sehr beschwerlich. Die dornenbedeckte Straße lag schlaff vor mir. Ohne es zu wissen, engagierte ich mich im College in der Studentenpolitik. Vielleicht weil mein Leben anders war als das der anderen Mädchen, stach ich heraus. Studenten aus Dörfern hatten viele Probleme. Ich habe allen meinen Freunden so viel wie möglich bei ihren Problemen geholfen. Andererseits engagierte ich mich im College in der Politik der Studentengruppe. Es gibt im ganzen Land eine Mutterpartei dieser Gruppe. Die älteren Leute meiner frühen Tage, die ich in Yajakot gesehen habe, waren Führer und Mitarbeiter dieser Partei. Wieder musste ich mich ihnen nähern. Früher kamen viele Studenten aus verschiedenen Bezirken, um in Kathmandu zu studieren. Früher dachten Freunde, dass sie studieren und gleichzeitig einen Job bekommen sollten. Mädchen baten mich immer, Jobs zu vermitteln. Ich war in der Situation, wo bekommen wir einen Job? Schon damals hatte ich eine Reihe von Hoffnungsträgern. Kathmandu ist eine sehr seltsame Stadt. Hier und da gibt es auch eine Klasse, die Reichtum nach Reichtum anhäuft. Und in dieser Stadt gibt es auch eine Klasse, die nicht einmal auf der Straße essen und schlafen kann. Die Reichen sind sehr reich, die Armen sind sehr arm. Die Nachricht, dass ich ein Studentenführer bin, erreicht alle Armeeoffiziere, Polizisten, leitenden Regierungsangestellten, Geschäftsleute und Parteiführer. Über den Verwaltungsmechanismus von Kailali bekam ich immer seltsame Vorschläge. Diese Bande hat mich immer gebeten, Mädchen zu betreuen. Und sie haben mich mit Geld gelockt. Ich bin ein Studentenführer. Einmal bat mich ein Pfarrer, zu einer Diskussion ins Ministerium zu kommen. Aber er sagte mir, ich solle alleine kommen. Er war Minister unserer Partei. Ich ging, um etwas zu besprechen. Dieser Minister hat mich in seinem Büro schlecht benommen. Draußen sorgte die Polizei für Sicherheit. Drinnen beging er ohne meine Zustimmung ein abscheuliches Verbrechen. Selbst dann konnte ich den Vorfall nicht zur Sprache bringen. Als ich von dort zurückkam, spielten sich viele Dinge in meinem Kopf ab. Ich konnte nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden. Nach und nach wurde ich durch die Kette der Umstände gebunden. Die wohlhabende Schicht der Stadt hielt die Studenten vielerorts unter dem Deckmantel der Partei fest. Wir Studentenführer wurden zu Moderatoren. Viele der Mädchen aus den Dörfern, die aus finanziellen Schwierigkeiten kamen, waren bereit, Konkubinen zu werden und wurden sogar Konkubinen. Die Chefs vieler Ämter, die reiche Klasse, zahlten monatliche Ausgaben und behielten sie über Jahre hinweg. Selbst nach einem solchen Studium sind einige Mädchen heute Beamte im Staatsdienst geworden. Einige von ihnen sind auch erfolgreich im Lehrdienst tätig. Ich bin über die Grenzen des Colleges hinausgegangen. Ich erreichte die nationale Führung der Studentenorganisation. Unter dem Deckmantel einer Studentenorganisation begann ich, nepalesische Mädchen auf nationaler und internationaler Ebene zu versorgen. Ich begann Geld zu erkennen und verdiente viel. Bis heute habe ich viele Häuser in Kathmandu miteinander verbunden. Als ich gutes Geld verdient und eine Ausbildung absolviert hatte, war ich ungefähr 33 und 34 Jahre alt. Ich wollte auch ein Eheleben führen. Ich habe einen Beamten des öffentlichen Dienstes geheiratet. Auch mein Mann war verwirrt, als er an der Prüfung für den Job teilnahm. Im Alter von 35 Jahren war er plötzlich überglücklich, als er eine Anstellung auf Offiziersebene bekam. Unser Alter passte. Mein Mann, ein Beamter im öffentlichen Dienst, musste in verschiedene Bezirke versetzt werden. Als ich aus der Studentenführung aufstieg, wurde ich unter Druck gesetzt. Auch nach der Heirat körperliche Beziehungen zu Familienmitgliedern und den meisten Parteiführern aufrecht zu erhalten. Die meisten Parteiführer vereinbarten Zeit und hatten körperlichen Kontakt mit mir. Irgendwann nach der Heirat kamen auch meine beiden Söhne zur Welt. Ich habe den DNA-Test meiner Söhne und meines Mannes durchgeführt, ohne ihn darüber zu informieren, aber er stimmte nicht mit meinem Mann überein. Dann machte ich mir große Sorgen. Es mussten DNA-Tests verschiedener Parteiführer durchgeführt werden. Ich habe in dieser Angelegenheit viel Hilfe von verschiedenen Ärzten in Anspruch genommen. Schließlich stimmte die DNA meiner beiden Söhne mit der der beiden Parteiführer überein. Ich habe diesen Führern die Ereignisse erklärt. Die Leiter erklärten mir zwei Möglichkeiten. Der eine sollte mit Hilfe der Partei Abgeordneter werden, der andere sollte beide Söhne töten. Ich bin von einer Klippe gefallen. Ich habe den Weg gewählt, Abgeordneter zu werden. Diese Führer waren Minister. Ich dachte, dass es nicht möglich ist, anderer Meinung zu sein. Ich bin als Abgeordneter zum Parlamentsgebäude gegangen. Ich habe auch viele Reden gehalten. Es gab auch andere Frauen, die Abgeordnete wurden. Auf diese Weise konnten wir die Lebensgeschichten aller Parlamentarierinnen hören. Allerdings habe ich niemanden danach gefragt. Heute ist auch meine Legislaturperiode zu Ende. Das Alter nahm allmählich zum Alter hin zu. Auch der Druck der Mehrarbeit nahm ab. Meine Familie hat viel Eigentum. Ich habe Angst, die Ehrlichkeit meines Mannes zu sehen. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft meiner Söhne. Warum, warum kann ich heutzutage nicht einmal nachts schlafen? Die Störung im Geist ist die Störung. Guru, bitte bring Frieden in mein Leben. Nachdem sie eine so lange Geschichte erzählt hatte, putzte sie ihre tränenden Augen mit einem Taschentuch. Der Astrologe sagt, natürlich wird Frieden in ihr Leben kommen. Ich werde das alles arrangieren. Sicher sein. Die Frau sagt, ich habe volles Vertrauen in dich. Guru, Astrologe, binden Sie diese eine Girlande und kommen Sie, um am Montag den Planeten Frieden aufzuführen. Übergabe einer Liste der an diesem Tag benötigten Materialien. Und hören Sie, die Gebühr für den Frieden auf dem Planeten beträgt erst, wenn es 150.000 sind, bringen Sie es bitte mit. Frauen sagen, die Gebühren können ein wenig gesenkt werden, Guru. Astrologe sagt, Frieden ist wichtiger als Geld. Wage es nicht, lachend, die Frau sagt, ja, Guru, jetzt gehe ich. Die Frau verlässt das Astrologiezentrum. Alle anderen gehen ihrer Arbeit nach. Auch Basante beißt sich auf die Zunge und verlässt den Geheimraum. Basante wird ständig erfahrener. Es gelang ihm, das Geld gut einzusetzen. Auch für Vater und Bruder wird nun ordnungsgemäß Geld geschickt. Da die Einkünfte eines Astrologen sehr hoch sind, hat er Basante die Freiheit gegeben, sein Geld auszugeben. Er hat auch Panctas Haus gut instand gehalten. Auch die Zahl der Menschen, die Basante in den Bergen schätzen, nimmt zu. Andererseits hat Basante in Kathmandu auch sein Campusstudium vorangetrieben. Er hat begonnen, erster in der Klasse zu sein. Wie ein glattes Blatt einer wachsenden Pflanze, sind die Zeichen des Fortschritts von Basante sichtbar. Da das Astrologenzentrum auch am Samstag ein Feiertag ist, nutzt Basante diesen Tag, um sich weitere Zusatzkenntnisse anzueignen. Er sammelt Wissen, indem er verschiedene religiöse und historische Orte in Kathmandu besucht. Manchmal erreicht er Kirtipur Bagbayraf, manchmal den Chandrajiri Hügel und manchmal sammelt er Fakten über die Klöster in den inneren Dörfern der Region Dakhshinkali. Er besucht alle historischen und religiösen Orte rund um Kathmandu. Wissen gewinnen, macht sich reifer. Das Baba Astrologiezentrum in Gaurich hat, ist der Hauptarbeitsplatz von Basante. Er ist sehr fleißig, er hat die Liebe seiner Eltern gut aufgenommen. Basante, die ihre Mutter in jungen Jahren verlor, hält sich für die glücklichste Person der Welt, hier eine liebevolle Mutter zu haben. Wenn besondere VIP-Leute kommen, sitzt er im Geheimraum und hört sich alles an. Vor allem Astrologen nutzen diese Methode, um Basante reifen zu lassen. Ebenso nahm sich am nächsten Tag ein anderer VIP-Zeit. Er erhält den Rat des Astrologen, aufmerksam zuzuhören. Auf diese Weise wird er am Vortag informiert und aufgefordert, sich vorhanden vorzubereiten. Am nächsten Tag kam Basante vom Campus und machte sich fertig. Eine Frau kommt vor das Gebäude des Astrologie-Zentrums und klingelt an der Tür. Der Wachmann, der unten steht, öffnet das Tor. Die Frau kommt herein. Dem Sicherheitspersonal wurde außerdem mitgeteilt, dass heute eine besondere Person kommen wird. Das Sicherheitspersonal fragt den Astrologen oben, ob diese Frau die besondere Frau von heute ist oder nicht. Ja, wenn sie es abschicken, wird es später verschickt. Basante sitzt bereits im Geheimraum. Die Frau sitzt gemäß den Regeln. Es gibt ein Vorgespräch zwischen dem Astrologen und der Frau. Aus dem Vorgespräch ist bekannt, dass die Frau in vielfältiger Weise Opfer ist. Der Name dieser Frau ist Salah. Nach einiger Zeit beginnt ein Dialog zwischen der Astrologin und Salah. Der Astrologe sagt, Schwester, was gibt es Neues? Salah antwortet, überall ist Dunkelheit, Guru. Der Astrologe sagt, man sollte optimistisch sein. Du bist hierher gekommen, alles ist gut. Nachdem wir hierher gekommen sind, sind alle geistig ruhig. Sag mir, was ist dein Problem? Salah sagt, Probleme sind überall aufgetaucht, Guru. Das Leben wurde dunkel, alle Überlebens Grundlagen waren gebrochen, mein Geist ist verwirrt, mein Herz ist voll, deshalb bin ich hierher gekommen. Der Astrologe sagt, alles wird gut, nimm keinen Job an, Mantras sollten dem Frieden auf dem Planeten gewidmet sein, dafür sollten sie wissen, wo ihre Probleme liegen. Erzählen sie kurz die Lebensgeschichte ihrer Arbeit. Salah sagt, es muss gesagt werden, dass auch der Geist leicht sein wird. Astrologe sagt, erzählen sie mehr. Salah sagt, okay, Guru beginnt, ihre Lebensgeschichte zu erzählen, es ist viele Jahre her, seit wir von Nuwakot nach Kathmandu kamen. Ich möchte von Anfang an sagen, der Astrologe sagt, ja, Salah sagt, als ich heiratete, war ich ungefähr 20 Jahre alt. Im Haus lebte eine Familie bestehend aus Eltern, Ehemann und Schwager des Ehemanns. Nach meiner Heirat fing die Familie meines Schwagers an, sich über uns lustig zu machen. Alle Geschäfte des Hauses wurden vom Schwager erledigt. Er ging plötzlich, da wir nicht im Dorf Nuwakot bleiben konnten. Kamen wir etwas weiter als Tokar nach Kathmandu und begannen, in einem gemieteten Haus zu leben. Mein Mann war früher als allgemeiner Journalismus tätig. Der Verdienst war nicht viel. Als es schwierig wurde, das Zimmer zu bezahlen, begann ich, Gemüse in einem Wagen zu Geld aus dem Gemüse Verkauf und ein Teil des Einkommens meines Mannes deckten kaum unsere Zimmer Kosten. Zuerst kämpften wir alle vier in einem Raum. Später, nach meiner Geburt, lebten wir in zwei Zimmern. Wenn das Gehalt des Mannes niedrig ist, ist er gleichzeitig nicht in der Lage, das Gehalt zu zahlen. Unser Lebensunterhalt hängt vom Karren ab. Wir Geburt des Gemüseladens mit dem Gefühl, dass die Arbeit nicht groß oder klein ist. Irgendwann, als wir kaum mehr verdienten, begannen wir auch, für die Zukunft unseres Sohnes zu sparen. Allmählich wurde der Sohn erwachsen und begann zu studieren. Wie schnell vergeht die Zeit? Der Sohn hat die zwölfte Klasse mit guten Noten bestanden. Die Schule vergab früher ein Stipendium, weil der Sohn der Erste war, der lernte. Wir waren erleichtert, als der Sohn die zwölfte Klasse mit guten Noten bestand. Dann fing er an zu sagen, dass er in Australien studieren werde. Alle seine Freunde, die bei ihm studierten, bereiteten sich auf ein Auslandsstudium vor. Die Situation im Land war die gleiche. Wir konnten unseren Sohn nicht einmal bitten, in Nepal zu studieren. Im Namen der Kinder hatten wir nur einen Sohn. Wir dachten, seinen Wunsch zu erfüllen. Anfangs kostete eine Ausbildung in Australien 25 Lachs. Ging ins Dorf und verkaufte die Farm. Es kamen bis zu 12 Lachs. Wir hatten keine anderen Vermögenswerte zu verkaufen. Als ich meinen Schmuck verkaufte, bekam ich zwei Lachs. Da der Betrag von 11 Lachs nicht ausreichte, nahmen wir Geld von zwei Personen. Wir konnten uns nicht für die Zukunft unseres Sohnes entscheiden, obwohl die Geldverleiher zwar Geld geben würden, der Zinssatz aber sehr hoch ist. Zwei Geldverleiher waren bereit, uns 11 Lachs Geld zu geben. Es wurde festgelegt, dass uns unseren Scheck über 20 Lachs weg, der ein Jahr später datiert war. Das ist das unmittelbare Problem. Sohn ging auch nach Australien. Kurz darauf breitete sich in Kathmandu ein Dengue Ausbruch aus. Dengue Fieber hat alle vier Mitglieder unserer Familie gefunden. Wir sind finanziell sehr schwach und mit dem Dengue Anfall sind wir in noch größere Probleme geraten. Auch mein Mann hat seinen Job verloren. Für uns gab es keinen Reis mehr zu essen. Sein Schwiegervater starb damals an Dengue Fieber. Die Situation wurde sehr schwierig. Menschen halfen dabei, die Leiche des Schwiegervaters aus dem Zimmer zu entfernen. Danach wurden wir Schülerinnen ihrer Schwiegermutter. Wir haben Kredite von anderen Leuten aufgenommen, die wir kannten. Zu dieser Zeit hatten wir noch einmal Schulden in Höhe von drei Lachs. Aber wir konnten unsere Schwiegermutter nicht retten. Mein Mann war am Rande des Todes. Aber die Tage sind stark und gesegnet. Er ist genesen. Danach verdienten zwei von uns wieder ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Gemüse in einem Karren. Immer wieder kamen Gläubiger, die uns Geld schuldeten und forderten Geld. Stellen sie den Scheck aus, wenn sie kein Geld haben. Früher hieß es, man solle dem Scheck einen etwas höheren Betrag ausstellen. Nach der Einschränkung funktioniert die Lösung nicht. Wir waren gezwungen, zu tun, was sie sagten. Die Zeit vergeht so. All diese Schecks gingen nach und nach ein. Alle Scheckbringer reichten Klagen wegen Scheck Entschädigung ein. Die Polizei verhaftete meinen Mann. Er wurde 25 Tage lang in Gewahrsam gehalten, aber mein Mann konnte sein Geld nicht zurück erstatten. Ein großer Scheck über 20 Lachs ging ebenfalls ein. Für kleine und große Fälle wurde ein Fall von 25 Lachs festgehalten. Mein Mann wurde zum Betrüger. Nach den Regeln des Staates musste er 50 Lachs zahlen. Niemand kam heraus, um den Armen zu helfen. Er sitzt heutzutage im Gefängnis, ich fahre alleine mit einem Karren, um Gemüse zu verkaufen, aber ich bin immer traurig. Ob der Ehemann aus dem Gefängnis entlassen wurde oder nicht, ist noch nicht entschieden. Ich kann nicht einmal sterben, es ist schwer zu leben. Nachts gibt es keinen Schlaf, tagsüber keinen Hunger. Die Seele brennt, Guru, ich will Frieden. Rette mich, Guru, der Astrologe sagt, keine Panik, Schwester, du solltest am Montag kommen. Mantra sollte für den Frieden auf dem Planeten geweiht werden. Er gibt ein Papier mit dem darauf gezeichneten Lachs, damit du damit kommen kannst. Und hören sie, die Gebühr für den Frieden auf dem Planeten beträgt 150. Bringen sie sie auch an diesem Tag mit. Sala sagt, ja, Guru, danach geht Sarala von dort weg. Dann verlässt auch Basante den Geheimraum. Basante kam weinend heraus. Warum wurde Basante, der nicht emotional, Basante, der immer im Astrologie Zentrum denkt und arbeitet, sah die hohen Honorare der Astrologen. Und der Astrologe hatte dieser Frau gesagt, dass die Gebühr für den Frieden auf dem Planeten nur 150 betrug. Es ist in gewisser Weise sehr günstig. Die Großzügigkeit des Astrologen wird direkt gesehen. Er sagt, dass der Astrologe großartig ist. Die Hingabe an den Vater wird intensiver. Danach geht Basante am Abend zum Tempel von Pesha Petinev. Er nimmt am Abend Ati teil. Und es kommt spät. Er sieht traurig aus. Er kommt und geht zu seiner Mutter. Und grüßen sie auch die Tante, die an diesem Tag kocht. Sogar die kochende Tante ist überrascht, wenn sie Aktivitäten sieht. Kathmandu Die Hauptstadt Nepals ist immer überfüllt. Menschen aus dem ganzen Land kommen wegen der Arbeit oder aus anderen Gründen nach Kathmandu. Man kann sich leicht vorstellen, dass der Andrang hier zugenommen hat. Da das Wetter in Kathmandu jedoch gut ist, lieben die jenigen, die nach Kathmandu kommen, diesen Ort. Basante ist auch in der Menge von Kathmandu. Er macht alles ehrlich. Andererseits ist die Anzahl der Menschen, die das Astrologenzentrum aufsuchen, immer gleich. Auch am nächsten Tag erfährt Basante, dass sich ein weiterer besonderer Mensch Zeit genommen hat. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Diese Leute kommen, nachdem sie alle Verfahren abgeschlossen haben. Basante greift in den Geheimraum, um sich ihre Geschichte anzuhören. Bevor der besondere Dialog beginnt, gibt es einen Dialog zwischen dem Astrologen und dem Mann. Basante hört dem Geräusch zu und findet heraus, dass der Mann aus Morang stammte und sich in Kathmandu niederließ. Sein Name ist Vikram. Nach einer Weile beginnt das Gespräch zwischen dem Astrologen und Vikram. Vikram sagt, Guru, mein Stress wird verschwinden, nicht wahr? Der Astrologe sagt, natürlich. Vielmehr, welche Art von Problem ist in ihrem Leben aufgetreten? Sag mir Vikram sagt, von welchem Punkt aus soll ich sagen? Der Astrologe sagt, wenn möglich, erzählen sie von der Kindheit. Andernfalls sagen sie, woher das Problem stammt. Vikram sagt, ja, Guru, beginnt die Geschichte zu erzählen. Ich habe in meinem Leben ein Verbrechen begangen. Ich bin ein Sünder, er fängt an zu weinen. Ich wurde etwas unterhalb von Olabari im Distrikt Morang in einer Bauernfamilie geboren. Unsere Kindheit verbrachten wir entsprechend der damaligen Zeit mit der Arbeit auf dem Bauernhof. Der Anbau von Reis, Mais und Senf Kartoffeln war in unserem Dorf gut. Einige von ihnen wurden auch zum Anbau von Sandpett verwendet. Fast jeder im Dorf hatte Land. Früher gab es Menschen, die zwischen einem Biga und bis zu elf Biga besaßen. Als wir gab es im Dorf keine Traktoren. Alle pflügten die Felder mit Hilfe von Ochsen oder Ochsen. Die gepflanzten Pflanzen wurden ebenfalls mit starkem Pflügen gepflanzt. Nicht nur unsere Familie, sondern das ganze Dorf war mit dem Wachstum zufrieden. Unsere Familie bestand aus fünf Mitgliedern. Mutter, Vater, zwei Schwestern und mir. Unser Land war da genug. Dieses Land wurde nach unserer Mutter benannt. Während der Regenzeit stehen überall in der Mitte der Reisfelder hohe Bäume in der Nähe des Ackerlandes. Alle Häuser standen an der Straße. Es hätte die Farm erreicht. Während der Regenzeit trug Vater einen Pflug auf der Schulter, um die Felder zu rütteln. Wir gingen auch mit Vater auf den Bauernhof. In der Nachbarschaft pflegten wir zu sagen, Verdienst durch Arbeit, Bildung durch Studium. Wir wuschen unsere Hände und Füße in fließendem Wasser. Obwohl ich jung war, liebte mich mein Vater sehr. Die Freude an diesen Momenten kann man vielleicht nicht finden, selbst wenn man in den Himmel kommt. Das sind Erinnerungen an die Regenzeit. Jedes Jahr begann der In dem Jahr, in dem Das Schein spät kam, reifte der Reis vor und nach Das Schein. Der Ausdruck der Freude im Gesicht des Bauern beim Dreschen des Reisfeldes konnte nicht beschrieben werden. Die Freude, inspirierende und aufregende Arbeit zu leisten, die Freude, nachts Früchte zu pflücken und zu essen, und die Freude, in die Nachbarschaft zu gehen, um sie zu pflücken und zu essen, ach, die Freude, die ich hier beschrieben habe. Diese Freude herrschte nicht nur in meiner Familie. Die Situation im Dorf war die gleiche wie mein Leben. Menschen konnten nachts weite Strecken zurücklegen. Nachdem sie die ganze Nacht vom Veldang Lager und vom Patari Lager oberhalb von Damak gelaufen waren, kamen die Leute in unser Dorf, um Reis zu ernten, wenn es hell war, und kehrten nach der Nacht zurück und sagten, dass das Lager sinnlich sein würde. Der Frieden und die Sicherheit im Dorf waren gut. Früher verdienten sie ihren Lebensunterhalt mit der Bewirtschaftung ihrer Felder. Alle Kosten für das Festival und die Ausbildung der Kinder wurden durch die angebauten Feldfrüchte gedeckt. In einer solchen Zeit verschlechterte sich die Atmosphäre aufgrund einer bösen Vision plötzlich. Die Unruhen im Dorf nahmen zu. Die Fälle von Diebstählen und Raub Überfällen nahmen zu. Es kam auch zu Vorfällen, bei denen Mädchen vergewaltigt wurden. Über Damak, Urla Bari, Birtamot und Birat Naga begannen Spenden für unser Dorf zu fordern. Die jungen Leute aus dem Dorf flohen nach und nach. Einige fingen an, zur Arbeit in die Golfstaaten zu gehen. Die jenigen, die nicht dorthin konnten, gingen in verschiedene Städte in Indien. Der Grund war die Politik. Die jenigen, die die Regierung des Landes ändern und ein neues System einführen wollten, begannen im ganzen Land eine Revolution. Schon als ich die Nachrichten hörte, hatte ich Angst. Unter dem Vorwand der Revolution plünderten die Bestechungsgelder die Dorfbewohner. Da ich der unangenehmen Situation nicht gewachsen war, reiste ich zusammen mit anderen jungen Menschen nach Indien. Wir erreichten Kathiha in Bihar. Es war das erste Mal, dass ich einen so großen Bahnhof sah. Es waren unzählige Leute da. Ich war schockiert. Als ich die verkrüppelten Menschen sah, empfand ich Mitleid. Aber es gab nichts, was getan werden konnte. Wir verbrachten eine Nacht auf einem Stuhl im Bahnhof. Wir verbrachten die Nacht mit einem Token von zwei Rupien. Von dort aus fuhren einige Freunde am nächsten Tag nach Delhi, einige nach Punjab. Wir gingen nach Punjab, wie die Leute sagen, selbst wenn du nach Burma gehst, geht Taten mit dir, und wir erreichten auch den Ort der Kultivierung im Punjab. Es war sehr schwierig für uns, im Punjab den ganzen Tag Weizen zu ernten. Wir haben einige Zeit in Punjab gearbeitet. Wir haben die Situation nicht verstanden. Dann fuhren wir nach Delhi. Wir konnten dort auch keine gute Arbeit leisten. Dann erreichten wir Chennai. Wir, die wir uns nach dem Rotti Essen unzufrieden fühlten, wurden an die Zeit zu Hause erinnert, als wir in Chennai Rohreis aßen. Verdientes Geld während der Arbeit in Chennai. Da es jedoch nicht möglich war, ein Bankkonto zu eröffnen, wurde das Geld durch hin und her ausgegeben. Danach wird er nackt sein. Damals wurde mir klar, dass sowohl die Einführung als auch die Gelegenheit zu Ende gehen würden, wenn ich kein sicheres Treffen hätte. Es wurde angenommen, dass es nach einem Jahr nach Nepal kommen würde. Wir gingen zum Hauptbahnhof Chennai, um Bahntickets zu kaufen. Als ich nach einem Personalausweis gefragt wurde, hatte ich das Gefühl, keine Identität zu haben. Und ich zeige die vom Arbeitgeber in Chennai ausgestellte Karte und Buche das Chennai Express Ticket nach Yalpeguri. Dieser Zug fuhr nach Tinsukia in Assam. Wir stiegen in Yalpeguri aus dem Zug. Die Brust schwoll wieder an. Viele Jugendliche aus Japa Morang arbeiteten auch als Verkäufer in Geschäften in der Gegend Einige arbeiten auch in Hotels. Einige von ihnen fuhren Rikshas. Wie auch immer, wir kehrten auf dem Weg nach Seliguri zurück. Schaffner, die kleine Stoffbeutel trugen und darin Geld klingelten, sammelten Geld ein. Wir waren zu zweit, zahlen sie ihre Miete. Wir kamen über Punjab, Delhi und Chennai in Morang an. Die Freundschaft blieb bestehen, von Kathi Habis Panitanki. Auch der Urlabari Markt kam uns seltsam vor. Ein Bruder verkaufte Zuckerrohrsaft. Nachdem wir ein Glas Zuckerrohrsaft getrunken und nachgesehen hatten, war ein Jeep bereit für die Fahrt nach Raich hat. Wir fuhren mit einem Jeep nach Hause. Es war bereits Abend. Wir erreichten unsere Häuser. Nur die Leute im Haus wussten, dass wir angekommen waren. Die anderen Dorfbewohner verstanden den Trick nicht, weil es bereits Abend war. Wir hatten einen Holz Schuppen. Unten war die Küche. Im zweiten Stock haben wir geschlafen. Darüber befand sich eine Decke. Eltern und zwei Schwestern waren mit dem Essen beschäftigt. Ich ging in die Küche und rief Mama an. Mutter kam schnell zu mir. Mein Kopf hämmerte und ich schluchzte, weil ich nicht wusste, wohin du gegangen warst. Vater und beide Schwestern traten zur Seite und weinten bitterlich. Ich hatte damals noch nicht einmal ein Mobiltelefon. Konnte zu Hause nicht erreicht werden. Ich war wie Wehpatter. Die Schwestern hatten alle Fenster und Türen der Küche geschlossen. Mutter fing an zu weinen und erzählte mir die Ereignisse, die passiert waren, nachdem ich gegangen war. Manchmal hörten die Worte auf. Nachdem wir das Dorf verlassen hatten, begannen sich die revolutionären Agitatoren im Dorf zu versammeln. Für die Menschen war es schwierig zu unterscheiden, wer ein echter Revolutionär und wer ein Schein Revolutionär war. Von Banditenseite gibt es auch Probleme und niemand konnte ahnen, was Armee, Polizei, radikale Revolutionäre und Banditengruppen durch das Dorf treiben. Menschen aus dieser Gruppe bildeten eine Gruppe und kamen mit Waffen zum Haus und erhielten den Befehl, Essen für sie zuzubereiten. Wenn es dort Hühnchen gibt, sollte es durch Schneiden von Hühnchen hergestellt werden. Meine beiden Schwestern wurden von der Gruppe von Menschen, die sie häufig besuchen, vergewaltigt. Ihr Bruder ist in unserer Obhut. Sie sagen, dass sie jeden töten werden, egal ob sie es rechts oder links tun. Die damaligen Gräueltaten in den ländlichen Siedlungen Nepals waren unbeschreiblicher Natur. Es besteht kein Konsens darüber, wer es getan hat. Eines Tages kam eine große Gruppe und entführte meinen Vater. Wenn du nicht schweigst, werden sie dich töten. Sie versteckten den Vater eine Woche lang von Ort zu Ort. Danach ging das Land in der Nähe von Biratschauk an elf Biga Halländereien, die in das Malpott Büro gingen und es im Namen seines Vaters weitergaben. Später haben sie festgelegt, dass das Geld aus dem Verkauf bezahlt oder im Namen ihres Volkes weitergegeben werden sollte. Er erzählte von vielen anderen Vorfällen mit geringem Schmerz und Leid. Es ist drei Uhr morgens. Wir waren alle schockiert, als wir das Geräusch eines Schwanzes hörten. Reis und Gemüse waren kalt. Mutter erhitzte das Essen, indem sie Holzkohle in den Ofen legte. Wir hatten gerade gegen 15 Uhr 30 gegessen. Mein Freund, der gestern Abend mitkam, kam eilig und sagte, wir müssen zurück nach Indien. Dieses Dorf steht im Zentrum der Gefahr. Dann rieten uns unsere Eltern und Schwestern, das Dorf zu verlassen. Von dort aus erreichten wir erneut Delhi. Als wir die Bewegung vieler Nepalesen in Delhi sahen, erreichten wir auch einen Ort namens Gurgaon im Bundesstaat Haryana. Mit der DLF Colony wurde dort kürzlich ein großer Wohnkomplex errichtet. Dort soll er als Wachmann in zwei Häusern arbeiten. Ein ehemaliger Gurka-Soldat aus Koteng half uns dort einen Job zu finden. Gurgaon war eine große Stadt. Da mein Job der eines Hauswächters war, konnte ich Telefon, Radio und Fernsehen nutzen. Er hörte jeden Tag die Nachrichten aus Nepal. Sie hörten, dass der Friedensprozess in Nepal begonnen habe. Bis dahin ging es mir gut. Dann wurde in meinem Kopf das Verbrechen geboren. Ich vermutete, dass die turbulente Bewegung im Namen der Revolution in Nepal nun enden würde. Als ich daran dachte, dass der Landbesitz auf meinen Namen geändert werden würde, wurde mein Herz gierig. Ich habe die rechtliche Seite verstanden. Ich ging davon aus, dass das Land nach meinem Vater in meinem Namen erscheinen würde. Dieses Land war Millionen wert. Ich hatte vor, meinen Vater zu töten. Ich ging nach Delhi und erzählte dem angeheuerten Scharfschützen den Plan. Sie baten um Geld, um meinen Vater zu töten. Ich gab es ihnen. Der angeheuerte Scharfschütze ging zu Moring und tötete seinen Vater. Mit der Ermordung seines Vaters endete auch der Friedensprozess in Nepal. Die Unruhen, die mehr als ein Jahrzehnt andauerten, endeten. Nach der Ermordung seines Vaters in Moring Nepal führte die Polizei lange Ermittlungen durch. Konnte nichts finden. Mutter beging Selbstmord. Die beiden Schwestern haben den alten Tarus von Inaruwa geheiratet. Nach einem Jahr kam ich nach Nepal Moring. Ich habe auch die Arbeit meines Vaters gemacht, um sie für die Gesellschaft auszustellen. Ich war alleine. Nach einiger Zeit heiratete ich ein Mädchen aus Basar Nummer drei unten. Nach der Heirat verkaufte ich das Land Ratschgat. Und ich habe auch das Land in Viratschg für fünf Kron an eine Wohnungsbaugruppe verkauft. In diesen Tagen habe ich hier in Vishallen Agar Katmandu ein Haus gebaut. Auch die Miete ist gut. Meine Frau und meine Kinder kennen dieses Geheimnis nicht. Den ganzen Tag laufe ich fröhlich umher und amüsiere mich. Nachts fühle ich mich jedoch überhaupt nicht schläfrig. Selbst wenn ich schlief kamen meine Eltern in meinen Träumen und fragten mich warum du das tust. Im Moment stehe ich in den Flammen der Reue. Guru bitte gib mir Frieden so erzählt er die Geschichte. Der Astrologe sagt es wird Frieden geben sicher sein Vikram sagt auf jeden Fall Guru bitte gib mir Erlösung. Der Astrologe sagt tun sie dies am Montag soll der planetarische Frieden geschaffen sein. Kommen sie mit diesen Dingen gibt eine Liste Vikram sagt ja Guru der Astrologe sagt ein Leck und 50.000 Rupien sind für den Frieden auf dem Planeten und die Weihe des Mantras erforderlich bring es Vikram sagt ja Guru Vikram geht von dort Astrologen nehmen auch andere Berufe wahr Basante verlässt den geheimen Raum Basante ist der Meinung dass der Kunde von heute krimineller ist als je zuvor als der Astrologe davon spricht mehr Geld für den Frieden im Planetarium zu spenden wird Basante kalt an diesem Tag wird sogar der Astrologe von einem Geist angezweifelt und der andere Geist kümmert sich um sich selbst Tag für Tag lernt Basante die neuen Ereignisse der Gesellschaft kennen wie es heißt man weiß mehr durch Erfahrung als durch Lesen erlangt er Wissen über viele Dinge er misst dem Hochschulstudium die gleiche Bedeutung bei er führt auch logische Debatten mit seinen Freunden in ihm entwickelt sich die Gewohnheit alles gründlich zu studieren andererseits wächst bei ihm auch das praktische Wissen durch den Kontakt mit den Klienten die in das Astrologie Zentrum kommen Menschen kommen oft ins Astrologie Zentrum anstatt ihre Zukunft zu sehen kommen diese Menschen in Astrologie Zentren um Stress und Ängste abzubauen die durch ihre eigenen Lebenserfahrungen verursacht werden der Astrologe Harinarayan ist auch eine Person die Rituale durchführt und als Priester arbeitet sie haben volles Vertrauen in die Astrologie aus diesem Glauben kommen die Klienten in das Astrologie Zentrum am nächsten Tag kommt ein weiterer Kunde Astrologe deutet Basante an Basante sitzt im Geheimraum und hört zu es beginnt ein Dialog zwischen dem Astrologen und dem Klienten der Kunde sagt Guru Darshan Antwort des Astrologen Darshan Seva Grahi sagt Guru alle verängstigten und verstörten Geister kommen hierher um Seelenfrieden zu suchen ich bin auch ein weiteres Opfer ich bin nach Scheren gekommen bitte beruhigen sie mich Sir der Astrologe sagt erzählen sie offen die Geschichte der Rituale ihres vergangenen Lebens was es einfacher macht den Frieden auf dem Planeten zu erreichen Seva Grahi sagt ok Guru ich bin ein Sünder ich bereue muss aber trotzdem leben selbst wenn du lebst brennt dein Herz deshalb bin ich gekommen um eine Lösung zu finden jetzt habe ich die Tatsache dass mein Herz und meine Seele im Feuer der Reue brennen mein Haus lag im Bezirk Pjufen ich wurde dort in einem Dorf geboren das Leben in einem abgelegenen Bergdorf ist sehr schwierig es gab keine großen Fabriken im Namen des Geschäfts gab es Lebensmittel Geschäfte Drogerien Bekleidungs Geschäfte Töpfer Geschäfte und allgemeine Hotels ich war jung und dachte dass ich schon in jungen Jahren etwas Neues machen sollte es gab nicht viel Einkommen aus der landwirtschaftlichen Arbeit ich hatte ein Gästehaus in der Nähe des Pjufen Hauptquartiers obwohl es in einiger Entfernung vom Hauptquartier lag befand es sich auf der Seite des Platzes auf der die Menschen lebten Im Namen des System Wechsels im Land ging die Bewegung heftig voran es kamen immer wieder Leute um in meinem Gästehaus zu übernachten ich habe nicht versucht zu fragen wer warum und woher sie kamen wer auch immer den Namen notiert hat ich habe ihn immer im Standesamt vermerkt sie verwendeten oft kurz Namen irgendwo war das Hauptquartier früher gab es eine starke Präsenz der Armeepolizei die sich jedoch größtenteils nicht für mein Gästehaus interessierte eines Tages kam gegen 8 Uhr abends eine Gruppe von 8 Personen zu meinem Gästehaus er hat gut gesprochen sie haben ein Zimmer gebucht sie bestellten Essen wir Gästehaus Profis freuten uns sehr als eine Gruppe von 8 Personen auf einmal kam die Angst dass es einige Demonstranten gab und später die Polizei kommen könnte blieb mir im Gedächtnis von den 8 Personen waren 2 Mädchen 4 Zimmer gebucht alle trugen große Taschen wenn man jedoch auf einer Bergstraße unterwegs war waren alle sehr schwer wie ein Abend Gast haben wir sie gut aufgenommen als sie am nächsten Morgen aufwachten sagten sie sie seien von weit her gekommen und müde sie schliefen den ganzen tag und befahlen ihnen das Abendessen vorzubereiten um 7 Uhr abends sie haben gegessen schliefen sind gegangen aber ihre taschen sind die gleichen wir zahlen das geld bis zum ende woche sie sagten lass das zeug hier und wir kommen und holen es später auch für uns geschäftsleute war es gut sie schliefen den ganzen tag und gingen nach dem Abendessen wir sahen alle lachen als wir gingen nachdem sie gegangen waren haben wir nichts dagegen unternommen wochen vergingen und sie kamen nicht wir dachten sie würden nach ein paar tagen kommen aber das taten sie nicht nachdem zehn tage vergangen waren begannen wir uns an die dinge um uns herum zu erinnern auch danach wenn sie nicht kamen blieben die zimmer im gästehaus nicht ständig leer wir stellten ihre taschen die in vier zimmern waren in eines und schlossen die tür wir führten unser geschäft weiter ein geschäft im wert von einem raum ging verloren wir dachten dass wir uns unterhalten werden nachdem sie gekommen sind tage vergingen im radio wurde häufig über die proteste im land berichtet es handelte sich entweder um demonstranten oder um eine strategie des sicherheits personals wir waren verwirrt wenn jemand kam hatte ich keine andere wahl als zu sterben es gab berichte dass die demonstranten bei einem zusammenstoß von der polizei getötet wurden und dass die demonstranten auch das sicherheits personal töteten wir hatten auch einen fernseher früher hörten wir die nachrichten nur im radio da uns das herz sank als es eine herzzerreißende nachrichtenszene gab als diese achtköpfige gruppe einen monat lang nicht kam machte ich mir große sorgen wer waren sie warum haben sie das gepäck zurückgelassen nachdem wir im kopf viele fragen durchgespielt hatten folgten wir dem rat der ältesten und wählten zunächst eine ihrer acht taschen aus diese tasche war sehr schwer die anderen waren genauso schwer wir öffneten die tüte und schauten nach in der tasche sind geldbündel es gab viele weiße tüten die wie kleine tüten in einer tüte aussahen und auf deren außenseite namen standen und aufgedruckt waren wir öffneten eine tüte und schauten nach nougadi war da danach dachten wir gold silber und geld seien geld in allen säcken ich erinnerte mich an den vorfall in sris vastanes geschichten buch wo saptarishi kam und im haus eines brahmanen goma gold unter dem pirka hinterließ und verglich diese leute ebenfalls mit saptarishi wir gewöhnliche gäste haus geschäfts leute gingen unserem geschäft nach nach diesem vorfall waren wir verwirrt darüber was wir tun sollten unser alltag begann auseinander zu fallen wo ein problem ist gibt es auch eine lösung das habe ich oft von den ältesten gehört ich begann nach einer lösung für das problem zu suchen es dauerte lange bis ich die realität des vorfalls heraus fand die leute die in unserem hotel übernacht sind demonstranten sie hatten dort die bank ausgeraubt alle dorfbewohner bewahrten ihr gold und silber zur sicherheit auf der bank auf und nahmen auch einige kredite auf sie haben der bank millionen an gold und silber geraubt und übernachten in unserem hotel und gästehaus sie behielten diese dinge in unserem besitz und machten sich auf den weg um in zwei bezirken eine weitere bank auszurauben als sie dorthin gingen um eine bank auszurauben wurden sie von sicherheitskräften umzingelt und getötet das sicherheitspersonal gräbt und löst die leichen und macht halt um die nachricht von menschenrechtsverletzungen und verbrechen zu verbreiten aus der veranstaltung wird nicht viel herauskommen auch hotels und pensionen waren damals große anlaufstellen ich habe die realität dieses vorfalls anhand vieler sutras verstanden die wahrheit ist dieselbe alle die gold und silber brachten wurden getötet nun ist das eigentum an diesem grundstück auf mich übergegangen für einen gewöhnlichen geschäftsmann war es sehr schwierig ein so großes vermögen zu verwalten ich habe sogar darüber nachgedacht das ganze geld dem sicherheitspersonal des grundstücks zu geben habe es aber komplett abgelehnt nachdem ich reichtum gesehen habe hat sogar mahadev drei augen wurde auch ich gierig ich kann nicht sagen wie viele banken im land von dieser gruppe ausgeraubt wurden die menge war riesig auch viele goldmünzen ich verwahrte all diese dinge sicher im abstellraum des gästehauses und blieb dort einige zeit ich träumte davon viel land im terai zu kaufen und einen palast zu bauen aber ich wollte mich lange nicht an diesen traum erinnern wenn ich viel land kaufe werde ich bemerkt die zukunft war nicht sicher ich blieb einen tag in dang und fuhr nach katmandu ich wollte all diese dinge ich wollte all diese dinge ändern und glücklich leben ich suchte nach einer ähnlichen lösung nennen wir es zufall oder mein glück ist groß ein bauunternehmer wurde in einem ort namens janfa in tamil gefunden wer versorgt die armee polizei mit lebensmitteln erschien vertrauenswürdig zu sein während des gesprächs erfuhr ich dass er ein gutes verhältnis zur armee polizei hat ich erklärte ihm meine situation ich habe nicht über geld gesprochen ich brachte das geld zu meinem alten haus bedeckte es neunmal mit plastik und steckte es in eine große blechkiste an einem ort wo es kein wasser bekommt und vergrub diese ebenfalls mit plastik bedeckte kiste das habe ich nicht gesagt ich erzählte von gold und silber drei leute in piusen wissen davon vier leute darunter auch sie wissen es wenn sie es verkaufen können sollten sie es in vier teile teilen er sagte dass alles was der auftragnehmer sagte nicht einfach verkauft werden könne aber er sagte dass es zu 70 prozent des marktpreises an den goldhändler verkauft werden könne er hat die fähigkeit das alter herbeizuführen da seine fahrzeuge die waren der armee polizisten transportierten die hier und da unterwegs waren brachte er ein paar mal gold und silber aus piusen mit und verkaufte sie billig in juatha ich habe an ihm gezweifelt und ihn zuerst gefragt ob da ein fehler vorliegt er sagte bruder bei der arbeit nummer eins mag es einen fehler geben aber bei der arbeit nummer zwei gibt es keinen fehler mein tag muss stark sein der auftragnehmer verkaufte das gesamte gold und silber problemlos er gab mir drei crores und sagte das sei dein anteil ich wusste nicht wie viel er behalten hatte ich wusste nicht wie viele banken das gold von diesen demonstranten gestohlen hatten aber zu dieser zeit hatte niemand im dorf gold und silber zu hause alle einwohner von lahure nie bewahrten ihre juwelen aus sicherheitsgründen in der bank auf mit diesem geld kaufte ich ein haus in einem ort namens wisshallen agar in katmandu es gab auch einen grund ein haus zu kaufen in dieser gegend wohnten früher hauptsächlich die beamten der heerespolizei ich musste diesen bereich aus sicherheitsgründen auswählen ich brauchte fast ein jahr um das gold und silber zu verwalten und ein haus zu kaufen von zeit zu zeit hatte ich telefonischen kontakt zu meiner frau das haus das ich in wisshallen agar gekauft habe war ein dreistöckiges haus es war ein haus mit einem halben plantagen gelände zwei etagen zu vermieten dann ging ich nach piusen dort in piusen war der geist seiner frau gestört nur meine frau und ich wussten von diesem vorfall er wusste es nicht weil sein sohn jung war es war nicht bekannt dass mutter vater und brüder in getrennten häusern lebten meine frau hat mich wegen all dieser themen immer gestresst trotz dieser spannung nahm ich das geld das ich nach und nach vergraben hatte heraus und kaufte ein haus in dang und nepalgan danach schlossen wir das dortige gästehaus und wohnten im dorfhaus ich begann in dang nepalgun katmandu zu leben später nach langer zeit ging ich nach piusen eines tages geriet ich mit meiner frau wegen der frage aller drei grundstücke und wegen meiner neigung zum abschweifen in einen heftigen streit sie fing an lärm zu machen und sagte dass sie alles erzählen würde danach brachte ich es mit einer verschwörung auf den hügel sie nahm auch ihren sohn mit als ich oben angekommen war warf ich ihn in 100 meter tiefes loch wo es keine überlebenschance gab dann fragte mich mein fünfjähriger sohn warum hast du meine mutter getötet er sagte ich werde das alles meiner großmutter erzählen schau dir meinen sohn an es war sehr unverständlich der sohn war unverständlich und liebenswert aber ich ahnte die mögliche situation von morgen und tötete ihn danach ging ich zum haupthaus in dem meine mutter lebt als die mutter und der sohn aus dem bett rutschten und hinfielen erzählte ich ihnen den ort und fiel im hof ohnmächtig zusammen ich blieb dort die dorfbewohner brachten die leichen seiner frau und seines sohnes gute arbeit geleistet nachdem ich die arbeit beendet hatte ging ich nach dann hinunter in den augen der dorfbewohner und verwandten war ich verwirrt meine seele nannte mich einen verbrecher welche lebensgeschichten haben mich so auf den falschen weg geführt es war als müssten tausend fehler gemacht werden um einen fehler zu verbergen beim abstieg von pjusen dann habe ich einen tiefen blick auf dank der parker parker den wald den butien den fluss den wasserfall und so weiter geworfen denn jetzt kann ich möglicherweise nicht nach pjusen kommen die zeit trägt mich in welche richtung und verlässt mich andernfalls droht ihnen möglicherweise eine geburtshaft aber die zeit hat uns nicht daran gehindert ich kam von dang nach katmandu mein haus war in katmandu ich ging nach hause und setzte mich ich blieb ein paar tage lang deprimiert ich blieb lange zeit im haus zeit verging es wurden auch einige freunde gefunden ich erzählte meinen freunden und nachbarn so viel ich konnte von den ereignissen nach einiger zeit heiratete ich zum zweiten mal die tochter von pudasaini aus katmandu mulpani heutzutage habe ich ein restaurant in tangal eröffnet es kommen einige vip kunden beim nippen reden sie bis spät in den abend miteinander er lacht verschmitzt von meiner neuen frau wurden auch eine tochter und ein sohn geboren meine frau hilft mir bei der arbeit sie versucht glücklich zu sein aber mein herz könnte niemals glücklich sein ich versuche glücklich zu sein wenn ich meine kunden ansehe aber von innen heraus gelingt mir das nicht ich kann niemandem das verbrechen erzählen dass ich in meinem herzen verborgen habe ich kann es überhaupt nicht erzählen und weiß nicht wie ich es aus meinem kopf verbannen kann ich kann nachts oft nicht einmal schlafen manchmal sogar wenn ich einschlafe sehe ich in meinen träumen meinen sohn und meine frau die ich vom berg geworfen hatte sie schreien ständig sie sollen mich retten meine seele zittert immer ich habe eine situation von nyahuri mari pahuto guru bitte beruhige mein brennendes herz astrologe sagt jetzt brauchen wir den frieden auf dem planeten es wird alles gut keine sorge der kunde sagt ok guru sagt mir was ich tun soll astrologe schreibt den zettel bitte kommen sie am montag um den planeten frieden zu praktizieren ich habe den inhalt geschrieben bringen sie es mit und die gebühr beträgt 150.000 bitte bringen sie es mit klient ok guru sagt und geht bis heute ist basante nicht zufrieden er sieht einen kriminellen als kunden kommen als er sah dass der astrologe normale geschäfte machte war er nicht zufrieden in seinem kopf brechen wellen aus und er segelt alleine er geht nach oben in die küche ist etwas bangs spricht mit tante mutter ist oben auf dem dach basante geht auf das dach und redet über etwas um die unangenehme situation in seinem kopf zu beseitigen fragt er seine mutter wie es katmandu vor vielen jahren war beide plaudern eine weile er sieht eine gewisse traurigkeit in seiner mutter fragt aber nichts basante versucht mit der zeit ein bisschen philosoph zu werden er beginnt über den einzelnen die familie die familie und die gesellschaft nachzudenken das leben ist ein sumpf es scheint sehr tief zu sein aber es denkt dass selbst mitten in diesem sumpf eine lotusblume gepflanzt werden sollte er betont karma weil er ergebnisse entsprechend karma versteht bis heute hat er keine meinungsverschiedenheiten mit dem astrologen ist aber in mancher hinsicht nicht zufrieden die zeit bewegt sich ständig in ihrem eigenen tempo die zeit ist so etwas weder wartet sie auf irgendjemanden noch sagt sie komm mit mir wer die zeit kennt versucht sich mit der zeit zu bewegen wer die zeit nicht kennt wird es später bereuen bei basante der aus dem dorf kommt ist das zeitverständnis deutlich er nutzt seine zeit voll aus während seines aufenthalts im astrologenzentrum erwarte auf verschiedene weise wissen es geschieht einerseits das wissen durch den campus erworben wird andererseits werden durch das astrologenzentrum auch einige spirituelle kenntnisse und einige management kenntnisse entwickelt durch die interaktion mit den menschen die dorthin kommen erhält er viele informationen über die politik des landes und der welt da er einen großen wissensdurst hat ist er immer auf der suche danach im vergleich zu dem was basante war als er zum ersten mal aus panchta kam ist es hunderte male gereift er schätzt sich glücklich denn auf seiner reise von panchta nach katmandu hatte er bis heute keine großen schwierigkeiten bei seiner ankunft in katmandu waren ihm sunda lavati kanal an karl aus damak und der astrologe eine große hilfe sonder lavati und kanal an karl spielten auf seinem lebensweg die rolle von helfern während der astrologe zum wichtigsten retter wurde basante hat heutzutage viele dinge verstehen können er kann leicht erkennen was falsch und was richtig ist und er ist in der lage die tendenz einer person zu erraten sobald er sie sieht er hat nicht nur an die kunden gedacht die dorthin kommen der astrologe hat auch das verhalten von vater und mutter untersucht er findet dass die astrologie etwas trauriges hat er sah dass auch der astrologe von zeit zu zeit frustriert war er hat viel liebe von seinen eltern bekommen er bekommt die liebe die seine eigenen kinder bekommen die beiden söhne des vaters und der mutter des astrologen sind seit basantes ankunft nicht mehr nach katmandu gekommen der astrologe baba schickte seinen söhnen auch später noch geld aber basante fand nicht dass seine söhne ihm große bedeutung beimassen er hat keine chance gegeben seinen dienst gegenüber seinem vater und seiner mutter einzuschränken während er gleichzeitig seiner verantwortung gegenüber seinem vater und seinem bruder nachkommt die in panchta sind trotz alledem scheint es als ob sein inneres herz heutzutage versucht an joji baba zu zweifeln dieses gefühl drückte sich in seinem allgemeinen verhalten gegenüber kriminellen aus die einen astrologen aufsuchten er spürt all diese zustände kann aber nichts sagen oder ausdrücken der astrologe sagt dass der vater weise werden sollte viele haben viel von dir erwartet es scheint dass unsere gesellschaft versucht zusammenzubrechen auch das muss man schützen um sie dazu zu bringen das leben und die welt zu studieren und ihnen ein umfassendes wissen über die gesellschaft zu vermitteln habe ich auch versucht sie reif zu machen indem ich die lebensgeschichte eines besonderen kunden erzähle der hierher kommt sie haben die möglichkeit aus jedem vorfall zu lernen sie sollten es ordnungsgemäß nutzen ständig kommen und gehen menschen im astrologenzentrum am nächsten tag weist der astrologe baba basante erneut an im geheimraum zu sitzen und zuzuhören normalerweise kamen nur wohlhabende leute zu astrologenzentren um dienste in anspruch zu nehmen früher kamen sie in teuren autos und manchmal kamen auch normale leute zu fuß um den service in anspruch zu nehmen er sah gewöhnliche menschen gehen oft wurde ihm gesagt er solle sich die geschichte einer person anhören die wie ein vip aussah aber manchmal wurde ihm gesagt er solle einer gewöhnlichen person zuhören man muss sich die geschichten aller anhören die ins astrologenzentrum kommen das signal wird basante am tag vor demjenigen gegeben der es hören muss ein weiterer vip soll kommen hören sie sich die geschichte dieses vip in basante an als er in den geheimraum gelangt stellt sich heraus dass es sich um den politiker dumba dvatsch handelt es beginnt ein dialog zwischen dumba dvatsch und dem astrologen dumba dvatsch war sein ganzes leben lang in heuchlerischer politik tätig dumba dvatsch sagt guru daschen der astrologe sagt daschen und was gibt es neues dumba dvatsch sagt was soll ich tun guru als die flamme der unruhe in meinem kopf zu brennen begann erinnerte ich mich an guruji der geist ist aufgrund seiner eigenen vergangenen taten verbrannt es ist schwierig mit diesem brennenden herzen zu gehen ich möchte in der letzten phase meines lebens in frieden leben aber jetzt ist es schwierig weil ich mein ganzes leben lang verbrechen und missetaten begangen habe der astrologe sagt machen sie sich keine sorgen wie sind sie von anfang an in diese situation gekommen erzähl mir deine lebensgeschichte dumba dvatsch sagt tief durchatmen guru als ich jung war die elternschaft war gut als ich älter wurde begann ich mir gedanken darüber zu machen was ich tun sollte ich wurde arbeitslos damals wehte der wind der politik durch das dorf es war vor 45 jahren die leute der mustergruppe begannen in die dörfer einzudringen er führte aktivitäten gegen das system durch die bauern sprachen immer liebevoll über die befreiung er pflegte zu sagen dass das volk rechte über das staatseigentum haben sollte und das tut es auch ich geriet unter ihren einfluss und dachte ich sei ein junger mensch sie brachten mir musterparteimitglieder mit ich wurde für einige zeit ein gewöhnlicher arbeiter dann wurde er in das dorfparteikomitee aufgenommen er sammelte auch finanzielle hilfsspenden wenn ich die spendensammlung erhöhen könnte könnte ich etwas geld gebrauchen ich wurde der partei treu obwohl tagsüber normale landwirtschaftliche arbeiten erledigt wurden gab es nachts eine musterparteiversammlung ich nahm an fast jedem meeting teil tagsüber wurden unter den menschen gute taten vollbracht falsche ausbeuter wurden verhaftet eine musterpartei wurde gegründet die musterpartei schlug eine richtlinie vor um die falschen vaterha feudalherren des dorfes zu bestrafen in den dörfern und bezirken nahm die dominanz der musterpartei zu so war die situation in unserem bezirk auch in anderen bezirken war die situation ähnlich ich hörte dass die parteiführer begannen mit dem gesammelten geld im namen der partei land zu kaufen es schien dass es sich bei der musterpartei um eine systematische bande handelte die im namen der partei systematisch menschen betrügt aber damals wurde ich zur bezirksleitung gebracht nachdem ich die bezirksleitung der musterpartei erreicht hatte lernte ich viele dinge insgeheim hat die parteiführung eine heimliche affäre mit schmugglern dieben kriminellen und scheinleuten im bezirk ihnen kann geld abgenommen werden alkohol marijuana und hanf können heimlich konsumiert werden auch die bezirksleitung wird an verschiedenen orten sexuelles vergnügen haben unter der führung der partei werden starke jungs erzogen um terror zu erzeugen und die partei wird das problem lösen ich selbst fühlte mich von diesen aktionen angezogen die partei lehnte den vom staat vorgelegten plan ab vielleicht hatte der staat auch ein begrenztes budget wir provozierten den rest der leute wir wurden vom zentrum dazu angewiesen für gute leute ist es sehr schwierig sich mit guten absichten zu organisieren es ist so dass die menschen keine angst vor ehrlichen menschen haben mancherorts pflegte die partei mitunter unbestätigte pläne den ausbeutern die todesstrafe zu verhängen danach wurde das sammeln von spenden weiter vorangetrieben auch im namen der partei erzielten die gesprächigen führer ein gutes einkommen ich war auch süchtig nach politik auch mein lebensstandard hat sich im bezirk verbessert als die wahlen kamen wurden alle verbrechen begangen wie viel geld wurde im bezirk gesammelt wie viel hat die zentrale führung früher persönlich gegeben ich wurde finanziell wohlhabend ich stand der leitung des zentrums nahe ich habe einige jungen getrennt großgezogen ich habe dafür gesorgt dass sie dem auftragnehmer vorausgehen der auftragnehmer ist auch mein mann früher übergab ich die bauarbeiten nach abschluss des vertrags an meinen eigenen auftragnehmer früher verdienten wir geld indem wir sehr hart arbeiteten vielerorts würden brücken bereits kurze zeit nach abschluss der arbeiten einstürzen auch die steigung der straße ist gleich es ist schon seit einiger zeit das gleiche die von unserer gruppe errichteten gebäude stürzten aufgrund von wasserlecks innerhalb kurzer zeit ein als unsere partei stärker wurde unterdrückten wir all diese stimmen mit der zeit gelangte ich an die zentrale führung der partei obwohl es mir am anfang gut ging war ich gut darin den weg zu weisen dadurch gelangte ich in die zentrale führung nachdem man die zentrale führung der partei erreicht hatte wurde klar dass das leben der partei führer sehr luxuriös ist nationale und internationale schmuggler mafia und andere haben mit finanzieller unterstützung die partei übernommen auch unsere partei ging mehrmals zur regierung die führer haben geld gesammelt indem sie mehr dinge getan haben die nicht getan werden sollten einige leute haben den zentralen führer auf der partei versammlung selbst rausgeschmissen ich wurde still und heimlich zum hauptanführer wie oft erreichte die partei die regierung wie oft wurde die opposition gebildet jedes mal tat er etwas das dem land schaden würde für sie wäre es ein großer persönlicher vorteil mir hat das teil auch gefallen bei der ausarbeitung eines nationalen vertrags folgten sie der mafia wir haben immer verteidigt dass es für die nation sei und das haben wir auch verteidigt die parteiführung ließ uns früher auf einfachen blättern unterschreiben sie schufen auch eine atmosphäre der angst zum wohle der partei und zum wohle des landes da wir parteimitarbeiter waren sagten sie seien wir oft gezwungen den richtigen druck auf ein einfaches blatt zu drucken unsere parteiführer verdienten durch korruption großen reichtum wir folgen ihnen ging auch zu einem geheimen treffen mit der hauptführung es gab noch mehr leute die ich nicht kannte sie haben unsere parteiführung respektlos behandelt auch wenn sie sich fragen warum sie die arbeit nicht erledigen konnten als er das geld brachte drohte er damit es jetzt zu bringen die sprache die sie verwendeten war nicht nepalesisch aber ich konnte ihre sprache gut verstehen auch wenn ich freunde anderer parteien oft sagen hörte dass die führer aller parteien in nepal genau wie unsere eigene partei von fälschern schmugglern und der mafia besetzt sind ich sagte dass die führung unserer partei immer wieder unsere unterschriften auf leere seiten setzte einmal habe ich einen brief gefunden dort stand geschrieben wir werden die ressourcen unserer länder mobilisieren so wie es alle geber gesagt haben wir werden auch auf die absichten der geber im bildungsbereich eingehen wir werden die wünsche der geber im orthodoxen religionssystem akzeptieren und wir werden entscheiden die außenpolitik entsprechend den anordnungen der geber es wurde so geschrieben es gab noch viele andere punkte unsere signatur befindet sich auf dieser seite ich organisiere seit meiner kindheit im namen der partei all diese aktivitäten sind nicht zugunsten des staates einige wurden unwissentlich geschlagen der staat wurde unter gewissen einschränkungen ausgebeutet ich bereue es in seinem alter weil ich das land getötet habe heute fühlt es sich so an warum wird dieses land das von sati verfluchte land genannt weil unsere führer ein umfeld geschaffen haben in dem sie nicht für den staat arbeiten können in diesem alter hat sich der geist geöffnet aber jetzt hat dieser körper keine kraft und energie mehr es wurde etwas geld verdient wenn ich unsere eigenen handlungen sehe fühle ich mich angewidert guru ich brenne im feuer des bedauerns bitte gib mir seelenfrieden ich habe erkannt dass ich ein krimineller bin weil ich mein ganzes leben lang das land getötet habe der guru muss etwas tun der astrologe sagt habe diese taten wissentlich und unwissentlich getan jetzt müssen wir frieden mit dem planeten schließen und für unsere sünden büßen ich werde eine liste der dafür benötigten materialien erstellen du solltest am montag mit diesen sachen kommen die gebühr für das api checking mantra für den planeten frieden beträgt 150.000 komm mit dambadwaj sagt egal was du tust erschaffe frieden in deinem herzen dann verlässt dambadwaj das astrologenzentrum und macht sich auf den weg zu seinem ziel der astrologe harina rayan geht auch seiner anderen arbeit nach basante secret verlässt den raum er wird ernst dass dies auch geschieht von jedem ereignis nimmt basante das eine oder andere mit seine gefühle des patriotismus und der aufrichtigkeit strömen über wie eine flut er schließt die augen und wird nachdenklich tage vergehen im laufe der tage kommen immer mehr erfahrungen zum basante hinzu das wetter in katmandu ändert sich je nach jahreszeit in katmandu kommen und gehen menschen da es in katmandu viele touristen attraktionen gibt kommen touristen auch aus sieben weltmeeren auch hier hat die unesco viele orte zum weltkulturerbe erklärt basante hat sich viele male zeit genommen seinen vater und seinen bruder in panchta zu besuchen aber die söhne des astrologen harina rayan sind nie aus dem ausland zurückgekehrt die eltern erfuhren dass beide söhne auf andere weise geheiratet hatten auf diese weise werden sowohl vater als auch mutter innerlich schwach wenn sie von ihren söhnen getrennt sind er spürt dass die mutter des astrologen basante immer mehr liebt da seine mutter in jungen jahren verstarb konnte er die liebe seiner mutter nicht erfahren und wegen der zuneigung der mutter seines astrologen ging er in die ecke und weinte viele male auf diese weise wurde basante ein mitglied der familie dieses hauses der astrologe barber hat ihn ebenso liebevoll behandelt das astrologenzentrum ist fast nie leer es ist immer überfüllt als er die menge dort sieht kommt auch basante dieser gedanke warum sind diese leute hierher gekommen und er entscheidet selbst über die antwort vielleicht im glauben basante ist seit seiner ankunft in katmandu ein ehrlicher mitarbeiter des astrologenzentrums habe die liebe eines astrologen bekommen er hat das service system dort direkt gesehen ist aber nicht so sicher wie andere service nutzer er glaubt dass es verlässliche gründe dafür geben muss an irgendetwas zu glauben wenn er in einer stadt wie katmandu menschen sieht die so blind herumlaufen stellt er sich die situation ganz nepals vor aber weil er das ende einiger dörfer in panchta und katmandu nicht versteht sind seine vermutungen nur einbildung der wunsch das land zu bereisen und den zustand der menschen zu verstehen wird in ihm geweckt aber dieser zeitpunkt ist noch nicht gekommen basante hat bereits das signal erhalten dass heute ein weiterer vip kommen wird gegen 10 uhr 30 morgens fährt ein teures cremefarbenes auto in das astrologenzentrum ein das unten postierte sicherheitspersonal hilft bei der organisation der fahrzeuge und begibt sich neben den vips zum service center sein chauffeur sitzt in einem raum im erdgeschoss und liest eine zeitung zu diesem zeitpunkt hatte basante secret den raum erreicht der heutige vip name ist pitambar das gespräch zwischen dem astrologen baba und pitambarji beginnt pitambarji sagt guru daschen astrologe sagt daschen pitambarji pitambarji sagt guru ich habe die letzte phase meines lebens erreicht aber im moment bin ich sehr gestresst der geist ist sehr unruhig sogar in meinen träumen bin ich traurig bitte gib meinem geist und meiner seele frieden der astrologe sagt dafür sollte der frieden auf dem planeten geschaffen werden um planetarischen frieden zu haben müssen wir den grund kennen warum die seele gestört ist der grund dafür liegt in unseren vergangenen handlungen erzählen sie ihre vergangenheit und dann kann wieder frieden auf den planeten gebracht werden pitambarji sagt ja ja guru es scheint dass all dies auf meine handlungen zurückzuführen ist ich sehe alle unsere freunde zu deinen rennen deshalb guru bin ich auch zu deiner zuflucht gekommen und habe um frieden gebeten ich präsentiere nun eine zusammenfassung meines lebenswerks es war vor 40 jahren ich habe meinen schulabschluss gemacht zu dieser zeit hatten nur wenige menschen einen abschluss nur wenige menschen haben den abschluss bestanden nach meinem abschluss dachte ich darüber nach einen job zu bekommen auch die familien angehörigen gaben den gleichen rat damals wurde die prüfung für den öffentlichen dienst eröffnet ich habe mich auf eine offene stelle auf beamten ebene beworben hervorragend im studium ich habe die prüfung problemlos bestanden vielleicht würde es nicht so viele kämpfe geben wie jetzt damals als ich regierungsangestellter war war meine leistung anders dann heiratete ich ein mädchen das gerade ihren abschluss gemacht hatte damals galt ich als eine figur die in der gesellschaft diskutiert werden sollte nachdem ich den regierungsjob angetreten hatte wurden die neuen batch mitarbeiter darunter auch ich zunächst über das schulungszentrum geschult und in die bezirke geschickt ich erreichte auch das bezirksverwaltungsamt der region äußerster westen am anfang als ich den job antrat war ich von der ehrlichkeit beeindruckt aber nachdem ich den job angetreten hatte sah ich viele möglichkeiten an geld zu kommen ich fing an zusätzliches geld zu nehmen während ich öffentliche arbeiten erledigte auch der neue chef wird gut verdienen innerhalb weniger jahre nach meinem einstieg in die stelle gelang es mir vier oder fünf stellen hinzuzufügen zu beginn habe ich einige der uhren die ich gekauft habe nach meinem namen benannt dann habe ich es nach meiner frau benannt später nannte ich auch den namen meiner schwiegermutter und meiner schwiegermutter wie viel kann man verdienen wenn man im öffentlichen dienst bleibt was auch immer sie tun wenn sie einen teil des gesammelten geldes nach oben stecken wie viel haben andere wie ich verdient ich verfüge über berufserfahrung in allen bereichen einschließlich verwaltung buchhaltung einnahmen und zoll auch wenn er in die gegend geschickt wurde das maul des essers wurde nicht von läusen durchbohrt war es so sehr glücklich auch meine frau lebte durch den verdienst meines jobs im luxus sie kaufte ein auto zum spazieren gehen sie stellte helfer ein um zu hause zu arbeiten unsere position änderte sich plötzlich meine beiden brüder und eine schwägerin gingen mit meinem verdienst nach deutschland um dort zu studieren ich würde so viel verdienen wenn ich offizieller level manager werde berufsbegleitend erreichte ich auch die stufe einer stellvertretenden sekretärin nachdem ich die ebene der stellvertretenden sekretärin erreicht hatte wurde ich vielerorts chef chef wenn man als cdo distrikt für distrikt erreicht ist das zusätzliche einkommen hoch wenn der polizeichef des bezirks und der cdo zustimmen wird alles geschehen was getan wird in gewisser weise erinnerte ich mich an mich selbst als könig als der fall der verbreitung gefälschter staatsbürgerschaften im bezirk terai ans licht kam und in den zeitungen darüber berichtet wurde fühlte ich mich unwohl dann wechselte ich den dienst und wechselte zum finanzdienst als ich im finanzdienst war war es als würde ich auf einem felsen sitzen wie viel verdient man ohne geld es war mir egal zu dieser zeit verbrachte er viele abende in katmandu wir waren früher oft dort wenn wir betrunken ausgingen stahl sogar der wachmann mein taschengeld aus dem fahrzeug aber er brachte mich zum auto und legte es ins auto zu diesem zeitpunkt schloss mein ältester sohn sein studium ab und ging für eine höhere ausbildung nach australien zwei jahre nach seiner abreise ging sein jüngerer sohn zum studieren nach japan wir sind die einzigen zwei alten leute in der familie unsere hochzeitsreise begann wieder in einem verlorenen alter wenn geld vorhanden ist stellen sich auch externe mädchen an die reihe auch im eigenen büro waren die weiblichen mitarbeiterinnen einiges zu ertragen von zeit zu zeit kam der journalist vorbei und nahm geschenke entgegen im job des stellvertretenden sekretärs ist das einkommen auch bei politischen entscheidungen hoch damals dachte ich nepal sei das reichste und profitabelste land der welt auf der ebene des stellvertretenden sekretärs ist es nicht akzeptabel wahllos geld zu nehmen die bilanz muss stark angepasst werden aber die einnahmen fallen noch fetter aus während meiner arbeit wurde ich zum stellvertretenden sekretär befördert zu dieser zeit begann der umgang mit außenstehenden selbst wenn sie die geheimen informationen ihres amtes und dienstes an andere weitergeben werden sie viel geld verdienen wenn sie anfangen zu verdienen beginnen sie überall zu verdienen seitdem ich stellvertretender sekretär geworden bin haben hochrangige führer aller parteien kontakt mit mir aufgenommen ich habe auch große geld summen von den führern gesammelt als meine arbeit und mein fachgebiet übereinstimmten wurde ich auch generaldirektor der finanzabteilung als ich genug geld hatte um mich zu verstecken zu verstecken zu begraben und wegzublasen schrieb ich bücher und wurde philosoph um eine angesehene person in der gesellschaft zu werden nachdem ich zum liebling der minister geworden war wurde ich in letzter minute meines jobs sekretärin nachdem ich sekretärin geworden war zahlten mir auch andere agenturen ein stattliches gehalt mit dem geld das ich verdiente wurde mein schwager ein großer industrieller in deutschland der älteste sohn ist auch ein großer investor in informationstechnologie und hotellinien in australien geworden der jüngere sohn hat in japan die gleichen fortschritte gemacht zeit verging meine mutter und mein schwiegervater sind verstorben das eigentum dass ich im namen meiner mutter und meines schwiegervaters hinzugefügt habe konnte nicht auf meinen namen lauten auch die verwandten die in deutschland lebten meldeten sich nicht bei mir ich konnte das geld das sie hatten nicht nehmen sie entfernten sich von mir beide söhne heirateten dort mädchen sie kommen nicht nach nepal selbst meine söhne haben keinen kontakt zu mir kurz nachdem ich von meinem amt als sekretärin zurückgetreten war verfolgte mich die behörde in der zeitung kamen schlechte nachrichten meine frau ist sehr liebevoll als die nachricht nach der behörde kam brach die frau vor schmerzen zusammen und erlag der krankheit ich war völlig allein es ist nicht einfach im alter allein zu leben und es gibt niemanden der wasser wärmt oder zuhört das leben wurde sehr langweilig manchmal halfen nachbarn aber das war nicht immer möglich am ende meines lebens habe ich eine frau mittleren alters geheiratet ich hoffte dass danach noch ein paar glückliche tage kommen würden nach ein paar tagen ehe fing sie auch an sich zu beschweren nach einem jahr wurde der fall geschieden sie hat mir auch einen teil meines eigentums weggenommen heute bin ich völlig alleine so wie die sanften hügel und dörfer in denen ich als kind gespielt habe trostlos geworden sind ist es auch bei mir so geworden ich bin der grund für all das heute brenne ich im feuer des bedauerns in meinem kopf steigt immer wieder eine welle der unruhe auf ich wandere auf der suche nach frieden guru gib mir frieden der astrologe sagt dem astrologen traten tränen in die augen als er fragte du wirst völlig allein keine sorge die welt sollte friedlich sein ok schreibt etwas auf das papier bitte kommen sie am montag mit diesen dingen um den frieden auf dem planeten zu schaffen die gebühr beträgt 150.000 bitte bringen sie diese mit pita mbhaji sagt ok guru was auch immer passiert ich will frieden danach reist pita mbhaji von dort ab auch der astrologe baba beginnt mit seiner anderen arbeit auch basante verlässt den geheimraum jeden moment jeden moment jeden tag entdeckt basante neue dinge basante erweitert das wissen über das leben und die welt die geografische lage von katmandu wird unruhig wenn die regenzeit kommt der einbruch des winters bringt kälte mit sich es freut sich auch über den herbst und basante im allgemeinen ist das wetter hier im vergleich zum wetter in anderen teilen nepals günstig und katmandu ist zu einem reiseziel für menschen aus dem ganzen land geworden deshalb mangelt es hier nicht an aktivität während seines aufenthalts in katmandu eignet sich basante auch kenntnisse der buddhistischen philosophie an auch wenn er nicht tief in die perfektion vordrang konnte er das wissen in seiner gesamtheit spüren manchmal ist er auch mit seinen freunden beschäftigt um über soziale traditionen und den weiteren weg den wandel der nepalesischen gesellschaft und so weiter zu diskutieren der astrologe wies basante an sich die ereignisse am nächsten tag anzuhören basante hat darüber nachgedacht welche neuen ereignisse kommen werden er ist mit interesse vorbereitet in seinem kopf tauchen viele fragen auf am nächsten tag kommt ein weiterer web wenn man sie ansieht sieht sie attraktiv aus ein großer blonder mann mit gel im zurückgebundenen haar und krawatten anzug sieht aus als wäre er in den 60ern das auto wird unten geparkt und vom sicherheitspersonal zum astrologenzentrum oben geschickt als diese person meth erreichte saß basante bereits im geheimraum diese person ist unter dem namen tivariji bekannt und seine identität als sozialarbeiter hat sich in der gesellschaft etabliert der dialog zwischen dem astrologen und tivariji beginnt tivariji sagt hallo guru astrologe sagt hallo was gibt es neues kam nach langer zeit tivariji sagt die natur der menschen ist so guru du kannst dich nicht erinnern ohne zu leiden astrologe sagt ist eine solche methode in verruf geraten tivariji sagt ja guru jetzt ist das 60 ste lebensjahr überschritten aufgrund der erfahrungen aus seinem eigenen leben in der vergangenheit bereut er heute sehr viel es gibt keinen frieden im geist in diesem alter war es schwierig alle unsere freunde sind hierher gekommen um das feuer des geistes zu beruhigen guru ich kam auch auf der suche nach einer möglichkeit meinen geist zu beruhigen ich muss es sowieso reparieren dafür bin ich bereit alles zu tun ich bin in einer situation in der es schwierig ist zu schlafen zu essen und zu sitzen ich muss gerettet werden der astrologe sagt ich verstehe ihr problem die wurzel all dieser probleme ist ihr vergangenes karma halten sie es offen dann wird es leicht sein es zu lösen es wird leicht sein frieden auf dem planeten zu schaffen erklären sie kurz wie das problem in ihrem leben entstanden ist tivariji sagt ok guru guru beginnt seine lebensgeschichte zu erzählen ich wurde im bezirk lamjung geboren zu dieser zeit unterrichtete mein vater im sekundarbereich einer staatlichen schule und meine mutter unterrichtete auch im primarbereich da beide fest angestellt waren und an staatlichen schulen unterrichteten galt unsere familie als wohlhabende familie alle mitglieder unserer familie waren bildungsorientiert ich habe es lc an der schule meiner eltern gemacht danach habe ich bestanden und bis zum b a studiert auf dem pn campus in pokara habe ich es abgeschlossen dann kehrte ich wieder nach lamjung zurück meine eltern versuchten einen job für mich zu finden aber es war nicht so einfach einen job zu finden der meinen wünschen entsprach ich wurde von einer ngo angeheuert um erwachsenenbildung zu unterrichten diese ngo war an einer kampagne beteiligt um menschen die in jungen jahren nicht lesen konnten das lesen und schreiben zu erleichtern ich musste als angestellter von dorf zu dorf ziehen viele männer aus dem dorf gingen zur zwangsarbeit und arbeiteten im ausland einige von ihnen gingen nach pokara und chitwon um geschäfte zu machen und andere gingen auf der suche nach arbeit in verschiedene städte indiens damals studierten überwiegend nur frauen an erwachsenen bildungsprogrammen von ngos da die männer die geschäfte machten auch ihre frauen mitbrachten gab es im dorf meist nur las frauen kleine kinder wurden regelmäßig in der schule unterrichtet er ging nach pokara und in andere städte um dort zu studieren im dorf gibt es nur ehefrauen von lahure leuten die einen ausländischen job haben meine aufgabe ist es zu unterrichten der erwachsenen bildungsunterricht fand von elf bis drei uhr nachmittags statt dieser zeitplan wurde auf wunsch der hausfrauen festgelegt es eignete sich auch zum lernen am nachmittag da er morgens und abends mit der hausarbeit beschäftigt sein musste die frauen die zum studium dorthin kamen waren auf einem niveau auf dem sie nicht einmal ihren namen schreiben konnten für sie war es sehr wichtig lesen und schreiben zu können dieses programm wurde fruchtbar dorf frauen konnten briefe lesen damals hatte nicht jeder zugang zu einem mobiltelefon einige der frauen die dorthin kamen waren stark genug um zu singen andere zum tanzen und einige um spaß zu haben damals war es ein besonderes vergnügen dort zu unterrichten damals war ich erst 23 jahre alt ich war ein gebildeter gebildeter junger man ich hatte auch eine freundin aus einem tiefer gelegenen dorf nachdem ich erwachsenen bildung studiert hatte traf ich ihn manchmal an diesem ort und träumte viele lebensträume ich schmückte meinen geist und genoss meine fantasie da der turm in dem ich unterrichtete an einem abgelegenen ort lag kamen nicht viele leute nach dem unterricht dorthin ich hatte den schlüssel zum turm früher ging ich zuerst und öffnete die tür und ich schloss auch die letzte tür 22 deck sätze waren bänke die reinigung wurde von frauen erledigt die zum lernen kamen ich habe es oft genossen lange mit meiner freundin dort aufzubleiben ich kann die freude an jugendlichem werben berühren und küssen hier nicht mit worten beschreiben in diesen momenten schien es mir dass der geschmack süßer mango für einen sehr hungrigen menschen nichts bedeutet einige frauen wussten dass ich mich nach abschluss meines studiums dort mit meiner freundin traf und bis in die nacht redete eines tages saß ich da und wartete auf meine freundin an diesem tag sagte sie ich hätte einen job zu erledigen und wenn ich zu spät komme komme ich nicht sie sagte mir ich solle nach hause gehen wenn sie nicht vor halb vier käme ich war immer froh wenn er kam und traurig wenn er nicht kam ich saß da eine frau die so nach hinten schaut sitzt auf der rückbank und beobachtet meine aktivitäten damals war mir langweilig ich sagte ihm er solle gehen sie weigerte sich zu gehen sie begann zu reden indem sie sagte warum saßen sie hier sie begann zu fragen warum sie nicht zufrieden waren ich wollte nicht sprechen aber sie ermutigte mich zum sprechen indem sie viele fragen stellte ich schaute ständig auf die psycho 5 uhr an meinem handgelenk zu dieser zeit galt auch die psycho 5 uhr als beliebte uhr sie redete eintönig mit mir ich beantwortete seine frage mit einem kopf schütteln die uhr an meiner hand schlug vier meine freundin ist nicht gekommen in meinem kopf entstand das gefühl dass ich jetzt gehen muss ich versuchte aufzustehen und von dort auszugehen die frau ergriff meine hand und zog mich ich sah sie von kopf bis fuß an sie war ein dorf mädchen in traditioneller chollo und lungi kleidung mit einem lächelnden gesicht von 35 jahren mit sandalen an den füßen und leicht zerzaustem haar sie hielt meine hand fest vielleicht aus angst dass ich weglaufen könnte sie zog mich fest und zwang mich auf dem mech zu sitzen sie fing an offen mit mir zu reden sie begann mit meinen händen zu spielen als wäre ich ihr ehemann nach und nach brachte sie mich zum schmelzen die umgebung und die offenheit des körpers haben mich verliebt danach legte sie sich eine zeitlang auf diese weise zu mir und begann alle teile meines körpers zu benutzen vor einiger zeit gelang es ihr das dumpfe gefühl das in meinem kopf aufkam in ein schönes zu verwandeln es gab einen süßen unfall der unfall der beiden dort körperliche freude bereitete als der vorfall passierte tat der geist nichts nach dem vorfall wurde der geist geöffnet angst begann in meinem herzen aufzusteigen ich begann mir vorzustellen was nach diesem unfall passieren würde sie war die einzige die vorher gesprochen hat jetzt bin ich an der reihe zu sprechen ich fing an sie oft zu befragen ich habe gefragt warum sie in diese situation geraten sind sie hat alles ausführlich erklärt sie begann zu sagen ich bin 35 jahre alt ich habe auch zwei söhne ich war 15 jahre alt als ich heiratete mit 16 jahren brachte ich meinen ältesten sohn zur welt diesmal trat der älteste sohn der indischen armee bei der jüngste sohn ist 17 jahre alt und hat ein studium in pokhara begonnen schwiegermutter schwiegervater und ich sind zu hause schwiegervater ist ein shisha liebhaber die schwiegermutter kümmert sich sehr um den schwiegervater mein mann ist ebenfalls leutnant der indischen armee jetzt bekommt er nach drei jahren rente mein mann ist in indien und ich bin hier im dorf meine jugendlichen wünsche werden dadurch geweckt dass mein mann aus dem ausland kommt es fällt mir sehr schwer die gefühle die in mir aufsteigen in einklang zu bringen ich brenne vor sehnsucht nach jugend her heute haben sie meine flamme erleuchtet vielen dank mein herr die angst die in mir aufkam beruhigt sich es gibt eine gewisse erleichterung ich möchte mehr über ihn erfahren was passiert wenn sich das kind auf diese weise hinsetzt das werde ich fragen sie sagt auch mein herr wir haben es dauerhaft gemacht nachdem wir zwei kinder bekommen haben was machen sie ein süßer vorfall ist passiert das ereignis war so real wie ein traum es scheint keine nebenwirkungen zu haben ich erinnere mich damals an eine liedzeile männer kämpfen jahrelang frauen kämpfen einen tag lang sogar die lieder entstehen durch die vermischung von realität und erfahrung mein gefühl hat das gespürt in den folgenden tagen hielt sie viele male ähnliche programme ab obwohl mein herz nein sagen wollte konnte ich nicht ganz nein sagen diese serie wurde fortgesetzt später ist die situation fast aller frauen gleich ich musste vielen menschen dienen obwohl ich zeit und ort wechselte zuerst dachte ich es wäre ein ganz normaler service job der spaß macht aber später geriet ich in eine sehr schwierige situation dann bekam ich einen schweren schlag in meinem leben meine freundin hat diese nachricht selbst gehört sie begann an mir zu zweifeln sie fragte mich und fragte mich ich sagte nein eines tages kommt er auf den hügel und versteckt sich sie traf mich auf frischer tat dann sagte sie dass du mich betrogen hast das werde ich bis ins hohe alter nicht vergessen das treffen mit ihm wurde abgebrochen ich dachte daran sie zu treffen und mich zu entschuldigen aber das war nicht möglich schon damals ging meine lehrtätigkeit dort weiter als ich dort unterrichtete befand ich mich in einer situation in der ich beziehungen zu frauen mittleren alters haben musste zu denen ich kein verlangen hatte mein freund den ich aus tiefstem herzen liebte und den ich heiraten und mit dem ich für den rest meines lebens zusammen sein wollte wir haben es auch versprochen meinetwegen zerbrach unsere wunderschöne traumwelt wie ein glashaus ich hatte gehört das leben ist eine reise aber die erste reise ist ein unvergessliches erlebnis fürs leben bei der man zeit mit der person verbringt die man liebt ich war wie eine schlange die ihren edelstein verloren hat während des unterrichts wurde ich langsam wütend auf alle frauen ich fing an videos von allen frauen zu machen die ich kontaktierte damals begann ich ein mobiltelefon zu benutzen das mir ein verwandter geschenkt hatte als er aus dem ausland kam diese dame die damals noch nicht einmal ein mobiltelefon hatte ich fing an all diese frauen zu erpressen indem ich das video zeigte dass ich heimlich gemacht hatte alle mütter und schwiegertöchter der kinder saßen mit ihrem prestige da ich bin ein unverheirateter mann und habe ein video von mir gemacht in dem ich damals mit 43 frauen sex hatte die meisten videos wurden auf dieser terrasse gedreht einige der videos wurden in maisfeldern und flusshufern gedreht es wäre einfach ein video zu machen weil es einfach ist ein mobiltelefon auf den turm zu kleben ich bin damals mit all diesen frauen für zwei lachs abgereist sie waren auch bereit geld zu geben damit der vorfall nicht aufhörte sie wissen wie man geld sammelt ich war wütend dass meine freundin mit mir schluss gemacht hat ich habe diesen schritt im gegenzug gemacht sie waren der faktor der meine beziehung zerstörte nach einiger zeit endete dort das lehrprogramm ich hatte damals viel geld ich habe etwas von meinem gehalt verdient ich habe durch die erpressung von frauen eine menge geld eingesammelt selbst meine eltern wussten nicht dass ich so viel geld habe danach wollte ich auch nicht mehr in lamjung leben ich ging nach pokara ich begann in demselben haus zu leben dass mein vater und meine mutter in pokara gebaut hatten um dort nach ihrer pensionierung zu leben wieder vom pn campus aus setzte ich mein aufbaustudium fort ich war ein wunderschöner junger mann finanziell wohlhabend und begabt im studium ich war mädchen die mir auf dem campus immer folgten auf dem pn campus gab es viele mädchen die mir nahe sein wollten zu dieser zeit war der campus als der campus bekannt auf dem viele nepalesische studenten studierten da ich im erdgeschoss war neckten mich die mädchen in meiner klasse er wollte mich lieben und haben ich habe all diese mädchen mit respekt betrachtet weil ich erlebt hatte was wahre liebe ist und wie es sich anfühlt wenn sie zerbricht ich wollte nicht das leben von jemandem ruinieren ich wollte nicht den traum von jemandem ruinieren das waren die dinge die mir durch den kopf gingen selbst wenn man diese mädchen mit respekt betrachtete fühlte sich der körper hungrig an ich wurde von diesen frauen in lamjung gefangen ich wollte von dieser sucht befreit werden habe immer versucht behandelt zu werden in der zwischenzeit machte mir ein mädchen einen heiratsantrag das mädchen war im letzten jahr ihres abschlusses ihre brust war angehoben und die taille glicht der eines warzenschweins die augen waren wie braune augen mit ihrem lockigen haar und den goldenen händen und füßen war sie wunderschön anzusehen ich fühlte auch liebe als ich sie sah wir wurden enge freunde die freundschaft wuchs wir verliebten uns dann gingen wir zum winder was sie nie tempel und schworen gemeinsam zu leben und zu sterben wir haben uns verliebt wir sind verliebt geflogen wir haben uns verliebt treiben lassen die zeit ist wie ein fluss der durch kurven fließt auch mein leben verlief auf die gleiche weise so wie das wasser des flusses weiter fließt auch wenn es hier und da stöße erfährt ebenso ging mein leben auch mit verletzungen weiter nach langer zeit in pokara fand ich die wahre liebe wo es keinen egoismus gab nur liebe sie kam immer zu mir nach hause wenn ich in ihr zimmer ging eines abends bat sie darum zum abendessen zu kommen sie sagte mai fappu sei gekommen du solltest sie treffen ich war auch an einem treffen mit der älteren schwester namens fappu interessiert ich ging abends zu ihm er kocht ich fragte sie ob es ihr gut gehe sie sagte sie würde im badezimmer ein bad nehmen ich schwatzte mit ihr und fing an ihr beim kochen zu helfen nach einiger zeit kam ihr fappu mit einem handtuch um die brust aus dem badezimmer als ich sie sah war ich überrascht ich hielt einen löffel in meiner hand und er fiel auf den boden mein freund hörte auf das gemüse laufen zu lassen und schaute mich an um zu sehen was passiert war ich war schockiert über eine art gebet ich saß mit den händen auf dem kopf auf dem sofa in der nähe mein freund kam auch dorthin nachdem er gemüse abgedeckt hatte fappu kam auch gekleidet dorthin beide versuchten mit mir zu reden ich saß ruhig da der grund dafür war dass die fappu meiner freundin dieselbe frau war die ich in lam jung in der erwachsenenbildung unterrichtete sie war dieselbe frau die mir in diesem gebäude namens terrasse zum ersten mal körperkontakt ermöglichte schließlich habe ich auch noch zwei lack rupien genommen um sie zu erpressen wie das sprichwort sagt stein im ersten ballen ist der fappu meiner freundin für mich genau das geworden ich erreichte die vorahnung vielleicht hat sie es auch erreicht fappu sprach ohne zu zögern offen mit mir meine freundin stellte mich offiziell vor nachdem wir einige zeit geredet hatten begannen wir zu essen ich begann zu essen ohne zu sprechen fappu neckte mich damit dass ich mich schäme im haus meiner schwiegereltern zu essen ich blieb unbeantwortet nach dem essen gab es ein gespräch aber ich konnte mich innerlich nicht öffnen fappu fragte was passiert sei man ich tat so als hätte ich kopfschmerzen und versuchte sofort zurückzukehren einer nach dem anderen einer nach dem anderen ich bin dort gegen neun uhr losgefahren meine freundin bat darum am nächsten tag auch zum abendessen zu kommen ich wollte ihre liebe nicht verlieren am nächsten tag ging ich zum abendessen fappu wohnt auch bei meiner freundin es gab kein zögern wie gestern denn nur fappu und ich wussten von den vergangenen ereignissen ihr pofu blieb ein paar tage im zimmer meiner freundin in pokara sie wollte auch zu uns nach hause gehen aber ich nahm sie nicht mit sie riefen mich ständig dorthin eines tages sagte fappu zu mir sie sagte mir ich solle morgen nachmittag vorbeikommen und mir das vorherige video ansehen ich fragte mich was noch einmal passieren würde als ich am nächsten tag zum campus ging rief mich fappu dort an ich bin mir nicht sicher ich ging sobald ich dort ankam schloss sie die tür nachdem sie die tür geschlossen hatte packte sie mich und zog mich zum bett ich verstehe seinen charakter aber er kann sich ausziehen bevor ich entkommen kann sie hat mich erpresst sie sagte dass sie die vergewaltigungsgerüchte zurückweisen würde und bat um ein einziges mal meine freundin war auch misstrauisch gegenüber fuppes verhalten andererseits verstummte fappu vor meinen augen zu diesem zeitpunkt kam meine freundin heraus und klopfte an die tür es dauerte eine weile bis sich die tür öffnete und sie drinnen war sie kam sie schlug mir mehrmals auf die brust sie streichelte fappus haar ich verließ dort hilflos und sprachlos am selben tag ging ihr fappu nach lamjung meine freundin beging selbstmord indem sie in den fluss seti sprang wer es sah informierte die polizei einen tag später wurde die leiche meiner freundin von der polizei aus dem seti fluss geborgen als ich das alles hörte wurde ich fast verrückt ich konnte 15 tage lang nicht auf den campus gehen ich war sehr enttäuscht ich dachte lieben sei ein verbrechen ich habe mich in zwei mädchen verliebt aber in einem moment zerbrachen beide welten der liebe nach einiger zeit ging ich um auf mich selbst aufzupassen schon der anblick einer verheirateten frau mittleren alters machte mich wütend pokara ist eine stadt in der nur frauen und kinder zu hause bleiben war galung lamjung müakti syangia menschen aus den bergen haben häuser gebaut und leben dort alle familien derjenigen die eine beschäftigung im ausland aufgenommen haben bleiben hier die wunderschöne nepalesische stadt pokara ist ein touristenziel aber auch die lage der ehefrauen deren männer im ausland sind war dramatisch hier ist es einfacher den durst zu stillen als in lamjung wenn man alles sieht ist die innere welle anders ein gefühl der rache kam bei den frauen mit mittelkante auf weil ich ein attraktiver junger mann war blieben viele frauen mit mir in kontakt ich habe etwa 100 frauen mittleren alters kontaktiert ich habe auch das geheime video für alle gemacht ich war in diesen tagen sehr beschäftigt nachdem ich das video für alle gemacht hatte erpresste ich alle ich nahm den betrag von 500.000 rupien von 80 frauen und ließ sie weg aber 20 frauen gaben nicht zu diesem zeitpunkt war mein aufbaustudium beendet ich habe in pokara gutes geld verdient vielleicht können nur wenige menschen im leben so viel verdienen was den verdienst betrifft war lamjungs erfahrung jedoch auch gut für mich als ich bis dahin blieb war ich von pokara besessen dann kam ich nach katmandu als ich nach katmandu kam wollte ich ein neues leben führen die eltern bestanden darauf dass sie heiraten sollten früher hieß es man solle heiraten wen man will sonst sollen wir die ehe regeln wen man will ich sagte ihnen dass ich das mädchen wegen meines studiums bis heute nicht besucht habe die tochter einer person die sie kennen hat auf dem minbewen campus studiert und sitzt derzeit nachdem sie ihr postgraduierten examen abgelegt hat ihr haus liegt in der muschel wurzel ich habe ihn geheiratet ich habe auch ein haus im alten warner schwa gebaut ich bin seit 32 jahren verheiratet ich hatte einen sohn eine tochter und enkelkinder alle arrangements sind gut heutzutage bin ich auch ein börseninvestor und forscher ich bin jetzt in meinen 60ern ich bin seit 32 jahren verheiratet in diesen 32 jahren sind mir nicht viele ereignisse in den sinn gekommen die fünf jahre seit abschluss meines grundstudiums haben mich ein leben lang verbrannt plötzlich brachte ein weiterer vorfall mein leben aus dem gleichgewicht ich besuchte pescha petinez mit meiner familie es gab eine schlange am daschen platz ich saß mit meiner frau vorne in der reihe andere frauen trugen im sommer kurze blusen direkt vor meiner frau stand eine frau in unserem alter die sich ein tattoo auf die hand stechen ließ auf dem mein name stand sobald meine frau es sah zeigte sie es mir ich glaube der name ihres mannes ist der gleiche wie meiner sie drehte sich nach etwas um wir schauten uns die stelle an an der sich die linie befand die anderen leute in der schlange hörten nicht auf uns zu beobachten und gingen weiter auch meine frau hat sich diese szene lange angeschaut die frau die ich dort traf war meine alte freundin vor 37 jahren hatten wir eine welt der liebe und nach einiger zeit war diese welt verlassen dieser seltsame zufall ließ uns vergessen pescha petinez zu besuchen wir gingen zu einem nahegelegenen teeladen beim tee begannen wir zu plaudern meine frau hatte es eilig dieses geheimnis zu erfahren ich habe mich bei meiner freundin entschuldigt sie lachte und schüttelte den kopf sie wollte nicht auf mich hören sie sagte ich will nicht auf dich hören als er zum studieren direkt von lam jung nach katmandu kam wurde die bildungskommission eröffnet ihre festanstellung war als englischlehrerin im sekundarbereich möglich zu dieser zeit gab es in katmandu den brauch des tätowierens als zeichen ihrer ersten liebe tätowierte sie immer wieder meinen namen sie wird für den rest ihres lebens nicht verheiratet sein unverheiratet zu sein war schwierig aber sie erträgt alle schwierigkeiten vor einigen jahren legte sie eine pause von ihrem job ein und engagierte sich seitdem in der sozialarbeit als sie ging sagte sie liebe bedeutet opfer wo ehrlichkeit opferbereitschaft hingabe loyalität und ideale ethik miteinander verflochten sind liebe ist nur dann unvollständig wenn du bekommst was du willst selbst im verlustfall ist diese liebe ewig wenn man das gefühl der liebe gleichermaßen verschönern kann damit ging sie habe drei tassen tee bestellt niemand hat auf den tee geachtet er ist kalt geworden selbst meine frau konnte nichts sagen von dort aus machten wir uns auf den weg zum alten barneschwa von diesem tag an begann ich mich immer mehr an ihn zu erinnern ich fühle mich wie ein verbrecher wenn ich seine liebe und opferbereitschaft sehe die tragische szene in der die freundin die sich zum zweiten mal traf in den seti fluss stürzt taucht vor meinen augen auf sogar in träumen kommen sie und vermissen mich aufgrund meiner geschäftlichen vergangenheit bin ich sehr exzentrisch der geist ist in aufruhr guru was soll ich jetzt tun gib mir frieden der astrologe sagt keine panik alles sollte durch den frieden auf dem planeten geregelt werden bitte kommen sie am montag um den planetaren frieden zu praktizieren planet peace gebühr erst es kostet 150.000 sie geben eine warenliste aus und sagen dass sie diese waren mitbringen sollten andererseits war basante der im geheimraum verärgert war verärgert darüber wann tiwariji gehen würde nachdem tiwariji dort gegangen war überlegte auch basante mehr so hatte er heute gelegenheit sich über die neuen entwicklungen zu informieren dann geht er auf das dach des hauses blickt in den freien himmel und atmet die frische luft ein es ist viele jahre her seit basante nach katmandu kam er studiert seit etwa fünf jahren während dieser zeit arbeitete er in einem astrologenzentrum und sammelte kenntnisse er betreibt ein aufbaustudium seinen abschluss hat er mit guten noten bestanden er hat kultur auf postgraduierten niveau studiert er untersucht die vielfältigen aspekte der kultur des alten nepals und des modernen nepals aus seinen studien geht ihm auch hervor dass die nepalesische zivilisation eine der ältesten zivilisationen der welt ist basante studiert sachlich selbst wenn jemand etwas sagt wird er es nicht glauben wenn es keine grundlage dafür gibt er hat nur morgens zeit auf dem campus zu lernen da tagsüber viel arbeit zu erledigen hat er hat direkt gesehen dass der astrologe depressiv wurde und baba hat auch viel vertrauen in ihn die söhne von jothisch baba kontaktieren ihn manchmal telefonisch sie sind nicht nach nepal gekommen und haben sich kennengelernt die umstände haben basante zum ältesten sohn dieses hauses gemacht was ante hat manchmal sogar astrologen stottern sehen wenn du sie so rennen siehst stellt sich in deinem kopf die frage nach dem grund aber du sprichst mit niemandem darüber er geht mit der situation so um wie sie ist und geht voran er hat den gleichen respekt davor mit glauben zum astrologen zentrum zu kommen wenn ein besonderer mensch kommt ist es sein plan im geheimen raum zu sitzen und seiner lebensgeschichte zuzuhören der astrologe baba arrangierte für basante solche vorkehrungen um sein praktisches wissen zu erweitern basante bekommt einen hinweis dass am nächsten tag ein weiterer vip kommt er bleibt in vorbereitung in den anfangsjahren hörte er sich die geschichte immer an heute bildet er sich seine eigene meinung zu diesen ereignissen am nächsten tag beginnt die gleiche routine erneut ein alter vip kommt ins zentrum er muss gemäß den regeln sitzen zuvor hatte basante secret den raum bereits erreicht der heutige vip ist ein professor der dialog zwischen ihnen beginnt professor sagt namaskar guru der astrologe sagt namaskar und was gibt es neues professor sagt es ist nicht richtig wenn wir sagen dass es in ordnung ist selbst wenn wir sagen dass es nicht richtig ist was sollen wir sagen es ist schwierig astrologe sagt was erwarten sie von mir der professor sagt guru der ein leben lang lehrt auch im rahmen der lehrtätigkeit wird ein verbrechen begangen bedauere es heute aufgrund des karmas herrscht heutzutage ein schuldgefühl im kopf die seele ist verbrannt sein ganzes leben lang hatte ich eine negative wahrnehmung gegenüber dem astrologischen und spirituellen bereich jetzt bin ich zu ihnen gekommen um die brennende seele in diesem alter zu beruhigen möge der frieden wieder hergestellt werden der astrologe sagt sicherlich quälen die eigenen taten die menschen bitte erzählen sie mir im detail wie es zu dem akt des sodbrennens und der schuldgefühle kam danach wird es leicht sein frieden und glück auf dem planeten zu erreichen professor sagt guru bitte halten sie es geheim ich werde kurz meinen hintergrund erzählen die geschichte beginnt so guru ich habe im alter von 25 jahren meinen m a in englischer literatur mit auszeichnung bestanden ich habe bestanden zwei jahre später erlangte ich meinen m a abschluss außerdem erhielt ich eine feste anstellung auf dem campus um studenten bis zu 18 jahre zu unterrichten es war nicht üblich die stelle eines stellvertretenden professors auf fester basis zu bekommen ich wurde damals auch zu einer diskussionsfigur viele der schüler in meiner klasse waren älter als ich ich habe jeden unter strenger disziplin unterrichtet am anfang hat mir das unterrichten spaß gemacht aber später wurde mir langweilig anfangs war ich mit dem gehalt zufrieden doch später wurden die monatlichen kosten für den unterricht unerträglich ich begann auch mit der übersetzungsarbeit danach fingen die einnahmen an gut zu werden früher habe ich verschiedene artikel und ganze bücher übersetzt da auch nepalesische schriftsteller zum englischen übertreten wollten wurde der beruf weiter geführt auch die geldgier nahm zu dort fühlte ich mich etwas gelangweilt als ich auf dem campus die forschungsarbeit leiten musste später nachdem ich geld gesammelt hatte begann ich selbst mit der anfertigung der abschlussarbeit von dort kommt auch geld geld wird von überall zu denen kommen die es wissen zeit verging neue erfahrungen kamen hinzu neben meiner lehrtätigkeit begann ich auch mit übersetzungsarbeiten forschungsberatungen und der bearbeitung von werken anderer autoren gleichzeitig begann ich zeitweise an englisch coaching kursen teilzunehmen ich war schockiert als ich sah dass die einnahmen von überall her kamen glück kommt wenn geld im überfluss vorhanden ist unterdrückte wünsche werden nun geweckt damit sie erfüllt werden können ich wollte meine haare machen als ich klein war aber ich konnte es damals nicht machen ich habe auch meine haare machen lassen ich trug auch ein kleines oberteil mit durchstochenen ohren ich konnte nur hosen und kleidung tragen tragen sie es nach ihren wünschen designs die zerrissen gemieden und so weiter werden kindheit jugend und jugend kamen mir immer wieder in den sinn ich war glücklich über meinen erfolg im leben ich hatte ein gutes einkommen zu diesem zeitpunkt hatte ich das niveau erreicht keine angst vor kleinen menschen zu haben ich galt auf dem campus als guter lehrer zu dieser zeit war ich auch außerordentlicher professor mit der erfahrung wuchs auch mein stolz ich habe auch meinen akademischen abschluss erworben damals war ich so glücklich wie könnte ich es in worten ausdrücken damals bekam ich mein zweites kind zwei kinder sind ein geschenk gottes habe ich oft im radio gehört auch in meiner familie herrschte familienglück als ich zwei kinder hatte zu dieser zeit war einer meiner forschungsstudenten auf dem campus ich hatte das gefühl dass ich von der forscherin das bekommen könnte was ich von meiner frau die zu hause entbunden hat nicht bekommen habe das gefühl wurde stärker wie soll ich es ihr sagen ob sie es akzeptiert oder nicht er begann sich sorgen darüber zu machen was passieren würde wenn er ein geräusch machen würde danach ging ich ein paar tage lang ihrem job aus dem weg und sagte dass ihm das nicht passiert sei diese forscher haben begonnen in außenbezirken zu unterrichten sie ist sehr besorgt dass die forschungsarbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden mein einziges problem ist sein anderes problem ich tat so als würde ich ihr problem nicht verstehen ich konnte ihr keinen direkten heiratsantrag machen ich machte einen antrag mit einer wendung ich habe es wie ein fiktives ereignis erzählt einer der gurus selbst hat bei der forschungsarbeit geholfen und auch besondere dinge erledigt im gegenteil ich habe ihm gesagt wie viel ein mädchen leisten kann sie ließ es ruhig angehen ich verstand seine meinung danach entstand eine lockere atmosphäre ich habe mich ihm gegenüber geöffnet sie kam auch näher an mich heran ich wurde für seine forschungsarbeit leicht drei oder vier tage später brachte ich eine weitere ausrede vor aufgrund eines besonderen auftrags gehe ich für zwei monate ins ausland dann sagte ich lasst uns mit der recherche beginnen sie war sehr verärgert forschung auf ma-ebene ist keine leichte aufgabe sie wurde schwarz wann werden sie gehen nächste woche sagte ich oh es wird sehr schwierig sagte sie in der mitte sagte ich zu ihm machen sie das sorgen sie irgendwo für einen sicheren aufenthaltsort lassen sie uns beide zusammen sitzen in zwei bis drei tagen sollte alles erledigt sein wo wäre so ein ort sie hat geantwortet in deinem haus wird es platz geben sagte ich ich sitze im zimmer eines verwandten sie sagte es ist unwahrscheinlich dass es auch auf dem campus in nepal jemals einen separaten raum für professoren geben wird was kann man auf dem platz sitzend machen ich habe meine besorgnis geäußert dann sagte er so ist das möglich der satz brach ab wie sagte sie Sir ich sagte mein freund hat ein hotel in dulike da dort nebensaison ist ist alles leer ich werde da sitzen und mir alle korrekturen ansehen sie legen auch den laptop und die restlichen dokumente ab und gehen in zwei tagen sollte alles fertig sein ich habe jetzt keine zeit also komme ich später vorbei sie hatte angst nach einiger zeit nach einiger zeit gibt es keine andere möglichkeit Sir sagte sie ich habe alles gesagt ich sagte dass ich ihnen die situation erzählen werde Sir ich habe kein geld sagte sie das hotel gehört meinem freund ich werde es arrangieren kein geld sagte ich ich sagte es gibt kein geld versicherte ich noch einmal wir machten uns bereit nach dulikehl zu fahren es wurde bestätigt dass wir zwei tage bleiben und am nächsten tag zurückkehren würden wie beschlossen setzten wir uns beide in mein auto und fuhren nach dulikehl tatsächlich befand sich das hotel der person die ich kannte nicht in dulikehl ich habe diese ausrede erfunden auf meinem weg nach dulikehl habe ich viele orte angerufen in banepa haben wir kaffee aus dem auto getrunken als wir dulikehl erreichten erinnerte ich ihn daran dass im hotel meines freundes eine pressekonferenz stattfand und es möglicherweise keine gute idee sei dort zu bleiben sie sagte jetzt bin ich gekommen jetzt werde ich sitzen wo immer du willst meine mission war abgeschlossen wir erreichten ein schönes hotel in dulikehl bei der anmeldung im hotel gaben wir einen anderen namen ein und blieben dort zwei tage ohne das hotel zu verlassen ich habe alles bekommen was ich wollte da er auch einen laptop mitnahm erstellten wir beide den forschungsbericht auf dem laptop so kam sie in meinen plan ich sagte dass es in dulikehl einen workshop zum thema übersetzen gibt die mutter meiner frau kam um meiner frau zu helfen als sie einen jungen bekam ich hatte keine große suchstrategie und organisierte einen helfer der reiß kochte und kleidung wusch sicherlich hatte ich zwei tage lang eine offene beziehung mit ihr sie plädierte wiederholt dafür dass niemand davon erfahren dürfe als sie hierher kam druckte sie den forschungsbericht aus und brachte ihn mit ich habe alle bilder mit geschlossenen augen korrigiert ich weiß nicht wohin sie danach gegangen ist danach ordnete ich die arbeit dementsprechend an wenn bei der forschungsleitung eine frau anwesend war wenn die finanzielle lage des mannes gut gewesen wäre hätte ich die forschungszulassung angenommen der mensch ist ein sklave der umstände ich habe es voll ausgenutzt der lehrer beruf war langweilig während der langen pause auf dem campus wurde ein wohnbesuch in trishuli nagarkot du lich hel und anderen orten durchgeführt vom mädchen bis zum erwachsenen war jeder mitgenommen ich hörte die nachricht dass sich viele verheiratete frauen sogar scheiden ließen aber meine gewohnheit änderte sich nicht früher wusste ich dass aus diesem job geld fließt sobald ich jemanden kennengelernt habe geld ist wie fett für verhalten als ich auf dem campus war war ich beim unterrichten sehr vorsichtig ich wurde von allen geliebt weil ich hart gearbeitet habe um zu unterrichten neben meiner lehrtätigkeit auf dem campus wurde ich auch als hauptredner zu verschiedenen tagungen und seminaren eingeladen verdienter name preis respekt mit der zeit wurde ich professor danach wurde meine brust breiter ich fing an eine führende person auf meinem gebiet zu sein als ich zu der veranstaltung ging schienen die leute begierig darauf zu sein mein lob zu singen zu dieser zeit kam auch die übersetzungsarbeit und meine studenten wurden mit der übersetzung beauftragt der name war meiner ich begann hauptredner und hauptgast bei nationalen und internationalen zusammenkünften zu werden als hauptredner in verschiedenen ländern der welt nahm ich meine lieblings menschen mit in die sendung auf diese weise diskutierte ich mit denen die mich begleiteten über die liberale und umfassende literatur von vishveshwar prasad koirala er war offen und leicht andere ins visier zu nehmen da ich mich auch für die damalige politik interessierte bekam ich in der zweiten hälfte meiner tätigkeit die chance als botschafter zu arbeiten kurz darauf wurde ich automatisch in den ruhestand versetzt kurz nach meiner pensionierung wurde meine frau krank ich wurde in verschiedene krankenhäuser gebracht es gab keine anzeichen einer erholung schließlich berichtete der arzt dass meine frau aids habe das hat er ihr nicht gesagt ich war die ursache dafür von diesem tag an verschwanden hunger und schlaf lippen und gaumen sind alle trocken mir ist in den nächsten tagen nichts eingefallen was ich tun könnte jetzt brennt das feuer des bedauerns in meinem herzen mein geist ist unruhig geworden und mein leben ist chaotisch geworden wenn ich meine frau meinen sohn meine tochter und meinen enkel sehe fange ich an zu zittern guru gib mir frieden solange ich jetzt lebe ich möchte in frieden leben trage etwas salbe auf guru der astrologe sagt lass jetzt alles was passiert ist es sollte weltweiten frieden geben du wirst etwas ruhe in deinem kopf finden indem sie den kalender so umdrehen kommen sie dazu bitte am montag mit einer gebühr von 150.000 rupien bring es ein papier mit einzelheiten zu einigen materialien vorlegen bringen sie diese gegenstände mit professor sagt ok guru er begrüßte und ging auch basante verlässt den geheimraum er erinnert sich noch einmal an die bedeutung des wortes guru das er verstanden hat und versucht die bedeutung zu verstehen guru ist ein ideal das von der dunkelheit zum licht führt aber in der heutigen zeit sind nicht alle gurus gurus von außen ist eines anders im inneren er meinte dass der schüler in der lage sein sollte den lehrer zu identifizieren auch am nächsten tag weist der astrologe auf basante hin basante wird die sache an sich verstehen es kommt jemand mit einer weiteren neuen geschichte in der mitte dieser langen halle befindet sich eine kleine hütte die nur zu besonderen zeiten genutzt wird es ist brauch den schlüssel nach dem betreten von basante von draußen mitzubringen es ist dafür gesorgt dass jeder innerhalb und außerhalb dieser kabine gehört werden kann vip sie kommen die vips dieses tages sind als ärzte bekannt als er dort ankommt beginnt der dialog erneut und zwar so der arzt sagt guru das schon der astrologe sagt das schon welchen dienst soll ich leisten der arzt sagt der guru der zu guru gekommen ist um die flamme der unruhe in meinem herzen zu beruhigen sollte sich um mein wohlergehen kümmern der astrologe sagt es wird leicht sein frieden auf den planeten zu bringen wenn sie die geschichte darüber wie die störung entstanden ist in ihrem kopf behalten der arzt sagt guru aufgrund dieser vergangenen tat brennt eine flamme der unruhe im geist meine geschichte geht so es ist viele jahre her seit ich arzt geworden bin es muss ungefähr 40 jahre her sein meine eltern haben mich mit viel geld zum arzt gemacht als ich als arzt in den dienst eintrat damals verstand ich dass die arbeit eines arztes wie eine dienstleistung ist auch der verdienst wird geringer ausfallen nach dem verständnis des durchschnittsbürgers verdienen ärzte viel sobald ich arzt wurde und anfing patienten zu betreuen kam der heiratsdruck von zu hause aus mittlerweile mochte mich eine krankenschwester im krankenhaus in dem ich arbeitete und von zu hause wurde druck ausgeübt auf einmal zu heiraten ich habe geheiratet weil ich das als zufall betrachtete da wir beide aus der gleichen gegend kamen wäre das leben einfacher gewesen wir haben uns verstanden das leben verlief in einem harmonischen umfeld mit geringem einkommen unser leben war besser als das der gewöhnlichen nepalesen anfangs war ich froh als arzt in dieses berufsfeld einzusteigen und als dienstleister zu arbeiten besteht nach und nach nur noch das einkommen des arztes aus haus und familie ein gewisser arzt fing an mehr verdienst zu erwarten indem er sagte wie viel er verdiene ich begann beruflich darüber nachzudenken wo ich als arzt den patienten dienen muss anfangs arbeitete ich gerne in einem krankenhaus später leitete ich viele krankenhäuser und medizinische zentren gäbe es also viele krankenhäuser und medizinische einrichtungen wären auch die einnahmen etwas höher damals wurde mir klar dass das einkommen höher ausfallen würde wenn ich meine eigene arztpraxis leiten könnte ich bin ärztin meine frau ist krankenschwester nach einiger zeit gründeten wir eine kleine medizinische einrichtung ich habe auch in einem anderen großen krankenhaus gearbeitet meine frau begann vollzeit in unserer arztpraxis zu arbeiten früher war ich morgens und abends in unserer arztpraxis früher habe ich patienten die in ein anderes großes krankenhaus kamen an unser eigenes medizinisches zentrum überwiesen nach einiger zeit war unser medizinisches zentrum mit patienten überfüllt der service wird durch die untersuchung der wirtschaftlichen sozialen pädagogischen psychologischen und politischen bedingungen jedes patienten bereitgestellt der in unsere medizinische klinik kommt auch kranke menschen werden gut aufwachen viele nepalesen wirkten arm und ungebildet zu anderen zeiten wurde sogar jemand der wie ich dicken goldschmuck an hals und händen trug in eine lage gebracht in der er bei seiner gesundheit keine kompromisse eingehen würde wenn ein arzt selbst ein medizinisches zentrum eröffnet und weiß wie es geht würde das geld in einem land wie nepal ausreichen um es in einen sack zu stecken und in ein lagerhaus zu legen das habe ich erlebt das krankenhaus verdient mehr als nur medizinische versorgung ich richtete meine aufmerksamkeit auf die eröffnung eines krankenhauses wie man in nepal sagt nepals gesetz sollte bei gott gelten egal was jemand tut die überwachungsbehörde ist zu einem nutzlosen büro geworden unter den politikern gaben die feiglinge in allen bereichen anweisungen jemand wird kommen und an einem kleinen ding schnüffeln um es wirklich zu überwachen nepal schien ein goldenes land zu sein um geld zu verdienen auch ausländer waren bestrebt in nepal in gesundheit bildung und informationstechnologie zu investieren es geht darum zu verstehen das ist alles was ich über ausländische investitionen sagen wollte ich habe vor der eröffnung des krankenhauses auch ein wenig recherchiert meine recherche welche krankenhäuser sind profitabel wo verluste punkt als das krankenhaus eröffnet wurde zeigte sich dass das krankenhaus dessen manager ärzte waren gewinne machte und das krankenhaus mit weniger leuten die sich im medizinischen bereich auskannten verluste erlitt da mein älterer bruder mein schwager und mein bruder ebenfalls arzt sind wurde nach rücksprache mit ihnen beschlossen unter meiner leitung ein ärzteteam zu bilden und ein krankenhaus zu eröffnen wir suchen ein grundstück für ein krankenhaus in einer kleinen ecke wir haben sieben grundstücke für das krankenhaus gekauft und die restlichen 14 grundstücke wurden von uns den grundstückseigentümern persönlich erworben wir hatten etwas geld und die banken kamen zu uns um uns den rest zu geben man ging davon aus dass das gesamte staatssystem nepals nach dem motto gesetz für die armen und freude für die reichen geführt wurde als wir in dieser gegend mit dem bau eines krankenhauses begannen stiegen die grundstückspreise plötzlich wir kauften das land in dieser gegend zum preis von 6 lachs pro rohpani nachdem das krankenhausgebäude fertiggestellt war begann der preis für das grundstück dort bei 14 lachs pro jahr zu liegen wir verdienen viel geld mit dem land nachdem das krankenhaus vollständig vorbereitet war begannen wir mit dem plan die notwendigen artikel für das krankenhaus zu kaufen da wir teure waren aus dem ausland mitbringen müssen haben wir die befreiung von der zollsteuer beantragt die regierung empfahl außerdem die befreiung von der zollsteuer in nepal werden alle arbeiten pünktlich abgeschlossen nachdem opfer gaben entsprechend der ebene der basis und dem chef in der regierungsbasis gemacht wurden das hatten wir auch erlebt wir brachten eine große menge an maschinen für unser eigenes krankenhaus mit einem zoll rabatt mit und verkauften sie an medizinische fachkräfte anderswo der gewinn einer einzelnen maschine war enorm auf diese weise war es möglich einkommen zu erzielen nachdem das krankenhaus fertig war begann die zahl der patienten so stark anzusteigen dass es dem druck nicht mehr standhalten konnte selbst normalen patienten wird eine riesige summe in rechnung gestellt die arbeit wurde durch den aufbau eines netzwerks von krankenhausbetreibern auf nationaler ebene geleistet der patient wurde von hier nach dort geschickt und der auftrag übernommen nachdem ich ein netzwerk von krankenhausverwaltern aufgebaut hatte gelangte ich selbst in die lage koordinieren zu können wenn in einem krankenhaus etwas passierte wir haben die nierentransplantation in unserem eigenen netzwerk krankenhaus durchgeführt bei der nierentransplantation bei ausländischen händlern wurde von einer person ein betrag von bis zu 10 lachs gezahlt wir hatten agenten in ramigheb dolaka und anderen bezirken um leute zu finden die nieren verkaufen arme leute waren bereit ihre niere für 30 bis 40 tausend zu verkaufen früher haben wir sie in verschiedene städte indiens geliefert da wir bei all diesen arbeiten von zeit zu zeit mit problemen und bedrohungen konfrontiert wurden haben wir die hilfe von gangstern in anspruch genommen nach und nach haben wir im krankenhaus für viele menschen nierentransplantationen durchgeführt selbst wenn angst im herzen ist ist vor geld alles gerechtfertigt es gab keine angst in meinem herzen ich war anteilseigner vieler krankenhäuser und die gewinne wurden organisiert wo ich auch hinschaute hatte ich nur geld gesehen bevor wir eine operation durchführen holen wir das einverständnis der person des patienten ein indem wir einen fingerabdruck hinterlassen obwohl viele kranke arztlehrlinge während ihrer tätigkeit starben das medizingesetz schützte die medizinischen fachkräfte es gab kein problem wenn menschen starben selbst als in den krankenhäusern menschen vor uns starben fühlten wir uns nicht anders wir hatten nur einen fall empfunden mit der verletzung der angehörigen des patienten hatten wir nicht gerechnet unser alltag verlief lange zeit so manchmal wenn die zahl der patienten in einem krankenhaus gering ist geben wir die kosten auf andere patienten um die dort sind ideen zu haben bringt nur vorteile am ende meiner beruflichen laufbahn kam es zu einem ausbruch der corona erkrankung diese epidemie begann in china und breitete sich über die ganze welt aus selbst entwickelte länder wie amerika italien korea waren von corona stark betroffen in ländern auf der ganzen welt kam es zu enormen vermögensverlusten überall herrschte nur angst und panik in china dem land in dem die krankheit ihren ursprung hatte wurden sowohl medizinische behandlung als auch ausgangssperren praktiziert um sie unter kontrolle zu bringen viele menschen wurden mit der situation des lockdowns vertraut er hat es auch gespürt der lockdown erwies sich als sehr nützlich bei der bekämpfung von virus erkrankungen die situation in china und amerika ähnelte in bezug auf diese krankheit dem kalten krieg die situation aus aller welt mit dem finger auf china zu zeigen kam auch in die medien auf internationalen flügen kontrolliert viele tourpläne wurden abgesagt es gab berichte dass einige geschäftsleute nach der zerstörung ihres geschäfts sogar selbstmord begingen früher war die weltgemeinschaft schockiert über die nachrichten die sich aus europa verbreiteten wenig später gelangte die krankheit auch nach indien und nepal es herrschte auch chaos die regierung veröffentlichte die nachricht von der sperrung auch nepal geriet in ein chaos aus angst panik und krise die leute in der regierung haben das gefühl dass die leute in der regierung die arbeit getan haben korruption zu schaffen indem sie den ausbruch von corona zeigten aber wer wird sich zu wort melden nachdem die zeit selbst das schwert der krise auf den kopf erhoben hatte so wie das land beim erdbeben von 2072 in angst gefangen war so wurde es auch in der corona zeit von angst erfüllt es ist wie geschichte geworden dass nepalesische politiker reich werden wenn es eine krise im land gibt als sich das erdbeben von 2072 ereignete genügt es die menschen in katmandu zu fragen was die menschen in der regierung getan haben selbst während corona wurde die situation sehr schwierig aber die regierung schien unverantwortlich auch für das geschäftsumfeld hielten wir diese zeit für die beste die zunahme der patienten die zunahme der krankheiten ist wie ein fest für die krankenhausverwaltung wir haben ein geheimes treffen mit einem kernteam von krankenhausverwaltern während die welt angst hatte stieg auch in nepal die zahl der corona patienten rasant an der ausbruch von corona verlief in zwei phasen in der anfangsphase haben wir dem krankenhausnetzwerk mehr angst eingeflößt in der ersten phase lag fahrlässigkeit vor wir ließen den patienten am beatmungsgerät hielten es aber selbst nicht für angebracht dort zu bleiben wir haben immer gesagt dass auch für die kranken schwestern ein sicherheitsrisiko besteht im anfangsstadium der ersten phase machten wir den einfachen mann durstig indem wir patienten zeigten die achtlos und aufgrund von medikamenten starben danach ging der mann ins krankenhaus ohne an geld zu denken es wurde zum zustand dass selbst die patienten nicht im krankenhaus bleiben konnten wir kooperierten direkt mit der apotheke und teilten den angehörigen des patienten am telefon mit dass sie so viele medikamente eingenommen hatten gemacht ein testament zu verfassen obwohl menschen starben gewährte der arzneimittel laden keinen einzigen rupien rabatt auf das corona medikament wir überweisen patienten per hubschrauber an krankenhäuser in anderen bezirken außerhalb von katmandu im krankenhaus gab es weniger möglichkeiten für beatmungsgeräte in einem krankenhaus gab es acht bis zehn betten mit beatmungsgeräten selbst um ein bett mit beatmungsgerät zu bekommen muss der pfarrer mit strom versorgt werden früher haben wir im krankenhaus mit zehn beatmungsgeräten einen arztbesuch gemacht früher waren ärzte gewöhnliche ärzte aber wir waren als spezialisten bekannt als diese sogenannten fachärzte kamen berechneten wir für jeden patienten ein arzthonorar von 15.000 bis 20.000 früher gingen wir wegen des patienten zum arzt zu dieser zeit wurde in nepal auch der terror der sauerstoffflasche mit freude betrieben ich selbst habe in meinem beruf straftaten begangen und zwar für geld ich hatte anfangs einige patienten aus fahrlässigkeit sterben lassen aufgrund von fahrlässigkeit wie meiner wurden der ehemann und der schwiegersohn meiner tochter in einem anderen krankenhaus getötet ohne den patienten zu erkennen nach einiger zeit wurde corona von überall auf der welt kontrolliert fast alle länder der welt sind von diesem terrorzustand in einen normalzustand übergegangen nach corona kam die dengewelle erneut über die welt zu diesem zeitpunkt hatte ich mich aus der aktiven beruflichen tätigkeit zurückgezogen ich habe auch die leitung des krankenhauses verlassen ich begann meiner familie zeit zu schenken erst dann wurde mir klar dass viele dinge falsch gemacht wurden ich fing an liebe zu geben erst dann wurde mir klar dass viele dinge falsch gemacht wurden meine tochter hat auch kinder sie klammern sich an mich damals dachte ich ich sei der mörder ihres vaters heutzutage gehe ich mit reinem herzen ins krankenhaus und diene aber meine vergangenen taten machen mich wütend im herzen brennt bedauern tagsüber gibt es kein glück und nachts keinen schlaf obwohl ich in den augen der gesellschaft ehrlich erscheinen mag bin ich in den augen ehrenhafter gesetze meiner meinung nach ein verbrecher ich sehe viele befreundete ärzte vor mir die kriminelle sind viele ärzte haben gute arbeit geleistet auch die ärzte die die gesellschaft aussaugen indem sie die hülle der guten öffnen tun es schritt für schritt ich denke das sind die gedanken der nepalesen egal was jemand sagt er wird es ertragen egal was er tut sie zahlen geld ohne auf das datum des arzneimittels zu achten an einem ort wie nepal wo solche menschen leben sehnen sich ausländer danach in gesundheit bildung kommunikation und andere sektoren zu investieren die regierung ist auch bereit die erzielung höherer einnahmen zuzulassen wenn ich auf den weg zurück blicke den ich gegangen bin denke ich dass ich zur hölle fahre ich möchte frieden solange ich lebe aber je mehr freizeit ich heutzutage habe desto mehr brennt meine seele ich bin zu deiner zuflucht gekommen guru weil ich die wut der eifersucht nicht ertragen konnte gib mir etwas seelenfrieden der astrologe sagt sie alle haben geschworen sich selbst zu korrigieren indem sie ihre fehler eingestehen sicherlich kann jetzt der seelenfrieden wieder hergestellt werden planetarischer frieden sollte geschaffen werden kommen sie dazu am montag vorbei gibt ihm cheat in die hand bitte kommen sie mit diesen dingen und die gebühr für den planetaren frieden kostet 1050.000 lack bring das auch mit der arzt sagt ja guru der arzt geht von dort auch wenn basante erstickt hat er das gefühl mit worten eine fernsehserie zu sehen wenn es auf der welt viele taten eines menschen gibt sieht er deren schauplatz durch worte jedes dieser ereignisse erzeugt neben ideologischen und emotionalen wellen ständige wellen in basantes geist und gehirn der astrologe harina ryan hält den montag für geeignet einen besonderen planeten frieden zu schaffen deshalb ist der montag für diejenigen aufgerufen die den planeten friedlich machen sie erledigen jeden tag andere dinge wie beten lesen von rudry und die arbeit eines astrologen sein honorar ist höher als das andere astrologen in katmandu auch wenn sein honorar hoch ist kommen die kunden wegen ihres vertrauens zu ihm obwohl seine honorare hoch sind bietet er vielen menschen auch kostenlose dienste an astrologen haben die angewohnheit zwischendurch etwas zu essen selbst basante hatte es gesehen auch menschen aus verschiedenen ländern kommen ihm entgegen die frau des astrologen mag es nicht wenn andere leute als die kunden kommen basante hat das gefühl dass die astrologen mutter auch mit ihrem astrologen ehemann nicht zufrieden ist der astrologe harina ryan ist nicht nur der freund von basantes vater er ist auch arbeitgeber und wissensgeber er musste ihn erziehen für liebe wurde auch gesorgt basante interessiert sich immer mehr für die tatsache dass es in diesem haus nur zwei reiche leute gibt die sich nicht vollständig versöhnt haben und nicht vollständig zufrieden sind anfangs glaubte er dass seine mutter und sein vater ein gutes verhältnis hätten doch von anfang an waren die ziele seiner mutter und seines vaters nicht vereinbar es war die gleiche situation als basante der sohn desselben hauses war sie brachten ihre meinungsverschiedenheiten nicht so zum ausdruck dass andere sie sehen konnten seit jahren erkennt wasante der als sohn desselben hauses lebt die situation dass die beiden herzen nicht einer meinung sind was ist das innere was er dem vater erzählt hat er wagte nicht einmal zu fragen er fragt die mutter warum sie eine traurige mutter geworden sei sie sagte auch nicht viel es gibt ein haus ein auto einen kontostand respekt alle anhänger haben glauben aber der vater und die mutter des astrologen sind nicht vollständig versöhnt bis basante diese dinge verstand war er glücklich als basante die situation erkannte verschwand auch sein glück er fühlt sich als mitglied dieser familie er ist bestrebt das problem zu erkennen und zu lösen er versucht es zu verstehen indem er kontakt zu den söhnen des vaters und der mutter des astrologen aufnimmt die im ausland sind sie sagen dass sie weil sie im ausland sind und dort geheiratet haben sich in einer kulturellen abweichung befinden und nicht nach hause kommen können und die innere situation des hauses nicht kennen basante ist etwas enttäuschend eines tages erinnert sich basante plötzlich an onkel kanal kanal onkel may weiß etwas über dieses haus andererseits läuft das reguläre programm im astrologenzentrum weiter er steckt in der arbeit fest die er regelmäßig erledigt basante ruft onkel an um etwas darüber zu erfahren nachdem er in seinem kopf viele dinge durchgespielt hat als er zum campus geht ruft er kanals onkel im bandakol park an kanal onkel mit einfacher und menschenfreundlicher natur kam ebenfalls in den bandakol park sie kamen in den bandakol park der groß und voller bäume und pflanzen war also gingen sie herum und unterhielten sich es gab auch viele affen im park so dass ihre aufmerksamkeit auch dort auf sich gezogen wurde basante fragt kanal onkel dass mutter und vater des astrologen nicht gut miteinander ausgekommen seien was könnte der grund dafür sein weißt du etwas onkel kanal sagt du bist der sohn des hauses geworden du lebst seit sechs jahren in diesem haus du hast als assistent des astrologen harina ryan gelebt du hast auch die liebe deiner mutter bekommen und das bist du du solltest herausfinden junge basante war etwas enttäuschend erfährt erneut mit kanals onkel fort wenn du etwas weißt sag es mir onkel onkel kanal sagt junge schau mal das ist eine stadt die häuser hier sind groß die herzen der menschen sind klein emotionale verbindung sogar zwischen menschen die im selben haus leben in vielen häusern gibt es eine große kluft zwischen mann und frau sie schlafen im selben bett haben aber unterschiedliche träume der freund deines vaters ist sehr nett er ist hilfreich er hält seine frau für wertvoller als sein leben sie wollen das wohl dieser gesellschaft sie lieben dich mehr du musst es direkt gespürt haben die frau des astrologen ist auch sehr gut sie kümmert sich sehr um ihren mann sie denkt auch dass du ihr lieber bist als ihr eigener sohn und liebt dich junge lass keine schwäche der familie in ihr haus sind menschen es muss etwas passiert sein wenn sie schmerzen haben tun sie dinge um linderung zu verschaffen auch die erinnerung an seine söhne stört ihn manchmal basante sagt noch einmal der familie geht es gut sie lieben sich aber ich sehe nicht dass sie miteinander glücklich sind deshalb mache ich mir heutzutage auch sorgen ich frage beide sagen dass es so etwas nicht gibt ein anderes mal sehe ich den astrologen der sich freut wenn ein kunde kommt ernst onkel kanal sagt ich habe auch an manchen dingen zweifel der verdacht wird schlecht sein junge jetzt ist es deine aufgabe das haus immer glücklich zu machen dass du in jedem verhalten des hauses ein gleichgewicht gefunden hast solche menschen werden sie nicht einmal in einem anderen zeitalter treffen so trennen sie sich nach einigen momenten des geschwätzes von dort basantes neugier wird durch dieses gespräch nicht gestillt er macht sich sorgen und kehrt zum astrologie zentrum zurück nehmen wir an dass dort nichts ist und die reguläre arbeit weiter geht tage vergehen der vater des astrologen wird immer unruhiger angesichts der traurigkeit ihrer mutter fragt sich auch basante was sie tun soll eines tages während die zeit so vergeht hält ein polizeiwagen vor dem astrologie zentrum auch das sicherheitspersonal unten ist verwirrt er fragt sich warum die polizei kam die polizei fragte wo der astrologie harina rayan sei wenn man weiß dass der astrologie über dem durchschnitt liegt wird die polizei über den durchschnitt hinausgehen in der umgebung herrschte viel aufregung und aufregung zu dieser zeit kam auch basante vom campus nach hause nachdem er die situation dort verstanden hatte hatte er auch große angst viele dinge spielen in seinem kopf früher kamen viele vips hierher um ihre dienste in anspruch zu nehmen einige von ihnen hatten möglicherweise fehler gemacht er betrachtet die ereignisse auf diese weise und macht sich sorgen über die lösung die mutter astrologin saß stirnrunzelnd auf einem stuhl in der küche tante bangs versuchte mut zu machen basante fragte mutter mutter warum die polizei hierher kam und warum die polizei ihren vater mitnahm kommen wir nun zu dem polizisten den wir kennen mutter sagt was auch immer mit vater passiert keine panik verfolgen sie die ereignisse weiter die polizei nimmt so große leute nicht und tötet sie warum hat die polizei das weggenommen danach sollten unsere männer freigelassen werden jetzt liegt diese ganze verantwortung auf ihnen du bist ein reifer junger mann geworden man muss mit der situation klarkommen ich bin immer gesegnet sei mein sohn selbst wenn ich falle solltest du nicht fallen junge basante kommt ihrer mutter näher er hält beide hände der mutter und sagt mutter ich werde meinen vater trotzdem befreien mutter umarmt basante und sagt sohn jetzt bist du unser einziger unterstützung an diesem tag hält die polizei den astrologen im nahegelegenen polizeirevier fest basantes ideale persönlichkeit war der astrologe harina rayan viele kunden kamen täglich in sein astrologiezentrum in ihnen entstanden auch viele arten von wellen basante geht zur polizeistation und trifft den astrologen sein kopf ist gesenkt während er mit basante spricht wie sein sohn junge jemand hat mich ausgetrickst nachdem er über die situation gesprochen hat erkundigt sich basante bei den polizisten vor ort der astrologe wurde von der polizei wegen ermittlungen wegen drogenhandels festgenommen basante sagt den dortigen polizisten dass das nicht passieren könne die polizei antwortet jetzt sind wir in der ermittlungsphase wenn er unschuldig ist wird er freigelassen und wenn er für schuldig befunden wird wird er gemäß dem gesetz bestraft machen sie sich nicht zu viele sorgen was auch immer passiert seien sie geduldig von dort kehrt er nach hause zurück fluten von fragen strömen wie regentropfen durch den kopf sein verstand sagt dass dies alles eine verschwörung von jemandem ist da er sechs jahre lang unter dem schutz des astrologen lebte verneigte er sich stets vor ihm schweren herzens kommt er nach hause ein haus mit einem astrologie zentrum wirkt verlassen mutter ist in der küche er geht direkt zu seiner mutter und erzählt ihr die neuigkeiten die er gesammelt hat da auch banses tante da ist nimmt ihn die mutter mit in ein anderes zimmer und erkundigt sich lange nach den vorgängen basantes botschaften an alle an die mutter mutter macht sich sorgen das leben eines menschen ist wie eine töpferscheibe es dreht sich weiter im leben ist es manchmal sonnig und manchmal dunkel heute hat basante ein neues gefühl erreicht er erinnert sich immer daran dass er die vielen geschichten von menschen die er nicht kennt miterlebt hat in seinem täglichen leben herrscht chaos auch der schlaf dieses hauses ist verschwunden jeder fragt sich wann es hell wird und wir baba treffen werden am nächsten morgen geht basante zum essen von 8 bis 9 uhr morgens ist zeit für treffen mit verwandten zu diesem zeitpunkt kommt basante mit essen er löst eine eintrittskarte für ein treffen aus und geht zu dem treffen die vor ort befindliche polizei arrangiert für den astrologen ein treffen mit basante es werden vorkehrungen getroffen um durch ein kleines fenster zu kommunizieren er macht sich große sorgen um die mutter des astrologen auch andere toll nachbarn erkundigen sich danach ich werde in ein paar tagen abreisen bis dahin junge musstest du dich um das haus kümmern beide hatten sich gegenseitig mut gemacht basante trifft den ermittelnden beamten und informiert sich über den fortgang des falls der ermittelnde beamte sagt der astrologe habe einen schwerwiegenden fall bei der abholung des astrologen aus dem astrologenzentrum wurden auch einige taschen beschlagnahmt und es sollen mehr als fünf kilogramm drogen im besitz gewesen sein was gesetzlich verboten ist basante erhält die information dass ihm unter dem deckmantel eines astrologenzentrums regelmäßiger drogenhandel in großem umfang vorgeworfen wird laut polizei ist er auch drogenkonsument basante kann das kaum glauben basante kommt nach hause zu hause wartet mutter auf basante basante erzählt ihrer mutter alles und fragt mutter hat er drogen genommen mutter sagte junge das war seine schlechte angewohnheit er war drogenabhängig sie wusste nicht was er aß aber er spritzte sich in den letzten tagen immer um das zu essen was sie aß er lernte diese gewohnheit von banaras deshalb begann ich zu denken dass ich nicht in banaras leben werde sondern nach nepal gehen sollte er war ein leichter lerner in venaras wir kamen nach nepal und begannen hier zu leben nachdem er hierher gekommen war fühlte er sich einige jahre lang sicher aber nach ein paar jahren verfiel er erneut in dieselbe sucht selbst nachdem ich 24 stunden lang mit ihr geredet habe komme ich nicht durch was soll ich tun junge auch söhne wurden schon früh zum studium ins ausland geschickt der alte mann ist so in die falle getappt ich hatte das gefühl als würde ich sterben nachdem ich sein verhalten gesehen hatte es gab auch viele drogenabhängige die als kunden hierher kamen er hat diese waren hier aufbewahrt und sie an viele menschen geliefert sogar ich wusste es lange nicht ich sagte ihm er solle das nicht tun er aß selbst gab aber auch anderen etwas nachdem sie in dieses haus gekommen waren gingen sie ihre geschäfte immer mit etwas vorsicht ab ich könnte mir das nie sagen ich hatte große angst dass auch sie dieser schlechten angewohnheit verfallen würden irgendwann scheint es richtig gewesen zu sein ihn der polizei wegzunehmen aber wie kann ich vergessen dass er mein ehemann ist er liebte mich so sehr dass seine heilige liebe mich am leben hielt sonst wäre ich schon gestorben was tust du jetzt die zeit wird es tun die zeit ist stark sie fing an zu weinen und sagte junge verlass uns nicht sagt basante und wischt ihrer mutter die tränen weg mama du bist großartig machen sie sich nicht schwach indem sie so weinen er tröstet sie sich keine sorgen zu machen indem er ihr sagt dass alles gut werden wird da der astrologe nicht in diesem haus ist ist das astrologenzentrum verlassen auch das personal sitzt mit aufgedunsenem gesicht da die frau des astrologen hat schmerzen jeder macht sich sorgen darüber was als nächstes passieren wird nachdem basante mehr von ihrer mutter erfahren hat hat er das gefühl als säße er im geheimen raum und lauschte der geschichte basante bereut die vergangenheit es kommen ihm fragen in den sinn warum habe ich babas aktivitäten nicht richtig gesehen warum habe ich die räume des hauses erst heute überprüft warum habe ich das was ich getan habe einfach auf einfache weise getan nachdem ich vom campus kam und sein herz gibt die antwort ich bin ein armer junge aus dem dorf mein vater hat mir liebe geschenkt er hat für mich essen und lernen organisiert er hat mir eine umgebung gegeben in der ich wissen erwerben kann es gibt keinen solchen menschen auf der welt er war mein vorbild es besteht kein zweifel an der idealen person ich hatte auch immer respekt vor ihm es kann sein sogar basante ging nie in den lagerraum und schaute nach das haus sollte groß sein die räume sollten geräumig sein der lagerraum sollte voll sein zu einem besonderen zeitpunkt begann in seinem kopf die geschichte zu spielen in der er einen schlüssel in den raum steckte und der astrologe selbst diesen schlüssel behielt wie in einem film basante erinnert sich an diese dinge und hat das gefühl dass die situation dieselbe war aber der verstand ist nicht in der lage sie zu akzeptieren heute wird ihm eine neue seite der situation vorgelegt die offen aber wie hinter einem vorhang verborgen ist ich werde baba zum frühstück treffen neben dem treffen mit leuten die nachmittags nach hause kommen gehört für basante das selbststudium das wiedersehen mit dem vater am abend und das trösten der mutter am abend zu basantes alltag so verläuft sein alltag drei monate lang nach drei monaten erfolgt der auftritt vor gericht dann geht der astrologe vom polizeirevier über das gericht ins gefängnis da basante auch regelmäßig mit juristen in kontakt stand bleibt die höhe der strafe abzuwarten obwohl er im gefängnis saß war er nicht zu regelmäßigen besuchen abwesend sie müssen keinen reis mitbringen wie auf der polizeistation aber es werden regelmäßig früchte mitgebracht lasst baba nichts anderes tun als das was er in seinem namen tun muss manchmal nimmt er auch seine mutter mit die söhne im ausland hören diese nachricht versuchen aber nicht nach nepal zu kommen und zu sehen ob sie etwas tun können wenn die mutter anruft sagt sie dass alles was passiert im einklang mit dem gesetz steht also keine panik andere bleiben nicht in kontakt eine mutter braucht sowohl trost als auch unterstützung da basante die situation im haus zu diesem zeitpunkt nicht verstehen konnte war der vater in schwierigkeiten aber er achtete darauf der mutter in den kommenden tagen keinen ärger zu bereiten er steht in regelmäßigem kontakt mit seinem vater und seinem bruder im dorf und kümmert sich um deren probleme er ist auch besorgt über den verfall von familien und gesellschaften seine aufmerksamkeit richtet sich auf das was gemeinsam getan werden kann wenn es in den familien im ganzen land keine ruhe gibt zu hause herrscht so eine situation das leben ist stressig und auch die abschlussprüfung für seinen guru abschluss steht vor der tür basante steht von allen seiten unter spannung und druck er erinnert sich stress und druck machen einen menschen fit und das ist der test im wirklichen leben dann entscheidet er selbst ich muss alle anstehenden prüfungen bestehen darauf muss ich mich gut vorbereiten ich werde alle prüfungen bestehen so bereitet er sich mental vor basante verwaltet alles heutzutage ist er zum vollkommenen beschützer vieler menschen geworden als er eines tages einen astrologen traf sagte er zu basante junge ich habe heute viel mit dir zu besprechen hören sie mir geduldig zu ich habe hier mehr zu erzählen egal wie viel ich rede du solltest mir zeit geben basante wird ernst und bereit zuzuhören dann beginnt der astrologe baba zu sagen junge ich wurde in einem dorf im bezirk panchta geboren als ich geboren wurde war ich sehr krank andere sagten dass pandit auch nach seiner geburt in kalak krank wurde unser kalak ist pandits kalak vater und großvater waren beide pandits mein vater liebte mich sehr als ich ein kind war er sorgte dafür dass ich mich glücklich fühlte nichts war so ich war damals sehr schwach und schwach mein vater reiste einmal mit einem astrologen nach dankuta um china zu sehen dieser astrologe war ein bekannter astrologe in den östlichen hügel nepals nachdem der astrologe meinen namen gesehen hatte sagte er dass das kind wahrscheinlich nicht überleben würde woraufhin der vater sehr traurig war vater fragte sofort was die lösung sei der astrologe sagt er solle sich mit einem gleichaltrigen jungen anfreunden der planet bewegt sich zu diesem jungen selbst wenn es stirbt wird es sterben er sagt dass sich der tag ihres sohnes wenden wird danach ging mein vater nach panchta und durchsuchte mit einem kleinen sohn ein haus weil er mich sowieso retten wollte gleichzeitig wurde er für lange zeit vermisst und als er nach ihm suchte stellte er fest dass die finanzielle situation der familie ihres vaters schlecht war und dass ihr vater auch in meinem alter war also bot er mir eine freundschaft an sie freuen sich sich kennen zu lernen kanal bei sagte dass wir es angelegt haben du weißt was weiß die familie ihres vaters über die feinheiten einer solchen freundschaft danach wurde meine krankheit geheilt dein vater war oft krank nach diesem vorfall wuchs plötzlich der glaube meines vaters an astrologen ein paar jahre später brachte er mich zum selben astrologen und sagte ich unterrichte auch meinen sohn in astrologie ich muss sehen wie seine zukunft aussieht es kann astrologie lesen dann war die entscheidung gut getroffen und er gab die adresse eines ashrams in veneras an damit es für mich einfacher wäre astrologie zu lesen er hat auch dafür gesorgt dass es keinen mangel an verpflegung und unterkunft gibt zu dieser zeit war es einem bergmann wie panchta nicht möglich in die stadt waranasi zu gehen und geld für ein studium zu bezahlen der ashram war früher das hauptziel für studenten aus nepal ich konnte in veneras nicht gut lernen als in den bergen geborenes kind war es sehr schwierig in der umgebung von veneras zu überleben ich blieb im ashram befolgte die regeln des ashrams las und diente dem guru es wurde zu unserer routine unsere tage mit normalen studien zu verbringen und dem guru zu dienen gurus und diener hatten ihre eigene kleidung disziplin und verhalten waren sehr streng alle hatten lange bärte und haare gurus aßen früher bestimmte nahrungsmittel von denen wir nichts wussten und auch ihr moralisches verhalten war anders manchmal nahmen sie auch die dienste von dienstmädchen in anspruch in allen straßen von waranasi wurden nepalesisch sprechende menschen gefunden nach und nach hörte der regen in richtung nepal auf einmal im jahr kam auch mein vater zu besuch früher kamen studenten aus fast allen distrikten nepals zum studieren dorthin die stadt veneras war in ganz indien als bildungszentrum bekannt ich habe mein niveau studium in nord medhya pradesh auf normale weise abgeschlossen ich lernte die shestri stufe während ich getrennt arbeitete und in meinem eigenen zimmer saß auch mein onkel kam dort hin und stieg in das geschäft ein er hatte einen sari laden und das geschäft lief gut zu dieser zeit lief auch das geschäft der händler nepalesischer herkunft gut ich habe sie geheiratet als ich shestri studierte ihre familie war eine familie die dort seit einer generation lebte auf dem weg zu ihrer bergheimat botspur während ich shestri studierte geriet ich in die falsche gesellschaft von banaras und begann drogen zu konsumieren mit dem verkauf dieser waren habe ich auch gutes geld verdient als mein schwiegervater sah dass es mir schlecht ging beschloss er uns nach katmandu zu schicken sie kamen nach katmandu und kauften für uns zwei stück land in gaurich hat zuerst kamen wir nach nepal und ließen uns dort nieder zu dieser zeit waren die grundstückspreise in katmandu noch nicht so hoch als ich von banaras nach katmandu kam hatte ich mein shestri studium noch nicht abgeschlossen ebenso war die astrologie nicht abgeschlossen in banaras habe ich ein gefälschtes zertifikat erstellt und ein astrologiezentrum in katmandu eröffnet anfangs kamen die menschen nicht für gottesdienste in das astrologiezentrum früher habe ich in der gegend von peshapati heimlich medikamente geliefert und damit gutes geld verdient dieses geld machte den aufenthalt in katmandu einfacher in den letzten tagen wurde ich als der berühmte astrologe von katmandu bezeichnet mein geheimnis hiob nachdem die leute geglaubt haben wird nichts überraschend sein söhne früh im ausland senden die söhne zogen nach und nach weg als du nach hause kamst fing ich an dich zu lieben das drogengeschäft hat mir während der finanzkrise geholfen also habe ich dieses geschäft im verborgenen weitergeführt internationale drogendealer schlossen sich mir an ich habe viel geld verdient in badia wurden vier landwirtschaftliche betriebe eröffnet und 40 biger land hinzugefügt ebenso kamen 40 biger land in sabtari hinzu ich weiß nicht einmal dass meine frau davon weiß es sich aber nie angesehen hat ich habe mir unter dem deckmantel von religion und tradition einen namen gemacht aber innerlich brannte ich vor reue meine seele schmerzte mich um meinen geist zu beruhigen hörte ich mir immer gern die geschichten von naturliebhabern wie mir an früher habe ich das getan weil es meinen geist beruhigte du kamst zu mir nach hause und bist mit der heiligen luft und dem wasser von panchta aufgewachsen ich habe dich nicht vom geld abgehalten damit du nicht in den müll von katmandu gerätst ich habe dir die geschichte des skeptischen dieners erzählt damit der heilige gedanke in dir gestärkt wird wenn sie kein gutes umfeld haben sind sie vor allem geschützt weil sich die menschen verschlechtern du bist reif und verstehst die gesellschaft jetzt hat mir die zeit mehr gelegenheit gegeben sie kennen zu lernen es ist eine tradition meinen klienten den glauben zu vermitteln dass sie am montag selbst frieden auf dem planeten haben sollten keiner von ihnen kannte die methode des planetaren friedens nicht einmal ich aber die menschheit ist wie ein schaf wenn etwas passiert gehen sie dorthin niemand hört auf die realität mal sehen junge bisher hat die polizei nur wegen meiner drogen ermittelt später wird es auch in den bereich des gold geschäfts gezogen die fälscher bande meiner bildungsabschlüsse ist in drogenhandel und illegalen wildtierhandel verwickelt aufgrund einiger meiner fehler haben sie mich in diesem netz gefangen jetzt bin ich im besitz des gesetzes genauso wie die polizei mein verbrechen untersucht ich kann dem nicht entkommen junge jetzt musst du der astrologen mutter dienen gute pflege bedeutet dass man sich umsorgt bis man lebt und es weg wirft wenn man stirbt andere beobachten mit interesse auch die szene von basante vor dem fenster in der der astrologe harina rayan aus dem fenster heraus spricht innerhalb der gefängnissicherheit und der polizei egal wie viel sie heute reden sie sind frei wie eine lampe zum zeitpunkt des löschens sie haben helligkeit aber die zeit ist nicht günstig junge ich werde heute viel mit dir reden er sagt ich sage dir eines du bist reif werden sie nicht negativ basante sagt sagt es mir der astrologe sagt junge jetzt könnte ich im gefängnis sterben wenn ich sterbe solltest du deinen vater und deinen bruder aus dem dorf anrufen und in diesem haus wohnen dein vater hatte für mich aufgegeben ohne es in jungen jahren zu merken meine frau ist deine mutter ihre heirat arrangieren sie mit ihrem vater mach es eine vierköpfige familie ist komplett wenn einer von euch vier sich trennt wird meine seele keinen frieden finden du musst es reparieren versprich mir junge basante weint als er vom astrologen barber dinge hört die er sich nicht vorstellen kann da sagt der astrologe junge sei stark du kannst nicht schwach sein ich habe dir noch etwas zu sagen in meinem gebetsraum zu hause gibt es eine kiste mit einem schlüssel um diese kiste nach meinem tod zu öffnen es gibt grundstücks urkunden andere dokumente und briefe dann öffnen sie es und arbeiten sie mit ihrer weisheit machen sie im leben keine fehler um einen fehler zu verbergen muss man tausend fehler machen also machen sie nicht einen einzigen fehler wenn sie einen fehler machen machen sie ihn sofort öffentlich und entschuldigen sie sich menschen können fehler machen aber sie sollten korrigiert werden wenn es nicht verbessert werden kann wird leben zerstört schau mich jetzt an ebenso erzählte der astrologe harina rayan basante viele dinge basante schüttelte den kopf und hörte zu er erinnert sich an seine söhne die im ausland sind er erinnerte sich auch an seinen freund in panchta und am ende als er sich an seine frau erinnerte bat er basante zu gehen basante verabschiedete sich von dort und ging nach hause er wusste nicht wann die straße unterbrochen wurde erst als er nach hause kam wurde er wütend zu dieser zeit hatte er das gefühl dass es keine distanz zwischen gefängnis und zu hause gab er ging nach hause und erzählte seiner mutter alles außer der ehe wie das sprichwort sagt was auch immer passiert kann niemand ändern was passiert ist ist passiert der tag verging und auch die nacht verging am nächsten morgen kam die nachricht dass der astrologe harina rayan selbstmord begangen hatte indem er sich nachts in der toilette des gefängnisses er hängte er war in der vergangenheit das verbrechen sollte bewiesen werden er ging um die strafe vorher zu sagen er schickte seine letzte nachricht an seine familie und beging selbstmord vor der einäscherung wurde der leichnam nach abschluss des rechtlichen verfahrens nach peschapati gebracht basante selbst war bei der letzten einäscherung dabei damit endete das leben des astrologen harina rayan durch harina rayan wurde basante gut und reif er bestand sein postgraduierten studium in einer sonderkategorie sein studienfach war die nepalesische kultur durch das astrologie zentrum erlangte er internes und externes wissen er verstand das leben er verstand die welt er verstand seine pflicht er wird dieser familie immer zu dank verpflichtet sein wenn er nicht nach harina rayan gekommen wäre hätte er nicht die möglichkeit gehabt auf diese weise zu reifen er erinnerte sich plötzlich an die vergangenheit er erinnerte sich an alle menschen die an seinem leben beteiligt waren und dankte allen aus tiefstem herzen sie wohnten in einem haus in gaurich hat wenn nun die kosten für die unterbringung von sicherheitspersonal zu hause nur steigen dann wird das system zur unterbringung von sicherheitspersonal abgeschafft der rest der familie lebt genauso im laufe der zeit kann nicht mehr alles was der astrologie harina rayan gesagt hat zu hause gesagt werden und danach wird er innerlich verstört er erinnert sich wieder an kanal als er sagt wem er es sagen soll basante lässt sich von kanals onkel in einem schwierigen modus beraten den der astrologie versprochen hatte kanal onkel sagt harina rayan day hat eine ernste angelegenheit angesprochen wenn zum zeitpunkt des todes das jemandem gegebene versprechen nicht erfüllt wird kann die tote seele ihn quälen ich muss den sozialen aspekt untersuchen und eine lösung finden keine sorge ich werde in dieser angelegenheit zustimmen kanal wurde basantes helfer in einem schwierigen leben kanal onkel kommt nach rücksprache mit vielen sozialen menschen zu dem schluss dass die erfüllung des wunsches des astrologen harina rayan das wohlergehen der familie betrifft nach einem jahr ruft basante seinen bruder und seinen vater aus dem dorf zu sich nachdem alle zugestimmt haben im selben haus zu leben kehrt das glück ins haus zurück die mutter konnte sich in der heiratsfrage zunächst nicht einigen onkel kanal nennt beispiele für die ereignisse die sich im leben verschiedener menschen auf der welt ereignet haben und weist darauf hin dass man sich von diesen dingen inspirieren lassen und nicht dem weg der gesellschaft folgen sollte ältere künstler und schriftsteller aus nepal nennen auch beispiele für wiederverheiratungen im letzten moment ihres lebens die ehe im reifen lebensstadium weckt das gefühl eines guten freundes im leben freude und leid können ausgetauscht werden es besteht die möglichkeit zuzuhören und zu erzählen und glück und freude können unter anderen familienmitgliedern gefunden werden schließlich stimmt die mutter zu der onkel von kanal konsultiert alle verwandten die mit der familie des astrologen in verbindung stehen auch die söhne die im ausland sind sagen dass es in ordnung sei im gegenteil sie ermutigen indem sie beispiele von dort nennen sagen aber dass sie nicht nach nepal kommen können wie jedermann rät heiraten basantes vater und mutter basantes vater gab sein einverständnis ohne irgendeine reaktion zu zeigen er kann sich daran erinnern dass auf den seit jahren verlassenen feldern überall birnen gewachsen sind nachdem der regen darauf gefallen war auf diese weise werden zwei zerrüttete familien in einer sehr einfachen und schwierigen situation wieder vereint die ersten tage fühlen sich schwierig an aber nach und nach wird die umgebung angenehmer der astrologe harina rajan sagte unter anderem dass die kiste im gebetsraum geöffnet werden sollte nur die familienmitglieder trauen sich nicht diese kiste gemeinsam zu öffnen auch hier ist die notwendigkeit des kanal onkels zu spüren sie beschließen die kiste nur zu öffnen indem sie kanals onkel anrufen seit ruft die kiste zu öffnen und in anwesenheit von kanals onkel öffnen sie die kiste beim öffnen der schachtel findet man grundstücks dokumente von 80 bieger aus batia und sabtari firmenregistrierungs zertifikate und einige briefe es gibt registrierungsbescheinigungen verschiedener standesämter und finanzämter von agrarbetrieben und einen brief in einem langen umschlag mit einer hübschen girlande der besonderen art darin es sieht gewöhnlich aus ist aber etwas übernatürliches sie öffnen den brief der brief ist an den astrologen harina rajan gerichtet tunganat upat huay ist ein wissenschaftler der sich für die wiederbelebung der nepalesischen sprache und kultur einsetzt er hat bedeutende arbeit im bereich des gemeinnützigen dienstes geleistet als tunganat auf dem ursprünglichen boden der nepalesischen sprache und kultur arbeitete verbreiteten sich sein name und sein ruhm im ganzen land als guter weiser und astrologe gehört über harina rajan es kam zu einem briefwechsel zwischen ihnen zu einem direkten treffen kam es jedoch nicht der in der schachtel gefundene brief wurde von tunganat upat huay nupain einem gelehrten aus dem sinja tal jumla mit einem geschenk an harina rajan geschickt das format des briefes ist wie folgt lieber freund astrologe harina rajan gauri hat katmandu ich erinnere mich an herrn tunganat upat huay nupain aus dem sinja tal ich habe sie noch nicht getroffen aber ich habe von vielen menschen gehört ich möchte ihnen von ganzem herzen dafür danken dass sie banaras verlassen haben und in die gegend von paschupatinats in katmandu region paschupatinats gekommen sind nachdem sie umfassende kenntnisse der östlichen philosophie erworben und sich kontinuierlich der nepalesischen kultur und nepalesischen sprache gewidmet haben der ursprung der nepalesischen sprache liegt im sinja tal ich gedenke dir aus diesem heiligen land ich habe diesen brief an die person geschickt die nach katmandu kommt darin befindet sich eine girlande die wir vom kanaka sundari tempel geschickt haben nachdem wir alle dörfer gemeinsam angebetet haben die heilige girlande die vom geburtsort der nepalesischen sprache und nepalesischen kultur verschickt wird wird ihren heiligen geist immer in ehren halten das ist dein freund tönknav upat huay nupain sinja veli jumla es stand in dem oben erwähnten brief von sinja und auf derselben seite darunter wandte sich der astrologe harina rayan an basante und schrieb lieber sohn basante vielmehr liebe eines tages erhielt ich einen brief von jumla ich öffnete den brief und las ihn dieser brief berührte mein herz ich habe über den gelehrten recherchiert der diesen brief geschickt hat er war ein wahrheitsliebender loyaler sozialarbeiter ich habe etwas über die sinja zivilisation und den kanaka sundari tempel studiert von hier aus entstand die weite welt nepales daraus hat sich die sprache entwickelt die wir sprechen er hatte diesen rosenkranz als symbol aus der ferne mit einem heiligen gefühl geschickt aufgrund seines heiligen geistes hielt er vielleicht meine äußere hülle für meine wahre gestalt aber meiner inneren einschätzung nach bin ich in dem anschein von unmoralischem verhalten und verbrechen begraben so dass ich nicht in der lage bin diesen emotionalen kranz zu tragen du bist jung du bist gebildet du bist rein er hat die geheimnisse vieler menschen gehört er kennt diese gesellschaft gut er versteht nepal jetzt muss er eine girlande tragen um die bewahrung der nepalesischen sprache und nepalesischen kultur zu fördern kampagne zur erhaltung der nepalesischen sprache und kultur sollte sein unsere ursprüngliche identität liegt in der nepalesischen sprache und kultur wenn das endet unsere existenz der astrologe hatte an basante gerichtet im mahabharata sagte karna ajuna wird den krieg gewinnen aber aufgrund der umstände werde ich auf der seite von duryodhana kämpfen müssen vergib mir junge wenn ich daran denke dass die umstände mich in diesen zustand gebracht haben und wenn sie den kanakasundari tempel nicht erreichen können gehen sie zum chukotdevi tempel in katmandu und beten sie der chukotdevi tempel liegt auf einem hügel über dem randdorf der gemeinde dakshinkali in katmandu nach und nach werden menschen in ganz nepal die herrlichkeit dieses chukotdevi tempels kennenlernen auch die einwohner von katmandu werden diese gegend ihre bedeutung und ihren ruhm verstehen derselbe vater der dich liebt harina rajan der astrologe nachdem sie den brief gelesen haben sind alle schockiert basante wird ernster und erkennt seine verantwortung dann bittet mutter kanals onkel um weitere hilfe sie bat kanal um die organisation der kosten und sagte er solle basante praktisches wissen über das land badia und das land sabtari rupenagar den rechtlichen status des agrarunternehmens und die aktuelle situation vermitteln onkel kanal schaut sich die firmenregistrierungspapiere an es gibt dokumente die vor 15 jahren registriert wurden firmenbuchamt finanzamt liegenschaft samt landgemeinde sollten überall renoviert werden auch wenn das land im namen des agrarunternehmens steht verdienen die dorfbewohner in der umgebung die farm im rahmen eines vertrags es ist nicht möglich unternehmen im namen anderer um zu benennen oder zu verkaufen ohne zu bestätigen dass das unternehmen erneuert wurde die kenntnis dieser praktischen aspekte wird basante helfen terrailand wird mit erde bewirtschaftet unter dem vorwand die länder des ostens und westens zu besichtigen versorgt onkel kanal basante mit weiteren informationen über die geografie nepals als sie sowohl nach osten als auch nach westen reisen und nach katmandu kommen fragt mutter basante sind sie gierig nach land sohn basante antwortet das ganze land ist gut aber ich habe keine lust es zu genießen sie sohn wir haben auf diesem land nicht geschwitzt die regierung wird das eigentum das ihr vater geschaffen hat beurteilen indem sie später einige regeln erlässt tun sie es sei nicht gierig wir haben unseren eigenen reichtum der uns erreichen kann wir haben nur die gebiete außerhalb von katmandu gezeigt damit sie mehr über ost und west nepal erfahren symbolisch gesehen sind terai orte so fast alle orte in den hügeln ähneln panchita den himalaya teil habe ich auch nicht besucht der brief an den astrologen harina rayan baba stammt von sinja es ist ein himalaya gebiet nepal bietet perfektion durch die kombination von bergen hügeln und ebenen von himal bis terai spielen die nepalesische kultur und die nepalesische sprache eine wichtige rolle ganz nepal ist auf der grundlage der nepalesischen sprache und nepalesischen kultur gewachsen und nepal ist in der welt bekannt er hat sich eingehend mit der geschichte und kultur nepals beschäftigt es hat sein eigenes stolzes erbe wir alle nepalesen sollten mit einer starken nepalesischen identität leben in diesen tagen wird nepal von allen seiten angegriffen im allgemeinen gibt es keinen angriff aber es gibt einen angriff auf die sprache es gibt einen angriff auf die kultur es gibt einen angriff auf die politik es gibt einen angriff auf alle bereiche des staates wie viele ausländer greifen an wie viele nepalesen sind patrioten geworden um nepalesische identität zu erlangen die menschen in der justiz der exekutive und der legislative des landes werden verzerrt heutzutage gibt es in allen bereichen verzerrungen von den oberkörpern des staates bis zu den unterkörpern sind sie in einen schmutzigen zustand eingetaucht hören sie sie sind fähig sie sind rein und sie sind jung viele junge menschen wie sie sollten dieses land reinigen so wie sie unser trostloses zu hause beschützen beschützen sie auch unsere mutter deine mutter ist älter als ich deine mutter ist nepalesischer boden meine mutter ist auch lehm sind und die mutter aller und wir sind alle leben boden bedeutet land die ornamente auf dem boden sind sprache und kultur nepal ist eine einheitliche form nepalesischen bodens nepalesischer kultur und nepalesischer sprache in der viele ethnische und sprachliche sprecher geschützt wurden die heutige notwendigkeit besteht darin ein geeintes zivilisiertes gebildetes und entwickeltes nepal zu schaffen indem die kaste kultur sprache tradition und bräuche der nepalesischen kultur und sprache geschützt werden dafür sollten sie und jugendliche wie sie aufrichtig arbeiten bis heute habe ich dich um nichts gebeten junge aber versprich mir heute basante steht auf bald langsam beide fäuste und hebt beide hände schließt die augen und schreit ja mutter jetzt werden wir jungen leute aufwachen es lebe mutter nepal bis jetzt haben sie den roman inside the curtain von ganga prassat betwal gehört danke fürs zuhören bis jetzt bis jetzt bis jetzt